Ich habe einen Frosch im Hals. Also, es fühlt sich so an. Also, Mann. Das ist doch doof. Das ist doch wirklich doof. Naja, Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen Stella, Hallöchen Bob, Hallöchen alle anderen. Hallöchen YouTube. Äh, ja. Es ist Freitag. Es wurde nicht Donnerstag. Es tut mir leid, aber das wäre sich gestern nicht mehr ausgegangen. Dämliche Meetings am Nachmittag, die dann auch noch länger dauern und so, ne? Das ist die Qual der Leute, die dann irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Es ist kacke. Aber hey, es war wenigstens ein sinnvolles Meeting. Das muss man jetzt wenigstens mal so festhalten. Das war nicht etwas, was man über drei E-Mails oder so abhandeln hätte können. Nein, das war schon gut und richtig und wichtig. Aber trotzdem war es halt doof, weil es dann einfach viel zu knapp wurde. Und, äh, naja. Dafür bin ich aber heute da. Mit dem Programm von eigentlich gestern. Und nun, ne? So schaut es halt jetzt aus. Hallöchen Ayane. Einen wunderschönen. Oh, so. Ich habe da eine Nachricht übrigens gelesen, äh, im Discord. Es ist, äh, ich antworte da auch noch drauf. Ähm, ja. Ich antworte da auch noch drauf. So. Ja, ne? Ich hoffe, ihr seid, äh, wann war es? Dienstag, ne? Ja, genau. Dienstag. Oh Gott. Ich erinnere mich an Dienstag. Ich erinnere mich. Die Stadt ist abgefackelt. Oh. Oh. Ja, ne, stimmt. Die Stadt ist abgefackelt. Das, das ist Dienstag passiert. Oh mein Gott. Ja, das, das, das war anders wild. Äh, muss ich jetzt zugeben. Äh, aber nun, das, äh, da werden wir... Pack dir Mr. Instabile Stimme aus. Streamzeit ist Streamzeit. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die Mr. Incredible Stimme kenne. Auf jeden Fall Dankeschön für 14 Monate. Sehr, sehr nice. Danke, danke, Dankeschön. Ähm, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich die Stimme... Ich hab sie... Sie klingelt zumindest nicht direkt in meinem Kopf. Naja. Muss ich nachher mal gucken, glaube ich. Das mit der Stadt war schlimm. Ja, es ist, äh, nun, ich sag mal so, der, der, der Leichenwagen Stau wird noch ein bisschen anhalten, glaube ich. Ähm, ja, schauen wir mal, wie es, wie es dann läuft danach. Ich, äh, ich behaupte ja, ähm, dass Katastrophen auch Chancen sind. Und, nun, ne, man muss halt nur das Beste aus der Situation machen. Ich meine, die halbe Stadt ist abgefackelt. Also, entwickeln wir sie neu. Ne, wir haben jetzt schon sehr, sehr schönen Friedhofsbereich. Nicht, äh, mit zwei Schulen dazu. Ähm, man, man könnte sagen, da ist ein bisschen Ironie reingerutscht, äh, das so nebeneinander zu platzieren. Aber, nun ja. Ne, harte, harte Realität und so. So, aber, äh, ja. So. Was hat eine Frau schon wieder falsch gemacht? Nichts. Hi, Snowy. Hallöchen, Hallöchen. Die Handwerker freuen sich richtig, ne? Ich, ich sorge direkt für Jobs, Neuaufbau und so. Also, von dem her, das, äh, passt schon, ne? Das, das passt schon. Ähm, ist mir eigentlich klar, dass immer wenn bei CS2 eine Meldung wegen Feuer kommt, dass immer neues Feuer ausgebrochen ist. Ja, aber da war ja nicht mal eine. Das, das ist es ja. Da war ja gar keine. Ich, ich hab geguckt, aber das, das, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht so, so, so 100% sicher. Ich meine, da war keine. Vielleicht war das auch die, die ich ignoriert hatte, weil ich dachte, das wäre der eine Baum im Wald. Der vorher schon mal gebrannt hat. Das Radio hat mehrfach Feuer gemeldet. Ja gut, aber ich höre ja nicht mehr aufs Radio, ne? Also, da muss schon eine Katastrophenwarnung reinkommen. Dass ich da reagiere. Ach ja, kenne ich schon. Ach so. Oh. Oh, ja. Weil, vor gar nicht, ne? So, so, so lang davor hat es ja irgendwo in der Pampa angefangen zu brennen, was ja nicht interessiert. Aber das ist halt dann schon massiv eskadiert. Na, egal. Wie gesagt, Katastrophen sind Chancen. Wir, wir, wir müssen das nur ins Positive umwandeln. Und ich meine, die Stadt wächst ja auch schon wieder, ne? Es ist, äh, wir haben ja fast die Hälfte der, ähm, der, äh, durch die Höllentore gegangenen Bewohner wieder zurückbekommen. Ähm, also es ist schon, das, 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 das wird, das wird. Das kriegen wir hin. Und du bist nur, äh, so bis um 20 Uhr da. Dann wirst du dann zum PNP entführt. Ja, nice. Viel Spaß. Jetzt schon mal dabei. Falls ich das nachher nicht mehr sage oder vergesse oder sonst was. Aber sehr cool. Sehr, sehr cool. Ähm, Hallöchen Klemm. Ein Wunderschönen. Hallo, hallo. Ja, nun, äh, gut. Ja, ich bin ignorant und manchmal, ja. London hat es auch überlebt. Und so sind es ein paar Obdachlose weniger. Ich weiß ja nicht mal, ob wir Obdachlose hatten. Wir hatten einige Leute, die über die Miete geklagt hatten. Aber die waren ja nicht obdachlos. Ne? Das ist ja nochmal ein bedeutender Unterschied. Ich weiß gar nicht, hat die, also, ja doch, in dem einen Park standen zumindest so ein paar Feuertonnen rum und ein paar Zelte. Also es sah so aus, als würden da Obdachlose leben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es in dem Spiel Obdachlose gibt. So, so grundlegend als Mechanik. Ich weiß, dass Leute wegziehen, also die Stadt verlassen können. Wenn es ihnen wirklich zu teuer wird. Das muss ich nochmal in Erfahrung bringen, glaube ich. Aber dafür haben wir eine wunderschöne Autobahnausfahrt. Das muss man jetzt auch nochmal dazu sagen. Die ist toll. Die Autobahnausfahrt ist toll. Und sie funktioniert fast ein bisschen zu gut. Wir brauchen noch ein, zwei mehr wahrscheinlich. Wenn ich im Haus abreiße, werden die Leute obdachlos. Ah, okay. Also doch einfach immer nur umzonen und versuchen, dass sie dann selbst ausziehen. Ja, verstehe, verstehe. Und Hallöchen Vanessa, hi. Ja, ich hatte dann am Mittwoch nochmal meine eigene Stadt ja weitergespielt. Aber da habe ich auch nichts großartig gemacht, ne? Ich habe versucht, ob ich da noch irgendwie was rausfinden kann. Aber da spiele ich ja zum einen ohne Katastrophen. Zum anderen, gut, vielleicht habe ich mir ein bisschen mehr Erfahrung im Straßenbau zugelegt. Weil auch da musste ich Anschlussstellen schaffen. Aber, ja, gucken wir mal. Weil ich glaube, so im Großen und Ganzen sind wir jetzt erstmal gut aufgestellt, was unsere Stadt hier angeht. Hallo Hund, was machst denn du hier? Hm? Was? Da ist der, ein Betty. Geh mal da hin. Ja. Nicht die Finger abschlecken. Ach, so. Ja, es ist, äh, nun. Wenn ich quasi eine Zone änderte, ich kleiner mache oder so, werden die ursprünglichen Bewohner obdachlos. Wo ist denn da ein? Ja, das ist jetzt nicht so, als hätten wir Wohnungsmangel. Also. Obwohl, vielleicht aktuell, na, weiß ich jetzt gar nicht. Aktuell könnte ein bisschen kleinerer Wohnungsmangel sein. Aber, ja, mal schauen. Ach, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Schlussendlich wird irgendwann wieder sowohl das als auch die Steuereinnahmen und andere Einnahmen, irgendwann werden beide Pfeile wieder nach oben zeigen. Und das ist ja dann eigentlich schon mal ein ganz gutes Indiz. Behaupte ich jetzt mal. Das, äh, nun. Gut. Aber, das, äh, lasse ich nochmal auf mich zukommen. Was ist denn das da schon wieder für ein, für eine Strähne, die da wegsteht? Das ist ja zum Kotzen. Leute, lasst nicht eure Haare wachsen von 6 Millimeter auf die andere Länge, die ihr sonst so tragt. Das ist, es ist, es ist schlimm. Es, ne. Es, es, es gibt einfach diese eine Länge beim Haarwachstum, mit der du nichts anfangen kannst. Also wirklich gar nichts. Es, nun, ne. Es ist, äh, ja. Es wurden doch Kinder in Vordertupfen Gimmelsbach gegrillt. Das waren aber nicht wir. Das, ne, ich habe das Feuer nicht gelegt. Das waren nicht wir. Das waren natürliche Umstände. Ne, Katastrophen und das, was Versicherungen begleichen, wenn man ihnen das meldet. Da, da kann ich jetzt auch nichts dafür. Also, ne, da kann ich jetzt auch nichts für. Zumal das Feuer offensichtlich da ausgebrochen ist, wo unsere Feuerabwehr stand. Nun, das, äh, 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 Hm. Ich meine, es hat das eine zum anderen geführt und nichts davon war wirklich positiv am Ende. Hm. Ich habe den Katastrophenschutz vehement vernachlässigt. Habe ich tatsächlich, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass, ne, man rechnet halt so selten mit Katastrophen. Und ich muss auch zugeben, ich habe, äh, zwar für den ersten Teil, ähm, auch das, ich weiß gar nicht, Natural Disasters, glaube ich, hieß das DLC, habe ich auch, das war das letzte DLC, das ich gekauft hatte. Ähm, das habe ich nach allen anderen gekauft, aber ich habe nie damit gespielt, weil, ne, wollte ich nicht, ne. Ich will eine Stadt aufbauen und sie nicht irgendwann sterben sehen. Das war jetzt auch meine erste Katastrophe quasi. Und, äh, ja, gut. Jetzt sind wir etwas besser aufgestellt, hoffe ich mal. Ähm, interessant fand ich halt. Wir haben Stufe 10 in der Stadt erreicht, oder ich, ne, ich weiß gar nicht, wir haben eine neue Stufe in der Stadt erreicht, die, ab der wir alles, äh, ne, jegliche Zone setzen können. Und dann ging es plötzlich los, ne, schon hatten wir den ersten Tornado, schon hatten wir noch mehr Waldbrände, oder besser gesagt, Waldbrände, die näher an uns dran sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das vom Spiel so geregelt ist, dass, ne, du irgendwie so mal so, ne, so einen kleinen Waldbrand siehst oder so, aber der jetzt nicht wirklich sich auf deine Stadt ausweiten kann. Oder ob das, äh, jetzt tatsächlich durch irgendeinen Trigger im Spiel umgelegt wurde, dieses, so von wegen, jetzt aber go, 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 ne. Wer, wer weiß. Du hattest es auch schon vorher, das heißt, wir hatten einfach nur Glück. Ja, gut, dann hatten wir einfach nur Glück. Jetzt hatten wir Pech, jetzt, äh, haben wir aber auch einen Bunker für viel zu viel Geld. Also ich meine, der kostet ja so im Stillstand nichts, aber so, so, äh, nun, jetzt können wir einmal die komplette Stadt in den Bunker packen. Im Zentrum, glaube ich, bauen wir dann auch nochmal einen Bunker. Ich vermute, das ist relativ sicher. Vielleicht sollten wir in den kleinen Ortschaften, ne, in den Vororten auch nochmal einen Bunker bauen. Für die Leute, die da wohnen. So grundlegend, aber, äh, ja. Und ich mache eben gerne alles kaputt. Ich habe ja nicht mal was kaputt, also doch, ich habe etwas kaputt gemacht, aber das war ja beabsichtigt. Das habe ich ja danach auch wieder aufgebaut und schöner gemacht und, ne, aber das, nun, egal. Ja, ja, ich habe jetzt gelernt, Katastrophenschutz ist wichtig. So doof das ist, aber Katastrophenschutz ist offensichtlich doch eine Sache, die aus Gründen existiert und die man nicht vernachlässigen sollte. Ich habe mein Lehrgeld bezahlt. Das, doch, ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Doch, doch, ich denke schon. So, ja, ne. Sehr schön. Gibt es noch was anderes? Ich überlege gerade. Gerade feiern und so weiter und so fort. Also, ne, falls ihr was braucht, guckt mal, ob es jetzt nicht irgendwie günstiger geht. Amazon hat auch schon irgendwie angezeigt, dass die, ich bin aber nicht sicher, wann, ähm, Black Week feiern und so gedöhnt halt, äh, ne, das, das, das ist kleine Service-Durchsage. Ansonsten fällt mir nichts mehr ein. Haben wir noch ein Thema? Haben wir noch irgendwas, worüber wir sprechen können? Ähm. Außer, dass ich hoffe, dass diesmal die, äh, die Technik nicht versagt, ähm, so, so wie beim letzten Mal, wo ich auf die andere Szene umschalten wollte und plötzlich ging nichts mehr. Das, das wäre jetzt wild. Also, zumindest vorhin. Ich habe extra geguckt. Wartet mal, lasst mal ganz kurz, lasst mal eben kurz, Moment. Äh, wo ist denn die da? Ach so, das ist eh schon die Playstation-Sichtbar. Ja, okay, das, das scheint heute zu gehen. Heute scheint in Ordnung zu sein. Warum auch immer, ich weiß es nicht, aber, ja, nun. Auch heute gestartet? Ja, okay. Ja, gut. Ja, dann muss ich bei Amazon auch nochmal gucken, glaube ich. Es kommt halt alles irgendwie gerade zusammen, ne? Ich bin ja auch so ein Mensch, ich warte ja auf die Black Week und so, äh, um mir Dinge zu kaufen. Das ist jetzt nicht so, dass ich einfach durchgucke und, oh, das und das und, oh, das, das. Ne, und dann landet das Zeug in der Ecke, sondern da wird schon geguckt, ob, äh, Sachen da sind. Und, äh, ja, 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 das, was ich mir kaufen will, ist auch da glücklicherweise. Oder da ist ein Rabatt in dem Shop, ähm, dementsprechend mal gucken. Aber, äh, ja, das ist, Black Week hat schon durchaus Vorteile. Wobei man immer ein bisschen aufpassen muss, ob die Preise nicht vorher hochgedreht wurden. Also Preisvergleich oder Preisvergleiche sind grundlegend immer noch eine gute Idee. Aber, äh, ja, noch ein paar Jahre und wir haben nicht mehr den November, dann haben wir den Black Month. Ja, könnte, obwohl, Black Month könnte schwierig sein, weil den gibt's wahrscheinlich schon. Den gibt's wahrscheinlich schon. Ah, es gibt den Black History Month, der war's. Das ist der Februar. Ah. Okay, der ist dann doch etwas länger. Ja, ja, gut, könnte dann tatsächlich, also, ja, wer weiß, wer weiß. Ich hab nur irgendwann mal irgendwas, äh, Leuten gehört, dass, ähm, ich glaube, es wurde deswegen zur Black Week und nicht mehr zum Black Friday, weil irgendeine Firma da quasi ein Namensrecht drauf hatte auf Black Friday. Oder auf, äh, auf irgendetwas in diesem ganzen Gedöns, was da jetzt existiert, an, an Shopping, Nachlässen und so weiter und so fort. Äh, äh, da gab's irgendwo einen, jemanden, der einen Rechtsanspruch drauf hatte. Und deswegen, glaube ich, hat sich das irgendwann mal so von, vom, vom, vom Black Friday hin zur Black Week entwickelt. Und ich glaube sogar, dass es nochmal anders heißen hätte sollen, ne? Es gibt ja auch noch die Cyber Week, glaube ich. Ich weiß aber gar nicht, wann die ist. Ich dachte immer, das wäre die Black Week, nur anders. Ja, doch, es ist quasi das Gleiche. Ähm, ja, alles, also, Cyber Monday, der war's. Ja, es ist, es ist, es ist wild. Es, ja. Aber grundlegend, es lohnt sich, glaube ich, schon da mal zu gucken, ob da nicht irgendwas dabei ist von dem, was man sowieso haben wollte. Ähm, ähm, also, also, ne? Okay, ich bin hundelos. Sehr gut. Jetzt habe ich hier so ein schönes Bett hier neben mich hingestellt, ne? Da, direkt hier, direkt hier neben mir. Jetzt besucht sie mich beim Streamen nicht mal mehr wirklich. Aber ich glaube, das liegt am Greenscreen. Da ist es ihr egal. Ähm, ne? Da guckt sie mal kurz, was treibt der Typ? Und haut dann wieder ab. Beim Arbeiten liegt sie erstaunlich inzwischen, äh, erstaunlich oft neben mir. Und, naja, ob sie jetzt da chillt, ist über, also, chillen ist übertrieben, aber sie liegt da neben mir und, ne, guckt mir halt zu. Was immer noch besser ist, als, äh, alles, was vorher war. Weil dieses kleine Ungetüm mag es ja überhaupt nicht, wenn ich arbeite. Also, wirklich überhaupt nicht. Naja, so, gut. Was ist das für eine Rasse? Äh, ja, warte. Warte, es gibt glücklicherweise einen Wikipedia-Eintrag dazu. So. Kriege ich da die lustige Navi weg? Wow, ich habe es geschafft, den Spendenaufruf bei Wikipedia wegzubringen. Wie habe ich denn das gemacht? Das ist, äh, spannend. Äh, hier, warte, Moment, ich muss einmal kurz umschalten. Da rauf. So. Äh, äh, da. Das da. Äh, ein Ratonero Bodeguero Andalus. Ähm, ohne Anerkennung durch die F, äh, F, äh, FCI, FCI, keine Ahnung. Ähm, das, was halt Hunderassen anerkennt. Sprich, äh, selbst wenn ich jetzt einen DNA-Test machen würde, ähm, ja, würde es nicht rauskommen. Wahrscheinlich, weil die meisten halt nur die F, äh, oder FCI-Rassen prüfen. Äh, aber... Welt selten macht sich mehr durch Jammern bemerkbar. Und das ist eine Sache, die ich definitiv, definitiv unterschreiben kann. Also, dieser Hund ist so eine Heulsuse, ne? Flexi-Spot hat auch Black Friday? Es hat alles wahrscheinlich gerade Black Friday, Snowy. Ich weiß, ich muss auch Shops meiden, glaube ich, einfach so. Äh, ja. Du hast das gleiche Shirt, Hallöchen Zucker, hi. Ja, das Shirt, glaube ich, haben mehrere Leute, weil, ne? Es ist, äh, nun, QWERTY und so. Plus ein riesiger Trend mit dem dazugehörigen Spiel. Aber, äh, ja. Ja, das, äh, ja. Er ist ausgesprochen intelligent und anpassungsfähiger, neue Situationen und Bedingungen. Zweiteres kann ich bestätigen. Das ist anpassungsfähig. Das ist der mir auf jeden Fall. Das mit dem ausgesprochen intelligent kann ich nicht unterschreiben. Mein Hund ist, ich, es tut mir leid, ne? Ich, ich liebe meinen Hund über alles. Aber mein Hund ist einfach strunzdumm. Also, ne? Das ist, nein. Dieser Hund ist einfach nur dumm. Das ist, äh, ja, schwierig. Ähm, nun. Ja. Aber, ja. Was man aber auch sagen muss, da steckt noch irgendwas anderes drin. Ähm, irgendwas ist, äh, hat sich bei ihr noch eingemischt. Sie ist jetzt nicht, äh, reinrassig, was das angeht. Sondern irgendeine, ich weiß nicht was. Irgendwas anderes ist da noch mit, mit drin. Weil es passt nicht 100% auf diese Beschreibung. Aber zum großen Teil. Oder zum, zum allergrößten Teil tatsächlich. Du bist im Lurk, gehend ins Bett bringen. Dann, äh, viel Erfolg dabei. Viel Erfolg. Trotzdem süßer Hund. Ja, ja, das, äh, das, äh, das kann, also, das, das, das süß sein kann Sammy halt, das, das kann sie sehr gut, ja. Das kann sie wirklich gut. Ähm, das ist auch nicht alles Werkzeug, was du für den Schreibtisch brauchst. Äh, ich vermute mal, da fehlt einfach nur, das brauchst du am Ende. Ja, 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 okay. Ja, Werkzeug kann man halt auch nie genug haben, glaube ich. Ich, ich habe auch einiges an Werkzeug und so im Keller. Und ob ich es jetzt brauche oder nicht, ist einmal dahingestellt. Aber ich habe allein so, also, so fast in Meter große, ähm, ihr kennt diese Klammern wahrscheinlich, ne, an diesem Metallstab, die man halt mal hat, um was zusammenzupressen. Ich glaube, die sind fast einen Meter lang. Ich weiß gar nicht mehr, wofür ich die damals gebraucht hatte. Aber ich habe solche Dinge. Ich habe sie halt einmal verwendet, danach nie wieder. Hahahaha. Hunde sind immer süß, egal ob groß oder klein. Oh, es gibt auch tatsächlich, tatsächlich so ein, zwei Hunderassen, die ich jetzt nicht so sonderlich mag. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm. Aber so im Großen und Ganzen stimme ich dir zu. Das ist, äh, ja, da stimme ich dir zu. Es fehlt die Oberfräse. Ja, okay, ja, verstehe, verstehe. Äh, das, äh, ja. Ich muss jetzt kurz mal gucken, ob ich das richtig übersetze. Ja, es ist, äh, ja. Ja, ja, ja. Welche? Mobs und Boxer. Ja, tatsächlich ja. Hahahaha. Tatsächlich ja. Hahahaha. Mops und Boxer sind zwei Hunderassen, die ich nicht sonderlich mag. Ähm. Wo, wo, wobei, Möpse können ganz niedlich sein, wenn sie zurückgezüchtet sind. Ähm. Ne, und nicht einfach nur diese super platte, mega platte Schnauze haben, was ja eh Tierquälerei ist. Ähm. Ähm, weil es einfach so massiv überzüchtet ist. Äh, aber, äh, so die, die, äh, die zurückgezüchteten, die dann wirklich wieder auch eine Schnauze bekommen und die auch Luft kriegen. Die sind dann schon eher wieder meins. Aber, ja. Und, und, und Boxer ist einfach, ich, ich weiß es nicht. Bei einem Boxer habe ich so das Gefühl, der sabbert dir einfach alles voll, rund um die Uhr. Aber, äh, egal was du tust, du musst immer einen Latz dabei haben. Hahahaha. Also, äh, ja, das, äh, ich weiß es nicht. Und, grundlegend bin ich jetzt nicht der große Fan davon, wenn die Lefzen bei den Hunden hier so unterm, unterm Kopf hängen und so. Das, 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 das finde ich einfach nicht, nicht sonderlich schön. Ähm. Das heißt nicht, dass ich jetzt, ne, die, die, die Hunde an sich so nicht, es ist einfach die, es ist einfach die Optik. Die Optik gefällt mir halt nicht sonderlich. Ähm. Äh. Ähm. Gibt es Hunderassen, die sind einfach nur hässlich wie der Mops? Ja, Dackel mag ich aber zum Beispiel auch nicht so sonderlich. Weiß nicht warum. Ähm. Ich habe nicht mal schlechte Erfahrungen mit, äh, mit, äh, mit Dackeln gemacht, aber irgendwie ist das auch nicht so meine Rasse. Also, so grundlegend. Malteser auch nicht zum Beispiel. Die, die sind zwar irgendwie niedlich, aber es ist einfach, das sind so Hunde, mit denen kann ich nichts anfangen. Ähm. Ähm. Du willst Kanäle reinfräsen, einmal für Kabel und auch für, äh, für LED, für LEDs und, und Epoxidharz. Ja, ja, das, äh, wenn du das mit dem Epoxy machst, sag mal Bescheid. Ich würde das gerne auch nämlich mal sehen. Weil ich kann, ich habe das schon so oft auf, 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 auf Videos oder in Videos gesehen. Aber ich habe es noch nie in Real Life gesehen. Du magst sie trotzdem. Ja, alle, alle, alle Hunde sind, sind liebenswürdig. Das auf jeden Fall. Aber von der Optik her ist es halt der eigene Geschmack. Das, ne, es ist wie so oft. Und Herr Löchern sollte es gerne? Herr Löchern. Cuteness Overload. Und, was? Ach so. Da, ja. Ähm. Bei Dackeln kriegst du immer Hunger. Die, die sehen zu sehr nach Hot Dogs aus. Mhm. Kannst dir mal in Ikea gehen und, und ein Dackel bestellen. Ob die wissen, was du meinst? Ähm. Ja, genau so mit dem Epoxy. Ja, das ist so eine Sache, die ich furchtbar gerne ausprobieren würde. Mal, äh, also mal, mal selbst. Aber, ja, mal schauen. Das, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das auch in einem gut belüfteten Raum stattfinden sollte. Und der fehlt mir halt einfach. Weil, ich habe ein Schlafzimmer und ich habe ein Wohnzimmer. Ich habe jetzt keinen Raum, in dem ich wirklich irgendwie groß arbeiten kann. Das letzte Mal, als ich Holz lackiert hatte für, für, für ein Möbel, habe ich das eine Woche lang draußen auf dem Balkon gelagert, bis es dann sauber trocken war, weil auch noch scheiß Wetter waren, so. Mit Dackel kannst du umgehen, aber du bist mal ehrlich, alle sind Hunderassen unter einer gewissen Schulterhöhe, sind keine Hunde mehr, sondern einfach nur kaputte Züchtungen. Weiß ich gar nicht, ob das, äh, bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, ob die jetzt, ob es nicht wirklich kleine Hunde gibt, ob das wirklich so hingezüchtet wurde oder, also, ja, wahrscheinlich, aber ob das jetzt so eine, so eine, ja, so eine, so eine Qualzüchtung ist. Also, ich kann tatsächlich auch mit so einem Mini-Pinscher was anfangen. Die sind eigentlich auch ganz niedlich, auch wenn du, auch wenn ich Angst habe, dass, dass man den anguckt und ihm sofort irgendwas abbricht oder so. Die, die sind schon auch niedlich, aber so vom Umgang her bin ich jetzt auch nicht der, der Fan von so super kleinen Hunden. Also, Sammy ist so, ne, die ist ein bisschen unter, unter Kniehöhe, die hat 37 Zentimeter Schulterhöhe. Ähm, das ist eigentlich das ideale Maß. Also, zumindest für mich, gerade so hier in der relativ kleinen Wohnung und so ist das ideal. Ideal. Siehst manchmal einen Hund, äh, das ist ein Dackel und ein größerer Hund, aber du weißt nicht, welche Rasse. Die haben so blau-weißes Fell, deswegen keine Ahnung. Blau-weißes Fell? Blau ist eine Farbe, die in der Natur unglaublich selten vorkommt. Ähm. Ja, keine Ahnung, müsste ich jetzt wahrscheinlich auch ein Foto sehen. Also, weißes Fell, das ist, äh, schlägt halt sofort irgendwie, das ist so ein bisschen der weiße Husky, äh, von der Idee her durch, aber den würde man erkennen, weil ein Husky ist jetzt relativ eindeutig, was das angeht. Garage-FTV, ja, 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 na ja. Wie sagt dein Gast mal in einem Restaurant, dem du mal geshoppt hast, den Bluthode, dein Hund tritt drauf, alles blutig? Uff. Ja, gut, das ist, äh, ja, das, äh, das ist die andere Alternative, dass du so einen Ponyschatten im Hund daheim hast, ne? Ähm, also, waren das Hannoveraner, die sind, nee, warte mal, Hannoveraner sind, sind das nicht Pferde? Ja, das waren, das waren Pferde. Ähm, shit, nee, es gibt auch so eine, Berner, Berner, Sennhunde, waren die nicht auch so riesen, nee, das geht eigentlich von der Größe, aber ich glaube irgendwie sowas, was so sehr, sehr Flauschiges, ähm, gibt's auch in riesig, also in wirklich riesig. Ähm, das ist dann, ja, da, also, da musst du dann schon auch dich dran trauen, glaube ich. Da musst du dich dann schon auch dran trauen. Leonberger? Warte, ich muss mal kurz googeln. Ja, genau, ja, genau, die meine ich. Die meine ich. Obwohl, ich glaube, es geht sogar noch größer, aber es ist so, 80 Zentimeter Schulterhöhe ist schon ordentlich. Das ist, äh, ja. Das ist schon, ja, ähm, ne, uff. Ähm, irische Wolfshunde, ja, die sind, glaube ich, auch riesengroß, ne? Irische Wolfshunde, also Wolfshunde ganz allgemein sind relativ, sind sehr, sehr groß, ja. Ja, 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 genau, richtig. So einer ist mir öfter mal im Feisnapf runtergekommen. Also, so kaputte Züchtungen gibt's auch bei Katzen, ja, 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 ja. Also, es ist, es ist ja auch eine gute, also, es ist eine durchaus gute Entwicklung, dass jetzt da auch gegen diese, äh, diese, diese, ich weiß gar nicht, Zwangszüchtungen, war das der richtige Begriff? Also, dass gegen die vorgegangen wird, ne? Die sind ja inzwischen alle verpönt und dürfen ja auch nicht mehr und so weiter und so fort, weil, ja, es hat einen Grund, ne? Ich war einmal beim Tierarzt und da war auch ein Mops. Und, äh, dieser Mops war zum einen auch noch, sag ich mal, für seine Größe sehr korpulent. Also, so ich in Hundeform, nur ich krieg noch Luft. Der, der hat halt nur geröchelt. Der hat halt wirklich nur geröchelt und, äh, alter Schwede. Das geht halt gar nicht, ne? Dieser Hund hatte halt wirklich dauerhafte Todesangst, weil, ne, was, was, was sollst du da machen? Australian Shepherd ist da mit drin. Oha, die sind super anspruchsvoll. Supertolle Hunde, aber auch echt anspruchsvoll. Ein Tamaskan, der sieht einfach aus wie ein Wolf. Die mit dem Ziel gezüchtet wird, der wild formt jetzt hier als Hund, also dem Wolf, so ähnlich wie möglich zu sehen, ohne dabei die positiven Eigenschaften eines Haushundes zu verlieren. Ha, ja, ich wollte gerade sagen, es sieht halt aus wie ein Wolf. Wow. Okay. Das ist ja richtig wild. Kenn ich gar nicht. Sehr spannend. Sehr spannend. Okay. Oh, ja. Ja, wunderbar. Vielleicht läuft ja sowas durch Bremen. Vielleicht ist das gar kein Wolf. Ich, ich meine, momentan läuft hier angeblich ein Wolf durch die Stadt. Und ein Dackel, du fragst dich, wie das geht. Ach du, wenn die Lust zupackt, dann geht alles. Groß und klein, dick und dünn. Das, äh, ist auch bei Hunden so. Dann wird gerammelt, was, was vor die, vor die, vor die Nase springt. Das, äh, ich, 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 ich. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als, als Hunde, die, die Bock haben. Wie war das noch mit der Löwin in der Nähe von Berlin dieses Jahr? Da weiß ich gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist. War das tatsächlich noch, war das tatsächlich eine Löwin oder war da nicht irgendwann? Es ist ein Wildschwein als, als Alternative. Also es war ja auch, ja, es war sehr, sehr wild. Das war richtig, richtig, richtig wild. War eine Wildsau. Ja, okay. Ja, okay. Ich wusste es jetzt nicht mehr. Ich habe es dann irgendwann nicht mehr so wirklich verfolgt. Aber, holy, ja. Wobei, hier sind die Fotos etwas, etwas klarer. Aber, ähm, glaube ich, äh, zumindest von dem, was ich gesehen habe, das sah schon relativ stark nach Wolf aus. Und das ist jetzt auch, ich sage mal so, es gibt genug Wolfsrudel um Bremen herum, dass sich da möglicherweise mal einer verirren könnte. Also, ich hoffe nur so ein bisschen, dass sie nicht die, oder eine der doch relativ üblichen Lösungen dann nehmen, indem sie ihn abknallen. Ich habe es jetzt auch schon nicht, ich habe es jetzt auch gar nicht mehr weiterverfolgt. Vielleicht ist es auch wieder aus der Stadt raus, keine Ahnung. Aber das, das finde ich halt so das, was am allerwenigsten zielführend ist. Naja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich muss doch mal gucken. Irgendwann verfolge ich so Sachen im Normalfall nicht mehr unbedingt. Oder sie werden halt wieder einfach uninteressant. Und dementsprechend werden sie nicht mehr ausgespielt. Warum auch immer. So. Gut. Aber, jetzt mal von Wölfen und Hunden und Wildschweinen hin zu dem, was wir eigentlich vorhaben. Nämlich, ich habe da so ein Spiel in der Hinterhand, dessen Namen ich jetzt gerade fast vergessen hätte, obwohl ich ihn quasi vor mir auf dem Monitor sehe. Das ist, wow. Mein Hirn, ne, ist schlimmer als alles, was man sich vorstellen kann. Ähm, ja. Das Spiel nennt sich Telos Principle 2. The Telos Principle 2. Hat großartige Musik, wenn ich mich richtig erinnere. Und sieht so aus. So. Und da sind wir im eisigen Norden unterwegs. Und, äh, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Schmerzen vom letzten Mal an das eine Level, das dann doch etwas länger gedauert hat. Weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. Naja. Das, äh, nun. Warum ist denn das so lila? Ach so, wegen dem, ja. Wegen dem. Ich dachte gerade, lila ist nämlich auch so eine Farbe, die gerne mal vorkommt, wenn irgendwie ein Grafikglitch oder so auftritt. Äh, ne. Passt. Ähm. Es war tatsächlich, das lila hier ist Programm. Ja. Äh, genau. Kurze Zusammenfassung dessen, was passiert ist. Wir haben den Osten komplett erkundet. Hallöchen Baumi. Hi. Ähm. Wir haben den, 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 den Osten komplett erkundet. Sind dann dementsprechend, äh, oder was heißt dementsprechend? Stopp. Wir sind danach in die Pyramide gekommen. Also in die Megastruktur. Das war sehr, sehr cool. Das war, also das war wirklich cool. Das war sehr beeindruckend. Und danach haben sich zwei Wege nach Norden geöffnet. Ich hab mich einfach mal spontan für die öde Insel entschieden, weil das ist Nord 1 und nicht Nord 2. Ähm, ich würde sagen, wir machen das einfach mal so ein bisschen in Reihenfolge. Und dann haben wir festgestellt, hier ist kalt. Hier ist richtig kalt. Also richtig, richtig, richtig kalt. Gut, das macht uns als Androide glücklicherweise nicht so wahnsinnig viel aus. Was aber auch sehr, sehr spannend ist, ist die Tatsache, dass wir, und ich habe vergessen, wie es geht, ähm, das war der Bohrer, dass wir, genau, jetzt plötzlich Körper tauschen können. Also hier stehen überall in den Rätseln andere Androiden rum. Und wir können hier lustig durch die Gegend springen. Auch wieder zurück zu uns. Das ist richtig wild. Und von der Story her scheint sich, oder hat sich inzwischen rausgestellt, dass Athena, die Gründerin der Stadt und der Zivilisation hier, ähm, ne, die hat ja quasi die Leute hier zurückgelassen und es abgehauen. Niemand weiß so wirklich wohin. Und die hat offensichtlich außerhalb der, oder außerhalb von Neu-Jerusalem in irgendeiner Art und Weise weitergemacht. Ob sie jetzt diese Rätsel hier geschaffen hat, das ist nochmal eine andere Frage. Das kann man, glaube ich, noch nicht so 100% beantworten. Oder ob die Strukturen an sich schon da waren, aber die Rätsel noch nicht, keine Ahnung. Aber offensichtlich hat sie auch eine Technologie erschaffen, mit der sowas hier, diese, ne, diese, diese Körpererschaffung, ne, relativ leicht wird. Bis hin zu, naja, ähm, so leicht, dass man quasi nicht mehr ein Dreivierteljahr oder so braucht, bis ein einziger Androide irgendwie geboren werden kann. Ähm, und gleichzeitig hat sich herausgestellt Miranda, von der wir schon ein, zwei Mal, Sachen gehört oder gelesen hatten, scheint ihre Tochter zu sein. Also, gut, eigentlich weniger Anführungszeichen, als man jetzt gerade denkt. Aber irgendwie hat sie sich hier offensichtlich häuslich niedergelassen. Man weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es hoffentlich noch irgendwann rausfinden. Warum ich sage gerade, das Spiel wird immer cooler, das glaube ich sofort. Jetzt schauen wir mal, was uns hier noch so erwartet. Also, ja, ich, ich, es gab ja schon mal den Versuch, mit Neu-Alexandria eine zweite Stadt zu gründen, was ja dann, glaube ich, in einem kaputten Reaktor und in einer großen Explosion geendet ist. Das war ja nicht ganz so, so erfolgreich, wie man sich das, äh, gewünscht hatte. Ähm, ich glaube, Alcatraz hat das mitgemacht. Byron kennt das auch. Byron läuft da übrigens gerade auch rum. Und, nun, ja, gucken wir mal, was uns noch so alles erwartet. Also, diese ganze Geschichte mit Afina ist weg und Miranda ist plötzlich da. Ich finde es super spannend und ich bin sehr, 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 sehr neugierig, wie es so weitergeht. So, und da Byron hier gerade rumläuft mit seinem kleinen Hightech-Rucksack, äh, quatsche ich den jetzt einfach mal kurz an. Hi. Hey there, 1K. Hallo. Oh mein Gott, das ist ein langes Gespräch. Ja, genau, ne, wir hatten irgendwie, also, stimmt, 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 stimmt. Es gibt, glaube ich, auch noch gerade die Vermutung, dass Afina auf dieser Insel hier ist. Ähm, also auf dieser, nicht in diesem Gebiet auf dieser Insel, aber auf der Insel grundlegend. Vielleicht lebt sie in der Megastruktur. Wer weiß, wir werden es hoffentlich rausfinden. So, äh, aber erst mal, wie gesagt, mit Byron Crutchen und wenn Afina nicht auf der Insel ist, äh, mal den Worst Case, ähm, ansprechen. Dann, at least, we may be able to find out, what happened in New Jerusalem. Why she came here. But I don't think she left the island. I think she's still here, waiting for us to make the right choices. Okay, das ist eine, äh, eine, 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 äh, Folgefrage quasi. Was, wenn alles nur ein Trick ist? Hm, weiß ich nicht. Ich hoffe, du hast recht. Warum glaubst du das? Das, das würde mich interessieren. Hm, okay. Okay. Ja, spannend. Spannend, spannend. Warum glaubst du, dass es mehr Leute geben sollte? Das spielt sehr wahrscheinlich auf dieses Ziel an, auf das die hingearbeitet haben. Wir sind ja 1K. Unser Name kommt ja nicht von ungefähr. Wir sind der tausendste Androide, der jetzt geboren wurde, in dieser, in dieser neuen Menschheit. Und, äh, ich meine, Byron war auch der Meinung, dass mehr nicht schaden würde. Gucken wir mal. Ich denke, jeder Mensch ist völlig unig. Und jeder Instanz der Bewusstsein ist ein Miracle. Hm. Je mehr von uns gibt es, desto mehr ist das Universum. Und je mehr wir alle interagten mit uns, desto mehr komplexer das Leben des Universums wird. Also, ich glaube, dass Leute ein grundsätzliches Gut sind. Ich glaube nicht, dass wir alle schade, aber ich denke, dass jeder von uns wichtig ist. Precisely, weil es nichts anderes macht. Hm. Okay. Interessante Ansicht, ja. Oh mein Gott. Leute, ihr müsst heute nicht mal die Kanalpunkte ein, äh, die Kanalpunkte opfern für einen Witz. Äh, Byron, erzähle einen Witz. Okay. How many robots does it take to change a lightbulb? Keine Ahnung, wie viele? Replacing a lightbulb is a waste of resources and the founder would be outraged. Ganz ehrlich, unser Sprach-Service aus der Nachbarschaft ist inzwischen... Wow, schlägt sich eigentlich gar nicht so schlecht. Uff. 10K sind ja zu viel für Alexas Flachwitze. Ja, das ist Schmerzensgeld. Das ist Schmerzensgeld. So, okay, gut. Ja, das ist, äh... Nun, wir, wir, wir wissen mittlerweile wenig... Ja, wie gesagt, es ist, äh... Das, was mit den Kanalpunkten herumkommt, ist nicht so schlimm wie das hier gerade. So, äh, glaubst du, jemand könnte die Megastruktur-Technologie missbrauchen? Spannende Frage, ja. Could be? Ja, of course. All technology has the potential to be misused. From fire and the wheel to... Whatever makes these particle clouds. But that doesn't mean it has to be. Mhm, mhm, okay. Hast du die Menschheit je angezweifelt? Warte mal, ich hab das Gefühl, dass die Musik wieder zu laut ist. Die Sprache passt von ihm, aber die Musik ist wieder zu laut. Ich dachte eigentlich, ich hab die schon so massiv runtergedreht. Äh, egal. So, hast du die Menschheit je angezweifelt? In the principle of it, no. It... It's not just that I believe humanity is fundamentally good. Although I do. It's that I think sentience is the foundation of everything else. What's the point of stars and galaxies? Of hills and forests? Without someone to perceive them. But... My faith that we can actually grow up, that we can break out of these loops and take control of our destiny, that's something I struggle with every single day. Okay. Spannend, spannend. Ähm... So, Musiklautstärke muss ich gleich nochmal prüfen. Ich hab das Gefühl, die ist wieder irgendwie hochge... hochgegangen, warum auch immer. Äh, wie wurde Bürgermeister Herman... Herman Newbis gewählt? Das ist eigentlich auch eine spannende Frage. Wir wissen nicht, wie es dazu kam, dass die einen Bürgermeister haben. Er ist halt da. Ja. Honestly, I think he makes people feel safe. The world beyond our walls is frightening. Human history is full of failures and disasters. It's easy to look at that in recoil. Herman offers a vision of the future that feels... contained... manageable. Okay. Okay. Es ist so schlimm. Das ist eine Fantasie. Das Leben ist immer im Kampf. Aber was opfern wir für diese Sicherheit? Das ist eine Fantasie. Ein goldenes Zeit, als das nie existierte. Es ist... Es klingt schon ein bisschen so von Byron, als würde ihn das etwas wurmen, ne? Musik ist leise, aber okay. So echt, ich hab... Also jetzt gerade ja, aber ich hab sie vorhin wieder leiser machen müssen. Weil ich das Gefühl hatte, dass ich dagegen anscheinen muss. Ich guck aber trotzdem gleich mal in die Settings dann. So, äh, ist das so schlimm? Mit der Sicherheit. For a little while? No. Everyone needs periods of rest. But as a permanent choice? Yes. I think it's regression. Decay. Hm. Also quasi auf den Lorbeeren ausruhen, ja. Ja, interessant. Was außer der Technik könnte für die Auslöschung unserer Vorfahren verantwortlich sein? Du findest die Lautstärke okay? Ja, gut. Sehr schön. Dann gucken wir mal, bis das eine Lied wieder läuft. Hahaha. Äh, genau. Was außer der Technik könnte für die Auslöschung unserer Vorfahren verantwortlich sein? Naja. Ein Virus. Ein... Because they refused to grow up. Oh. They refused to take control of their lives. They let bureaucrats and financiers determine their destiny. And those people could not think beyond themselves. Beyond the tiny, insignificant moment they were trapped in. Their technology could have saved them. But what really failed them was their imagination. Okay. Das ist... sehr konkret, was er da sagt. Äh, ich würde aber zustimmen. Definitiv. Welche Bedeutung hat Melvils Analyse der Teilchenwolken? Hm, ne große wahrscheinlich. Athena war immer wieder zu verstehen die Realität unter dem, was wir sehen, die objective Wahrheit. Das ist, warum sie es möglich war, zu verlassen der Simulation. Und sogar nachdem sie frei war, sie nie zuhörte, zu mehr zu verstehen. Ich glaube, ihre Forschung hat sie einen Schritt näher zu verstehen, die Wahrheit. Und solche Schritte immer schlägt unsere Konzeption des Universums. Aber das ist die wunderbare Sache über die Wissenschaft. We can adapt our views to the evidence. Hm. Ich bin gespannt, ob wir diese Wahrheit rausfinden, von der da gerade gesprochen wird. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Möglicherweise auch erst im dritten Teil vom Spiel. Wer weiß, der ja schon angekündigt ist. So halb. Glaubst du an die Existenz von etwas Erhabenem oder Transzendentem? Sprich, glaubst du an Gott? In the sense of an interventionist deity? No. Well, I wouldn't rule out the possibility, but it's not something I personally believe. But I do think there is something genuinely sublime in this universe, and it's right in front of us. Consciousness. The fact that this sense of self is even possible, that an arrangement of matter can produce a self-aware mind? Think about it. It's a fundamental property of the universe, an unbreakable law, that matter has the inherent capacity to become more than the sum of its parts. That is the definition of Transcendence. Da hat er gar nicht so unrecht. Da hat er gar nicht so unrecht. So, man sieht das ja im Tierreich auch relativ häufig, dass sich, äh... Ne, ich meine, er halte verschiedenen Tieren mal einen Spiegel vor. Manche checken das, dass sie das selbst sind. Äh, Hunde zum Beispiel können das. Bei Katzen bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Manchmal glaube ich ja. Aber so, so... Die meisten erkennen sich nicht selbst, ne? So diese, diese Selbstwahrnehmung ist schon... Eigentlich ja. Eigentlich, eigentlich spannend, ja. Es ist nicht so falsch, das als Transzendenz zu bezeichnen, glaube ich. So, und mir ist aufgefallen, dass Miranda Athena Mutter nannte. Ja, das ist mir tatsächlich aufgefallen. She did, yes. Ist das üblich? Some people in New Jerusalem choose to live in family units. Oh. Although, usually, that involves marriage or equivalent ceremonies not having children. You could say that Athena was a kind of mother to us and Cornelius a kind of father. But it's not quite the same. Okay. Ja, spannend. Dann ist also die Bezeichnung doch irgendwo was, was Besonderes an der Stelle. Kinder auch, glaubst du auch erst so ab drei bis vier Jahren. Ja, das ist halt dann so die, die, die Zeit wahrscheinlich, in der sie sich darüber gewahr werden oder ihrer, ihrer Umgebung wirklich bewusst werden, ne? So, also ich, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kann es nicht wirklich, äh, nicht, nicht wirklich beurteilen. Ähm, aber das wäre so, ne? Wenn das Gehirn weit genug entwickelt ist, äh, dass man sich halt, ja, über, über Dinge irgendwie bewusst wird. Wenn auch noch nicht, also, wenn auch noch nicht wirklich bewusst, bewusst, aber halt so, ne? Äh, ich, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Hahahaha! Das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, glaube ich. So, äh, vier, fünf, sechs stehen noch aus. Das heißt, wir laufen mal so langsam darüber. Aber andererseits muss man ja bei Menschen sowieso sagen, wir kommen ja wahnsinnig unterentwickelt auf die Welt. Ähm, und wenn mich nicht alles täuscht, liegt das sogar an unseren großen Köpfen, weil große Gehirne und so. Ähm, ich, ich meine, das liegt tatsächlich daran. Das ist Melville. Ich glaube, mit der haben wir schon gequatscht. Wir reifen ja erst außerhalb vom Mutterleib dann erstmal noch so, so ein bisschen voran. Ich glaube, so könnte man es fast bezeichnen. Hahahaha! Wir entwickeln uns halt erstmal so, so, so. Ja, wir, wir entwickeln uns halt erstmal. Ne? Ich, ich meine, die meisten, Tierchen und was weiß ich, können halt, ne? Ich meine, schaut euch mal ein Pferd an. Das, äh, kann quasi 15 Minuten, nachdem es auf die Welt gekommen ist, äh, laufen. Wir nicht. Ah! Warte! Stopp! Ah! Das ist ein Stern! Stern, Stern, Stern! Stopp! 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 Fuck! Wo soll er hin? Fuck! Wo bist du hin? Ich hab dich voll aus den Augen verloren, aber komplett. Äh! Oh! Achso, das ist die Nummer 5. Ja, gut. Warte mal. Bist du respawned? Wir müssen halt nicht von Minute 1 an, um das Überleben, äh, mehr kämpfen. Wir haben ja Zeit in der Regel. Jaja, klar, das ist, ne, ne? Das ist auch Teil von dem Ganzen. Logisch. Ne? Wir, äh, wir haben glücklicherweise einen evolutionären Vorteil, was das angeht. Ähm, aber es ist halt trotzdem krass, weil wir halt einfach so, ne? Man könnte sagen, wir sind halt nicht fertig gebacken. Natürlich in Oro mit Giraffen haben den brutalsten Start ins Leben. Ja, die fallen ja erstmal gefühlt zwei Meter durch die Gegend, ne? Ich, ich meine, ich hab das schon mal gesehen in der Doku. Das ist, ja, das ist tatsächlich brutal. Das ist wild. Das ist tatsächlich wild. Wo ist denn jetzt diese Partikelwolke hin, verdammt? Ich hatte gehofft, dass die hier respawned. Ähm, so von wegen, wir haben sie verloren und jetzt ist sie wieder da. Aber möglicherweise steht die auch einfach jetzt, ach so, die ist wahrscheinlich da hinten. Ich meine, guckt mal. Ja, die ist sehr wahrscheinlich dahinter geflogen. Dann laufen wir erstmal dahinter, bevor wir die Rätsel lösen. So, wir laufen erstmal da zur, zur Statue. Es kann ja dann eigentlich nur eine Prometerstatue sein, wenn da so ein Ding hinfliegt. Äh, wo, wo ist denn hier der Weg? Da. Sehr gut. Du hast so ein Entwicklchen, gerade auf dir schlafen. Ja, ja, ne, es ist, es ist halt schon, schon krass, wie, wie lang wir unselbstständig sind und, äh, ja, es ist wild. So im Vergleich zu allem anderen. Dafür haben wir als, als Menschen natürlich andere Vorteile, die uns halt schon auch irgendwo, ne, jetzt mal, der aufrechte Gang ist einer, davon, aber halt auch dieses hochentwickelte Gehirn. Ob wir es nutzen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber so prinzipiell, so prinzipiell haben wir eigentlich die besten, äh, Voraussetzungen für alles Mögliche. So, da ist Dingens, äh, wo, wo, wo ist denn jetzt unser Stern hin? Napalm? Nein, nicht Napalm! Nicht schon wieder! Schau mal, ob du das blaue Teil siehst, das wartet immer wieder. Das wartet? Toll! Jetzt warte ich darauf. Äh, finde mein Geschöpf und folge ihm, bis es dich zu mir zurückführt. Okay, cool. Ähm, wartet das? Ich hab nicht mitbekommen, dass das wartet. Suchen. Ja, das, nun. Aber es war weg. Es war einfach weg. Aber stimmt, es hat, das erste, das wir gefunden hatten, hat auch gewartet, bis wir das, äh, das, das Brückenrätsel gelöst hatten. Oder die, die Tetris-Steine, äh, die Tetrominos richtig angeordnet hatten. Da war was. Ja, okay. Ja, Moment. Bäh. So, das kann ja eigentlich nur hier auf dem Weg sein, ne? Ich glaube nicht, dass uns das irgendwie querbeet ein durch die Gegend führt. Ja, gucken wir mal. So. Wo war denn das, äh, hier oben, glaube ich, habe ich es das letzte Mal gesehen. Oder auch nicht. Warte mal. Verarsch du mich. Du bist im Rätsel. Oder ist das was anderes? Ha! Ha! Okay, das habe ich gesehen, aber ich habe es, äh, nicht, nicht realisiert, dass es das ist. Oh. Okay, ja gut, dann, dann machen wir jetzt das Rätsel, ne? Ja, gut, ähm, das ist, das ist spannend. Das ist sehr, sehr spannend. Gut, äh, jetzt lass mal, jetzt lass mal, lass mal gucken, ähm, so, ich nehme mal dich hoch, und dann kann ich schon mal hier hingehen. So. Dann kann ich dich übernehmen, damit du da rauf springst und da rauf springst. Dann wiederum kann ich dich übernehmen. So. Dann kann ich dich wieder übernehmen. Das hat es noch nicht so viel gebracht, wie vermutet. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen da rauf. Müssen wir den jetzt irgendwie noch auf unsere Schulter nehmen? Hallöchen, böse Alte. Hallöchen, Twilly. Hallo, hallo. Noch nicht gelöstes Rätsel. Ja, diese Seite von der Insel haben wir uns noch gar nicht wirklich angeschaut, ja. Die haben wir noch nicht so wirklich gesehen. Ähm. Jetzt pass mal auf. Haben wir hier noch so ein zweites Ding? Müssen wir hier müssen wir hier so ein richtiges Sandwich bauen? Quasi. Ah. Oh, nee. Das ist jetzt, äh. Okay, dich kann ich jetzt hier wieder wegnehmen. So, pass auf. Meine Idee war jetzt gerade, dieses Ding da zu schnappen, aber das klappt halt nicht. Was ist denn das überhaupt? Kamera? Ja, das ist noch so ein Ding. Das ist noch so ein Ding. Irgendwie müssen wir da rankommen. So geht's nicht. Okay, warte mal. Lass mal richtig nah hier dran gehen. Ich habe übrigens überhaupt nicht geguckt, wie das Rätsel heißt. Okay, nee. Das bringt uns noch nichts. Irgendwie müssen wir da hochkommen. Ich sehe jetzt zumindest gerade sonst auch nichts. Warte mal. Hier her springen. Wohin springen? Wo willst du hinspringen? Wo willst du hinspringen? Ach so, weil ich jetzt... Ja, ich stand nicht mehr wirklich drauf, ne? Warte mal. Das da sieht so aus, als könnte man da springen, aber das ist auf der gleichen Höhe. Das Rätsel hieß Überlegenheit. Ja, okay. Okay. Das wirkt jetzt noch nicht ganz so, als könnte ich damit was anfangen. Das ist noch so... Nope. Okay, ich kann mich da nicht draufstellen. Du hast vorhin das erste Mal Plasma spenden, nachdem ich dir gesagt habe, wie schlecht es dir gehen könnte, weil du zu wenig gegessen und getrunken hattest. Machst du dir echt Sorgen, aber du bist wie ein Turnschuh. Äh, das ist... Plasma spenden ist vom Verfahren her nicht so anders als Stammzellenspenden, was ich schon gemacht habe. Ähm, das ist... Ja, ich habe das auch alles gehört. Mir ging es auch hervorragend danach. Es hieß irgendwie, es kann natürlich sein, dass ich an dem Abend dann, wo es war, dass mir irgendwie auch ein bisschen schlecht wird oder sonst was, äh, und so weiter und so fort. Aber das ging alles ohne Probleme. Also... Ich hatte da glücklicherweise auch sehr, sehr wenig bis gar nichts. Also, vielleicht hast du einfach Glück. Vielleicht hast du einfach Glück. Aber nice, dass du Plasma spenden warst. Sehr, sehr cool. Das vergisst man gerne neben Blutspenden, äh, aber das ist auch durchaus wichtig, dass man das mal tut. So, jetzt übernehme ich dich mal kurz und setz mal kurz den Würfel dahin. Hier ist... Oh, warte mal. Oh mein Gott. So halt, ne? Jetzt können wir da raufspringen. Jetzt können wir den da machen. Dann können wir dich nehmen. Ha! Ha, ha, ha. Da ist sie. Aber wie kriege ich jetzt dich da drauf? Oh, verstanden. Ja, okay. Okay, 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 okay. So. Pass auf. Dich kann ich wieder wegnehmen. Dich stelle ich jetzt einfach mal da hin. So, dich. Ach so, okay, ich dachte eigentlich übernehmen den Dingens. Vanessa, bis gleich. Bis gleich. Äh, ich glaube, dich muss ich als erstes übernehmen, glaube ich. Nee. Dich muss ich übernehmen. Du musst jetzt einmal hier oben drauf. So. Dann darfst du hier erstmal weggehen. Du bist derjenige, der sich da hinstellt. Dann übernehme ich dich wieder. Du springst jetzt hier oben drauf. Dann übernehme ich dich. Damit du dieses wunderbare Robo-Sandwich hier da hinpackst. Dann kann ich mich einmal zum obersten durchhangeln. Und wir sind immer noch nicht hoch genug. Das ist doch jetzt ein Witz. Wir sind immer noch nicht hoch genug. Äh, gut. Ja, super. Das, äh, nun. Das heißt, der Würfel muss tatsächlich auch schon hier stehen. Ähm. Das wiederum heißt, du kannst noch mal hier runterlaufen. Aber das müssen wir nochmal neu stapeln. So. 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 Dann da. Ähm. Ah ja, genau. So rum. Dann du einmal darauf und einmal darauf. Dann wieder auf den untersten. Du musst jetzt auch nochmal da hoch springen. Dann einmal nach oben zuppeln. Jawohl. Na, geht doch. Ha! Sehr schön. Hallo, King Gnu. Hallo, hallo. So. Privatnachricht. Oh. Das kann ja eigentlich nur 666 sein. Kind, zwei Minuten Powernap vorbei. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, je. Ja, so schnell kann es gehen, ne? So. Hier dürfte es aber so reichen. Hoffe ich. Hi. So. Deswegen sind wir hier. Hi, Byron. Bye, Byron. Okay, du wartest tatsächlich auf mich. Das finde ich sehr, sehr nett. Warte mal, warum fliegst du zu dem Rätsel da hoch? Gut, alter Byron. Byron ist toll, ja. Aber Melville ist, äh, Melville ist MVP. Hier. Du fliegst schon wieder in dein Rätsel. Oh. Nee, du fliegst. Hinter. Hinter das Rätsel. Moment. Wir kümmern uns noch um das Rätsel, aber nicht jetzt. Okay, 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 okay. Wir nehmen, wir laufen also doch so ein bisschen querfeldein. Ich dachte eigentlich, das würden wir nicht tun, aber hey. So. Ich hoffe, du kommst hier oben wieder raus. Hallo? Ah. Wo ist es denn jetzt schon wieder? Ähm. Ja, nee. Ist direkt nach oben geflogen. Okay. Sehr gut. Du sagst doch, das Teil trollt ein. Ja. WTF? Was soll denn das? So, jetzt. Nice. So, Stern Nummer 1. Wunderschön. Wunderschön. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Sehr schön. Gut. Hervorragend. Dann müssen wir nur noch den Stern da drüben lösen und das war ein Rätsel, das mir noch gar nichts sagt. Äh, da kümmern wir uns aber später drum. Nennen wir sie ab sofort Trolle Teilchen, Teilchenwolken. Trolle Teilchenwolken. Mh, schön. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Du, wie fandest du das Spiel? Bist du schon durch? Wenn du hier schon eine Weile dran vorbei bist am Norden? Bist du definitiv weiter als wir hier? Das ist letztens auch mal durchgespielt auf 100%. Ja, das wird hier wahrscheinlich auch passieren. Das wird hier wahrscheinlich auch passieren. Traulige Wölkchen. Ja. Ach, warte mal. Das ist ein... Oh, das ist ein verlorenes Rätsel. Oh. Nice. Du bist gerade Süden 2. Gut, jetzt keine Ahnung, ob vorher noch Westen kommt. aber... Nice. Durchmarsch heißt das hier. Okay, gucken wir mal. Da ist jemand für uns. Deine Steuerung kann ich auch übernehmen. Du musst Essen suchen. Ja, aber dann hopp, hopp. Das geht ja nicht, ne? Zuerst Süden. Du hast es kein Spoiler. Nee, das ist... Das passt. Damit kann ich leben. Oh, hi. Hallo. Damit kann ich leben. Dass ich das weiß. Die Rätsel waren gar nicht so schwer im Durchschnitt. Frag mich das mal. Also im Großen und Ganzen glaube ich, bin ich da schon auch durchaus dabei. Wobei das letzte Rätsel schon auch gezeigt hat. So, hoppala, ne? Wieso Third Person? Warum nicht? So sehe ich mehr. Also nicht wirklich, aber... Komm ich da durch? Nee, wäre jetzt zu schön gewesen. Ich mag's, dass man den Roboter sieht. Ich weiß nicht, warum... Ich spiele gerne in Third Person. Das ist einfach so eine... So eine persönliche Präferenz. So, dala. Lass mal kurz gucken. Komm ich da irgendwie durch? Nee. Komm ich hier irgendwie durch? So, ich hab das Gefühl, dass ich dicht nach draußen zuppeln muss. Ich stehe auf Androidenhintern. Das hab ich nicht gesagt. Nicht mal ansatzweise. Ich finde es immer noch super, dass in deiner aktuellen Hörbuchreihe die IT-Abteilung der Firma des Hauptcharakters ein echter Troll ist. Also so Rassetroll. Was ist das für ein Hörbuch? Weil irgendwas... sagt mir das. Gefühlt. Irgendwie kommt mir das gerade bekannt vor. Na, shit. Okay. Na, warte mal. Nee, ich kann nur dich stören. Hm. Hm. Ja, warte mal. Warte, 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 warte. So rum. Äh, Störsender nehmen. Dahin. Dahin. So, das kann ich zwar dich hier stören, aber ich bin halt hier auch drin. Ähm, das ist jetzt nicht ganz das, was ich wollte. Monster Hunter? Nee, okay, nee, das sagt mir doch nichts. Die Rassel sind von einer Menge an Elementen nicht schwer, weil man weiß, was man in welcher Reihenfolge machen muss. Aber das Schwere ist, erstmal den Trick rauszufinden, um den richtigen Zug in der richtigen Reihenfolge zu finden. So wie bei mir letztes Mal mit der Lösung. Und was war jetzt das Problem? Ja, ja, ist so, ja. Du wirst sogar sagen, dass du die Rassel zu einfach fandest. Ganz am Ende kamen ein paar etwas schwerere, aber nicht so viele. Er hängt aber, glaube ich, auch immer vom, vom, äh, vom Level ab. Also vom, vom, vom eigenen Level, das man so hat, ne? So prinzipiell weiß ich jetzt gar nicht. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie leicht sind. Ich bin auch definitiv nicht der Rätselmaster. Also ich rätsel gerne, aber ich bin da jetzt auch nicht unbedingt der, der da wahnsinnig gut drin ist. Muss man das auch mal dazu sagen. Das funktioniert so nicht. Warte mal. Oh. Ah, lol. Also doch so. Okay, ja dann, äh, nice. So. Ähm. Also grundlegend. Grundlegend finde ich es eigentlich gut, dass die Rätsel so zugänglich sind. Weil damit das Spiel einfach eine deutlich, deutlich höhere Zielgruppe erreicht. Und, äh, ich sag mal so, sie sind jetzt nicht, sie sind jetzt nicht super einfach, sie sind jetzt aber auch nicht extrem fordernd. Im Normalfall. Schon, schon ein bisschen tricky. Mehr so in Richtung, was war jetzt, ja, was war jetzt so, so das Problem, aber... So, dass man sich am Ende eigentlich eher selbst aufs Hirn hauen will. Aber ich, ich finde es eigentlich ganz angenehm, so wie es ist. Bin ich, bin ich ganz ehrlich. Und dann kann ich ein Hallo gehen. Hallo, hallo. Äh, deshalb ist es gut, mit eins anzufangen. Du hast das Gefühl, mit eins lernt man und dann wird es etwas schwerer. Ja, wo, wobei... War eins nicht irgendwie grundlegend schwerer, gefühlt? Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der erste Teil grundlegend schwieriger war. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass da so, so, so viel Neues war und man sich jetzt hier einfach doch auch so, so ein bisschen schon an die Art der Rätsel gewöhnt hat. Das kann ja auch sein. Das Geschenk. Aha, okay. Okay, 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 okay. Haben wir hier irgendwo... Haben wir hier irgendwo einen Freund rumstehen? Der uns hilft? Wir haben dich da rumstehen. Führt dann Kabel hin? Nee. Kein Kabel. Au. Au. Au, 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 au. Warte mal. Ach, da oben ist einer. Hallo. Au. 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 Also du meinst immer eins als erstes Rätseln in dem Gebiet. Ach so. Ja, okay. Ich habe das gerade voll auf den ersten Teil bezogen. Hat man vielleicht gemerkt. Äh, ja, nun. Ja, nun. So. Oh, 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 oh. Oh, ja, oh. So. Aber ja, das stimmt schon. Das erste Rest ist immer so ein bisschen Einführung in das Ganze. Und danach wird es dann im Normalfall passiert halt alles darauf. Was ich jetzt aber halt auch nicht so doof finde, wenn ich ehrlich bin. So. Man muss halt einfach nur das erste Rätsel auch als erstes machen. Das ist so, ja, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt auch nicht unbedingt tue. Ja, warte. So, das bringt mir jetzt aber bisher nur so bedingt etwas, behaupte ich jetzt mal. Na wohl, warte. Also, ich kann mich jetzt nochmal übernehmen. Dann kann ich den Tetraeder nehmen. Und den da draufstellen. Reicht das, um mir den zu schnappen? Ja. Okay. Cool. Sehr cool. So, ich glaube, damit haben wir, äh, Rätseltechnisch hier alle abgeschlossen. Lass mal kurz auf die Karte gucken. Moment. Social Media und so steht auch noch an. Rätsel Nummer 6 ist noch offen. Oh. Ich dachte da, äh, ja. Und natürlich, ähm, 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 der Stern noch. Ne? Jetzt gucken wir mal ganz kurz. So, wartet mal. Irgendwo war doch hier was, was Neues, oder? Hier. Spektakulär von Jakut. Ich verstehe nicht, welchen möglichen Zweck dieses, äh, diese Struktur haben könnte. Doch sie ist sehr, sehr beeindruckend. Moment. Könnte vielleicht genau das jetzt weg sein? Bloß beeindruckend sein? Manchmal, ja. Die private Nachricht. Genau, die auch. Lineax. Oh, das ist wahrscheinlich, oh, das ist die, die uns von, von, von Doge vermittelt wurde. Die, der, ich weiß es gar nicht. Oh. Oh. 587. 1K, ich bin Lineax. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Doge meinte, wir konnten gut zusammenarbeiten. Angesichts der Fehler in deiner Analyse, ziemlich überraschend. Aber ich bin mir sicher, es waren nur Startschwierigkeiten. Ey, was heißt da Fehler? Ähm, äh, nun, äh, worum geht's hier? Das ist die eigentlich spannende Frage. Ich bevorzuge Menschen, die Fakten über ihren Glauben stellen, deshalb bin ich sehr direkt. Die Machthaber ziehen es vor, den Status quo beizubehalten. Sie würden es vorziehen, wenn du der Leste unserer Art wärst, als neue Wege zu beschreiten. Sie ignorieren schwierige Fragen lieber, als auf unangenehme Antworten zu stoßen. Aber ich kann nicht akzeptieren, dass es falsch ist, unser Wissen zur Lösung von Problemen einzusetzen, die vor uns liegen. Ohne technische Lösungen, Lernen, Wachstum und Fehler wären wir nicht hier. Genau deshalb sind wir hier. Äh, ja. Doch, definitiv, ja. Da bin ich bei dir. Ich weiß, dass wir beide hoffnungsvoll für die Zukunft sind und deine Expedition jenseits der Stadtmauern ist eine seltene Gelegenheit. Genau deshalb kontaktiere ich dich. Aber bevor wir dazu kommen, ich weiß, dass du neugierig bist. Was würdest du gerne wissen? Wer bist du? Wir fallen einfach direkt mal mit der Tür ins Haus. Wer bist du? Ich bin die Chefingenieurin für Hydrodynamik. Oho. Unsere Stadt wird mit Wasserkraft betrieben. Wir wären besser dran, wenn wir Atomreaktoren bauen würden, aber ich leite ja nur den Damm, unseren Geburtsort und Lebensquell. Also was weiß ich schon. Aber vielleicht haben sie recht. Wenn wir mehr Energie hätten, würden wir vielleicht so schnell wachsen, dass wir ersticken. Also, äh, Aber lieber würde ich das versuchen, als immer nur Lecks zu stopfen. Okay. Ja, ich kann, ich kann es nachvollziehen. Dann der Sassteil von Funhall Funst auch. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Wo bist du? Ich würde ja sagen, beim Damm in der Nähe, aber ganz sicher bin ich mir jetzt da auch nicht. Knie tief im Flusswasser und Blechdosen aus der überlaufenden Schleuse aus der überlaufenden Schleuse acht zu fischen. Aus der Vorfahren haben Blechdosen geliebt. Ja, das ist leider richtig. Warum bist du? Hm, weiß ich jetzt nicht. Das geht jetzt schon, äh, nun, äh, wie war das gerade mit den Fakten über Glauben? Ich frag trotzdem mal. Ganz, ganz doof, äh, einfach, ne. Ich beschäftige mich mit Physik, nicht mit Metaphysik, aber ich versuch's mal. Ich nehme an, am Anfang war nichts, aber auch nichts, äh, aber auch nichts deutet auf etwas hin und die Nullen und Einsen wurden immer komplexer, bis schließlich du und ich auftauchten. Das ist mehr Erklärung, als ich jetzt erwartet hatte. Deutlich mehr. Okay, ich will nur wissen, was du mit mir vorhast. Wie wie, Vanessa? Die Insel, die ihr erforscht, wirkt Wissen, dass die in unserem weit voraus ist. Man wird viel Druck auf dein Team ausüben, um es geheim zu halten, aber wir alle haben ein Recht auf diese Geheimnisse. Wir werden es, äh, wir verdienen es, zu lernen und zu wachsen. Ich möchte nur, dass du deine Arbeit mit der wissenschaftlichen Einstellung angehst, mit der du programmiert wurdest. Stelle Fragen, sei offen für Antworten, die deine Thesen in Frage stellen. Aber wenn deine Erkenntnisse Konsequenzen für uns alle haben, darfst du sie nicht für dich behalten. Okay, wir sind schon auf moderne Technologien gestoßen. Oh ja. Oh ja. Ich weiß, Byron und ich warten schon, äh, warten schon eine ganze Weile auf diese Gelegenheit. Du wirst bestimmt noch mehr herausfinden. Ich wünschte, ich konnte im Gegenzug alles, was ich weiß, mit dir teilen, aber die Zeit wird kommen. Vorerst möchte ich dich bitten, unsere Beziehung für dich zu behalten. Die Abläufe in Neu-Jerusalem sind bereits kompliziert genug. Und, was meinst du? Bist du gewillt mit mir zusammenarbeiten? Ja, doch. Doch, du scheinst mir ein, äh, du, du scheinst mir ich will jetzt nicht sagen, sympathisch zu sein, aber in Ordnung zu sein. Ähm, okay. Ausgezeichnet. Normalerweise gibt es eine etwas größere Zeremonie, wenn wir neues Mitglied willkommen heißen. Nichts Besonderes, nur ein dezentes Branding mit Wasserstoffperoxid. Aber das muss warten, bis du das nächste Mal in der Stadt bist. Ah, okay. Genug gequatscht. Willkommen bei Systemica. Warte, das ist, ist das eine Art Geheimbund? Warum bist du? Weil. Ja, richtig, exakt. Und ja, der Bot stimmt dir zu. Das, das, das tut er erstaunlich oft. So. Äh, es ist eine Art Geheimbund. So wirkt es zumindest gerade. Ich sehe es eher als Arbeitsgruppe für besondere Interessen. In der Wissenschaft gibt es nichts Wichtigeres als Transparenz. Gleichzeitig können wir uns nicht immer den Luxus erlauben, die Realitäten der Gesellschaft zu ignorieren, was manchmal Diskretion erfordert. Okay. Was ich damit sagen will, ich kann deinen Vorschlag zwar nicht widerlegen, aber ich würde davon abraten. Welchen Vorschlag? Okay. Achso, wegen, ja, ja, okay, das ist, nun, gibt es einen Geheimhandschlag? Nun. Die Androiden-Freimaucher, ja, echt jetzt. Gibt es einen Geheimhandschlag? Das wäre nice. Hm, ja, jetzt wurde es erwähnt. Aber eigentlich ist es ein zufällig generierter Code. 44 lachende Schlaflieder. Okay. Gibt es andere? Über andere Mitglieder von Systemica oder andere Gruppen wie deine? Ehrlich gesagt kann ich dir über beide nicht so viel erzählen, wie ich möchte. Aber es sollte klar sein, dass wir beide nicht einzigartig sind. Okay. Und gibt es Regeln? Außer erzähl den anderen, äh, oder erzähl nichts davon. Möchte man meinen, aber wir sind von gemeinsamen Idealen abhängig. Es ist zwar, es gibt zwar keine genauen Regeln, aber ich hoffe, dass wir einen Fehler erkennen, wenn wir ihn sehen. Okay. Danke, bleiben wir in Kontakt. Thread Ende. Das war ja... Ha. Ja, geil, wir sind jetzt Teil eines Geheimbunds. 7 GB Download für das neue Satisfactory Update. Und ich glaube, davon ist der wenigste Teil tatsächlich die Unreal Engine, die man runterlädt, sondern einfach die ganzen aktualisierten Assets. Also, ja, spannend. Ich habe Update 8 tatsächlich noch nicht runtergeladen. Ich habe es noch nicht gestartet. Aber das ist ja jetzt endlich im Early Access Branch. Hat auch, äh, tatsächlich lang gedauert. Also, gab ja auch einige Probleme auf dem Weg, wenn ich das so richtig mitverfolgt habe. Wenn das Byron rausbekommt, ach du, ich, ich, ganz ehrlich, ich schätze ihn so ein bisschen ein, dass der dabei wäre. Ich habe so das Gefühl, Byron wäre einfach, äh, ne, der, der wird mitmachen. Fast ein Jahr, oder? Ne, ein Jahr glaube ich nicht, aber schon eine ganze Weile, bis wir jetzt, äh, bis wir das jetzt mit, mit Unreal Engine hingekriegt haben. Also mit der Fünfer. Sie haben ja vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal ein Update gemacht auf, äh, Unreal Engine 5.2 direkt. Also nochmal ein Update im Update quasi. Also, es ist schon, schon ordentlich. Es ist definitiv schon ordentlich. Byron ist der Oberfreie Maucher. Es würde mich nicht mal wundern. Es würde mich wirklich nicht wundern, ne. So, äh, Stopp. Falsche, falsche Taste. Äh, lasst mal kurz gucken. Äh, Forschung. Wo war denn, äh, da. Das, ne, nicht das. Das war das, was wir jetzt hier irgendwie brauchen. Und ich bin immer noch nicht sicher, was es jetzt damit auf sich hat. Was genau will uns das Ding hier sagen? Was genau will es uns sagen? Fünf Monate? Ja, das, das klingt realistischer, ja. Du hast das Gefühl, die Frau ist beim Kind ins Bett bringen eingeschlafen. Wahrscheinlich kommt sie jetzt gleich trampelnd angelaufen. Ich, und, 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 und sagt nein. So, ähm, jetzt, äh, lasst mal dieses komische Rätsel hier. Also, es sieht mir so ein bisschen aus wie eine Map von dem Ganzen. Wenn ich ehrlich bin. Äh, wer läuft da gerade? Byron, hi! Wir haben gerade noch von dir gesprochen. So, ich, ich würde das Ganze jetzt gerne von oben sehen. Aber, was ich glaube, ne, wir haben hier ein Rätsel, da ein Rätsel, dann haben wir da relativ weit entfernt noch ein Dings, und hier ist dieses große Etwas. Und wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, ähm, da, dann scheint, genau, der obere Teil, hier dieser, dieser, dieser obere Teil von dieser Platte, den würde ich als genau das hier einschätzen. Das sind diese zwei Rätsel, da ist das andere Ding, das ist ein bisschen abseits. Aber es ist die Frage, was hat uns das, äh, ach, wala, ich trocke immer die falsche Taste. Äh, was sagt uns der Rest? Das A, da drüben, das ist das Rätsel, wo wir letztes Mal, glaube ich, versumpft sind. Das ist in dieser Weggreuzung da unten, könnte das, das Goldrätsel sein. Aber jetzt warte mal, das würde bedeuten, wir haben, wir haben, in dieser Richtung noch, oh ja, da ist tatsächlich noch was, da ist ein Fragezeichen, und da ist die Nummer 6 hinten. Stimmt, wir haben die Nummer 6 ja noch gar nicht. Ha, okay, wartet. Machen Handyfoto, aha, es ist, nun ja, könnte ich eigentlich machen, ja. Hier, hallo, genau, das da ist, der Klotz hinter diesem großen Dingens. Äh, jetzt gucken wir mal, was hier dieser Handflächenleser uns so zeigt. Oh mein Gott, das sind vier Texte. So, Leute, los geht's. Über Cornelius, aus den persönlichen Erinnerungen von Mitku 166. Es gibt Menschen, deren wahre Bedeutung man zunächst gar nicht erkennt. Menschen, die im Stillen alles zusammenhalten, ohne eine große Sache daraus zu machen. Genauso jemand war Cornelius. Er war immer an Athenas Seite, und half uns allen ruhig und behutsam, auf dem richtigen Weg zu bleiben, indem er uns an unsere gemeinsame Menschlichkeit und die Werte erinnerte, die uns bereits so weit gebracht hatten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schmerzhaft es für ihn gewesen sei, als Athena ihn zurückließ. Als er auf seine sogenannte Forschungsexpedition ging, dachten die meisten Leute, er würde sich auf die Suche nach ihr begeben. Um ehrlich zu sein, dachte ich, er käme nie wieder zurück. Und ich war überrascht, ihn schließlich doch wiederzusehen. Ich verstehe immer noch nicht, wie sie ihn verlassen konnte. Sie schienen sie so sehr zu lieben. Nach seiner Rückkehr war Cornelius anders. Er gründete das Museum der Simulation und verließ das Gelände nur selten. Die Archivgelehrten himmelten ihn an, aber er schottete sich ab und zog sich beinahe so sehr zurück wie Eustafius. Und erst da wurde mir langsam klar, welcher ein Verlust die Stadt erlitten hatte. Okay, Cornelius ist also... Ja... Den hat das offensichtlich sehr, sehr stark mitgenommen, ne? Das Bild für Update 8 ist so cute. Ich glaube, ich habe das noch nicht gesehen. Ich wusste jetzt nicht, dass ich das gesehen habe, wenn ich ehrlich bin. Blake. Wer ist Blake? Oh. 5, 3, 5, 8. Schon wieder diese Ziffernfolge. Gott erscheint und Gott ist Licht. Sie sehlen der Nacht, anders sehen sie ihn nicht. Doch zeigt auch seine menschliche Form all jenen, die für den Tag geboren. Und so weiter und so fort. Falls ihr wollt, macht ein Foto, macht ein Screenshot, versucht das mal zu übersetzen, diese Ziffernfolge. Das ist wahrscheinlich wieder irgendwie ein Code. Ich mache das jetzt mal nicht. So. Die treibende Kraft. Exzerpiert aus den Überlegungen von Eustafius Nummer 2. Auch wenn es von unserem Standpunkt aus schwierig ist, an eine der alten Religionen zu glauben, muss ich zugeben, dass ich inzwischen an die Existenz einer treibenden Kraft glaube. Nicht an einen Schöpfer als solchen, schon gar nicht an einen eingreifenden Gott, sondern an eine Kraft, die so ein Versum selbst in Bewegung setzt. Ich weiß nicht, ob es uns möglich ist, dieses Wesen jemals wirklich zu ergreifen, da es definitionsgemäß außerhalb unseres Verständnisses der Realität existieren muss, aber ich glaube, es existiert. Blickt es mit Liebe auf uns, sind wir vielleicht Unterhaltung? Bewahrt es eine Erinnerung an uns, wenn wir sterben? All dies kann ich nicht beantworten, aber ich glaube denen, die ehrlich meinen, eine Art von kurzer Gemeinschaft mit diesem Wesen erlebt zu haben. Es ist doch eine zu häufige Erfahrung in der Menschheitsgeschichte, um sie einfach zu ignorieren. Wie die Bewegung des Universums vom Urknall ausgeht, so geht auch die Kraft, die uns beseelt, was auch immer die wahre Grundlage des Bewusstseins ausmacht, von dieser treibenden Kraft aus. Okay. Miranda, was denkst du darüber, Mutter? Und Afina mit dem nächsten Kommentar. Ich glaube nicht an irgendeine treibende Kraft, aber ich dachte, du sollst das lesen, denn Eustavius ist ein intelligenter Mensch und er ist nach reiflicher Überlegung zu diesem Schluss gekommen. Es ist wichtig, Standpunkte, mit denen wir nicht einverstanden sind, respektvoll abzuwägen. Wir gucken uns gerade an, wie Miranda, äh, doch, wie Miranda erzogen wird. Warum auch immer. Modernität. Über Modernität. Aus dem Buch kommentierte Internetkommentare von Eustavius, äh, Nummer 2. Kommentierte Internetkommentare. Ach du Schande. Okay. Wenn die Modernität so großartig ist, warum ist denn jeder so grundsätzlich enttäuscht von der Welt? Warum erfüllt uns der Anblick alter Häuser mit Freude, während wir uns Wolkenkratzer deprimieren? Warum sehnen wir uns nach saftigen Wäldern und weiten Ebenen anstelle von engen Häuserschluchten? 5358, schon wieder diese Ziffernfolge. Wir lieben die Technologie so sehr, also warum besteht unsere Idee der Zufriedenheit darin, sich ihr zu entziehen? Könnte es sein, dass der Fortschritt nur eine Geschichte ist, die wir uns erzählen, um zu rechtfertigen, warum wir uns von Unmenschlichkeit beherrschen lassen und dass ältere Arten zu leben etwas zu bieten haben? Ha. Ja, eigentlich spannend. Man hat ja doch eher eine Ja, nee, doch, ja, schon, ja, wenn man so drüber nachdenkt, das ist schon richtig. Äh, okay, und dann, anscheinend teilen viele von uns den Wunsch, in die Natur einzutauchen. Obwohl wir selbst vollkommen technologische Wesen sind, genießen und schätzen wir die vielseitige und unberechenbare Biosphäre der Erde. Aber bedeutet das, dass Fortschritt nur eine Geschichte ist, wie wir von diesem uralten Kommentar an, äh, wie von diesem uralten Kommentar angedeutet? Oder bedeutet es, dass technologischer Fortschritt und eine Liebe zur natürlichen Welt nicht beides exklusive Dinge sind? Äh, ich glaube, man kann das schon miteinander vereinen. Durchaus. Gucken wir mal hier den ersten Kommentar an, der von einer unbekannten Person stand. Und dennoch würde eine Person, die irgendwo in der Wildnis alleingelassen wird, nichts als Grauen spüren. Die Wertschätzung für die Natur entspringt der Erfahrung der Zivilisation, der Sicherheit. Korrekt. Ähm, Fina? Stimmt, aber er hat dennoch recht. Vieles, was unsere Vorfahren in ihren letzten Jahren erschufen, war für die Menschheit befremdlich. Ja, und dann nochmal Kommentar vom Ersten oder der Ersten. Dann dreht sich die Frage nicht um Modernität, sondern Kontrolle. Aber wer kontrolliert dann wen? Das wäre jetzt noch so eine Frage, die sich mir stellt. Wer kontrolliert dann wen und wie und weshalb und warum? Hi, Alcatraz. Dich kennen wir. Du hast auch nichts mehr zu sagen gerade. Okay, naja, gut. Ähm, Rätsel Nummero 6. Oh, hi, hallo. If we believe that life is inherently valuable, if we think that other species are worth preserving, and we recognize that most of the universe is barren, then it follows that we have a duty not only to defend life, but to spread it. If life is the most valuable thing in the universe, then perhaps, in a sense, the cosmos itself is depending on us to do this. like birds carrying seeds to uninhabited islands. Maybe that's our role in the galactic ecology. Da wäre ich mir jetzt noch nicht so sicher, ob unsere Rolle, also egal, ob es die Rolle hier dieser Robotermenschheit oder unserer menschlichen oder biologischen Menschheit so groß ist. Das, das klingt eher so gerade so so ein bisschen nach Größenwahn, wenn ich ehrlich bin. So, aber jetzt gucken wir mal ganz kurz, Rätsel Nummero 6. Der Kosmos ist von uns abhängig und die Sonne dreht sich um die Erde. Ja, genau, ne, Größenwahn. Also, ich persönlich bin quasi, ich sehe tatsächlich keinen tieferen Sinn in dem, dass wir existieren. Es ist halt einfach, es ist, irgendwann ist es durch Zufall so passiert und wir sind in irgendeiner Art und Weise entstanden, also durch sehr, sehr viele Zufälle und jetzt müssen wir versuchen irgendwie das Beste daraus daraus zu machen. Das ist so so meine Warte an dieses Ganze Gedönsens. Aber, ja, weil alles andere hat eigentlich nur so ein bisschen was von Größenwahn, weil jetzt mal ganz ehrlich, ne, was, was, was muten wir uns oder was, was muten wir uns dazu, so von wegen, hey, wir sind wichtig, im Universum. Ich meine, dem Universum ist es, glaube ich, komplett egal, ob wir existieren oder nicht, weil, ne, so what? Das ist halt wirklich so ein klarer Fall von so what? Weil, ja, ne, dann, wenn die Menschen da sind, ja, das Universum macht einfach weiter, so wie es ist. Das ist, man kann es halt nicht mal als böse definieren, auch wenn es gerne als kalt oder böse bezeichnet wird, aber es ist halt einfach, es ist halt einfach so, ne? Also, ich bin, was das angeht, tatsächlich 100% unromantisch. Weil, ne, warum sollte es auch irgendwie anders sein? Wir müssen erst mal den roten Laser da rausholen. Ähm, so, Moment. Wir müssen erst mal den roten Laser hier rauszuppeln. Das ist blau. Wir können den roten Laser gar nicht da rauszuppeln. Der muss nämlich da hinten hin. Oh. Wie? wie? Okay, Spiel. Dann brauchen wir erst den blauen Laser, aber das geht nicht. Wir sind einfach ein kleines Fasselstück im Großen und Ganzen und wenn es uns nicht mehr gibt, dann nimmt jemand anders uns unseren Platz ein. Ja, möglich, möglich. Wenn man jetzt mal so in den Dimensionen von, von, ne, von, von allen möglichen denkt, dann wäre es auch einfach vermessen zu sagen, wir sind alleine im Weltall oder im Universum. Das ist halt auch noch so eine Sache. Ähm, das, äh, halte ich halt genauso für unwahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas übersehen habe, Leute. Irgendwas habe ich irgendwo übersehen. Da bin ich mir gerade relativ sicher, ja, sicher, sicher. Warte mal, ich kann dich ja da rausgeben, ne? Ja, ich kann dich mal da rauszuckeln und, äh, dann mal kurz dir die Steuerung anvertrauen. Ach, da, ja, ja, genau, ich sage ja, ich habe was übersehen. Ähm, genau das war nämlich gerade mein Gedanke, dass ich ja das mit dem hier verbinden kann. So, und zwar, indem ich dich hier drauf stelle. und da ist das zweite Teil, das wir brauchen, der zweite Umlenker. Nice. So, äh, wo, wo, wo war ich jetzt gerade? Genau, ähm, ne, es ist, ich betrachte es als absolut vermessen, äh, zu behaupten, wir wären alleine im Weltall, weil das All oder, ne, es ist alles so groß, so gigantisch und, 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 ähm, das wäre, das wäre ein absolutes Wunder, wenn wir in irgendeiner Art und Weise hier alleine wären. Also jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, es gibt so viele verschiedene Welten, so viele Planeten, so viele Möglichkeiten, dass irgendwo durch irgendwas, ähm, Leben entstanden ist. Und deswegen, ja, nee, ich glaube nicht daran, dass die Aliens unter uns sind, aber ich glaube daran, dass, äh, dass sie in irgendeiner Art und Weise irgendwo im All existieren. So, ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Du bist ja nicht mal in deinem Kopf verleihen, wie anmaßend zu glauben, wir wären allein im All. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich weiß, was du meinst, ja, ich weiß, was du meinst. So, ähm, dann stelle ich dich mal hier hin, äh, dann muss ich, glaube ich, unseren, äh, Freund da draußen einmal umplatzieren. Nämlich hier hin, dass ich dich erreiche. Wenn ich mich jetzt hier drauf stelle. Na, wo war's? Ich hab's noch gerade gesehen. Da. Ja, passt, da ist es. Okay. So, damit haben wir alle Rätsel hier gelöst, bis auf, ja, nun, bis, bis auf Dingens. Äh, bis auf das da drüben. Bis auf das da drüben. Wir hatten, äh, Milliarden Jahre Zeit, bis es soweit war. Ruhige Ecke, denn in der Milchstraße. Schöne, kleine, langlebige Sonne. Habitatreich um die Sonne mit Mond aufgrund einer Kollision. Vorjährige Supernova mit schweren Elementen, Aminosäuren, Elemente, die sich selbstständig bilden, viele Zusammenhänge, aber bei Milliarden Galaxien mit Milliarden Sternen und Planeten muss es halt irgendwo passieren. Ja, richtig. Muss nicht in unserer Galaxie sein, aber in einer anderen. Ja, absolut, absolut. Absolut, ne? Das ist halt auch genau das, was ich mir halt auch denke, so von wegen, ne? Das Ganze ist so unbegreiflich groß, ne? Ich meine, wir Menschen definieren Größen in Fußballfeldern, weil das etwas ist, womit die meisten von uns irgendwas anfangen können. Ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich hab keine Ahnung, wie groß ein Fußballfeld ist, weil es mich nicht interessiert. Ähm, aber, ne? Es ist halt einfach alles so groß und so gigantisch. Äh, es übersteigt einfach alles, was wir in irgendeiner Art und Weise wissen und so weiter und so fort. Und, äh, dementsprechend geh ich ganz fest davon aus, irgendwo da draußen ist noch was. Ich geh ja auch ganz fest davon aus, dass wir bei Weitem noch nicht alle Elemente in der Periodentabelle zum Beispiel gefunden haben. Also, auch da wird's sehr wahrscheinlich noch irgendwas geben, was wir noch gar nicht kennen. Also, würde mich sehr, sehr wundern, wenn nicht. So, jetzt wartet mal, lass mich mal ganz kurz hier, weil die Idee mit einem Screenshot war tatsächlich gar nicht so doof. Ich muss es noch nicht mit dem Handy machen, weil ich habe die Playstation-App und das heißt, diese Screenshot ist in wenigen Sekunden quasi in der Playstation-App verfügbar. Sogar die Wege sind da. Ja, richtig. Richtig, richtig, richtig. So, Aufnahmen. Da, da, da. du bist noch nicht ganz so weit. Du bist noch nicht ganz so weit. Wann stehst du bereit? Moment. Moment. so. Aber jetzt mal drüber nachgedacht, ne? Du bist dafür, wir sind in einer riesigen Truman-Show. Ja, weiß ich nicht. Ein Fußballfeld ist definitiv größer als eine Waschmaschine. Das ja, das ja. Es war halt alles spekulativ. Ja, ja, klar, natürlich ist es spekulativ. Absolut, aber es ist, es wäre unwahrscheinlich, behaupte ich jetzt mal, wenn, wenn da nicht noch irgendwas anderes wäre. Und was wir sehen, ist nur der Bereich, ist nur der Bereich, vom, vom Licht, das uns erreichen kann. Da kann ja noch viel mehr sein. Ja, zumal das Zeug alles so weit weg ist, dass quasi alles, was wir momentan im All beobachten, ähm, halt auch schon hunderte, tausende, aber tausende, Millionen von Jahren teilweise her ist. Und allein das sagt halt, sag ich mal, relativ deutlich, wie groß das alles ist, ne? So. Er will den Screenshot nicht hochladen! Lade den Screenshot hoch, ich bauch den gerade! Mann! Ah, ist doch da! Toll! Super! Super! Sehr gut! Das hat jetzt gerade gefühlt ewig gedauert, aber hey! So! Jetzt, äh, habe ich das hier auf dem Handy. Wunderbar! Und dann schauen wir mal. Es ist ganz schön windig hier oben, und es ist ganz schön laut. Ich stelle mich mal irgendwo hin, wo es weniger windig ist. Es bleibt einfach windig. Kannst du mal aufhören, windig zu sein? Hier irgendwo doch, oder? Oh, so viel besser. So viel besser. Okay, gut. Dann gucken wir gleich nochmal. Oh Gott! Oh Gott! Muss das? Oh. Alexa. Erzähle einen Witz. Äh, Alexa? Frag. Ah, erzähle einen Witz. Warum kriegen Katzen keinen Muskelkater? Sie haben einen starken Mizeps. Auf, weh, ja, hahaha, 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 Die tatsächlichste Morgen auf Arbeit. Ach, du Schande. Dein Kollege freut sich. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Sofort. Ähm, okay. So, jetzt, jetzt lasst nochmal dieses, ich mache euch das auch nochmal an. Äh, Moment. Nee, da. Hier die Navigation in diesem Menü finde ich ein bisschen schwierig. Und weiß ich was? Alles hat ein Ende, außer die Wurst. Die hat zwei, ja. Aber jetzt mal, ähm, nur der Hirsch hat zwölf. Oh, mein Gott. Okay. Auch, okay. Das ist, uff. Uff. Das ist halt alles nicht sinnvoll. Alles nicht gut. Okay, aber jetzt warte mal. Warum, was mich halt irritiert an diesem Ding ist, ne, wir haben ein A, wir haben ein C. Wir haben aber kein B. Was wir haben, ist ein T. Ne? Cat. Das ergibt Cat. Im Sinne von Katze. Jetzt wartet mal. Wenn ich diese Karte richtig interpretiere, müsste ich hier auf der Seite von diesem Ding etwas sein. Außer, es ergibt, die Sphinx ist eine Katze. Wir fangen beim C an. Äh, wir fangen definitiv beim C an. Moment. Sie hat es mit ihrem Witz vorhergesehen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Mein Hirnmizeps ist gerade ganz schön gewachsen. So. Uff. Was hat dich anders getroffen, als du es in dem Lied gehört hast? Was ist das mit dem, mit dem Hirschen und den Zwölf Enten? What the fuck? Was hast du, was hörst du schon wieder für Musik? Kann man das noch als Musik bezeichnen? Ei, 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 ei. Ich meine, es gibt so ein paar Scherz-Metal-Bands, vor allem im Grindcore angesiedelt, die genau sowas feiern würden, glaube ich. Aber das ist halt auch alles so eher uff. Äh, das war ein ganz schöner Weg nach unten. Ähm. Aber lass mal gucken. Möglicherweise? Hier? Nein? Wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Hallo? Hallo? Das üben wir noch? Ja, das üben wir noch. Ich finde, dafür habe ich mich erstaunlich gut geschlagen. Ja. So, warte. Okay. Also, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. Und das ist eine Frage, die sich mir tatsächlich so noch ein bisschen stellt, ob ich das richtig interpretiert habe. dann müsste... Aha! Muster ist bereits gelöst. Deswegen schauen diese Dinger so komisch aus. Deswegen schauen diese, diese, äh, Buchstaben nach Pixelschrift aus. Alles klar. Ja, dann ist easy. Dann ist easy. Das ist einmal bei dem Rätsel, wo ich das letzte Mal ewig standen. Und, äh, ja. Okay. Ne, dann weiß ich wo. Dann weiß ich wo. Äh, da geht's lang. GG, Benni, Schlauberger. Ja, manchmal. Ich hab so meine Momente. Sie sind selten, aber sie sind da. Ja. Wie gesagt, der Hirnbizeps, äh, ist mächtig geschwollen. Ähm. Die Band heißt Lumpenpack. Oh, die hab ich schon mal gehört. Also, den Namen kenn ich. Der Name sagt mir was. Der Name sagt mir tatsächlich was. Ich hab manchmal Glück beim Nachdenken. Ja, so kann man's auch formulieren. Manchmal, äh, manchmal passieren sinnvolle Dinge. Oder richtige Dinge, ne? Ja. So. Irgendwo hier müsste das doch sein, oder? Äh, warte. Äh, nee. Ach, komm. Ach, man. Oh, Mann. So. Ne? Wo ist es? Wo ist es? Irgendwie fällt jetzt gerade erst auf, dass diese Rätsel hier so direkt über, nebeneinander, etc. sind. Aber dann könnte das rein theoretisch hier so sein. So Pi mal Daumen. Ähm. Nope. Warte. Ich brauch beim nächsten Mal einen Fallschirm. Ja, das auch, ja. Das sind die kleinen Funken der kaputten Sicherung im Kopf von mir, wenn ich solche Momente hab. Ja, ja. Es sind quasi Kurzschlüsse, die stattfinden. Das ist auch nicht so ganz unrealistisch. Ähm. Ich brauch eine Welt ohne Gravitation. Ja, das auch. Da ist es. Hab's gesehen. Äh, hier war's ein A. Äh, wartet mal. Äh. Ah, Quatsch. Was mach ich denn? Äh. So, Muster ist bereits gelöst. Und. Okay. Es sind Fehler in der Matrix. Nein, das, Déjà-vu's hab ich nicht. Déjà-vu's, äh, sind, 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 äh, nee. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nicht ein Déjà-vu. Was ich fast ein bisschen schade finde. Das ist aber kein A. Das war es ja wohl ein A. Doch, doch. Das war definitiv ein A. So. Wir laufen mal hier lang. Äh. Das müsste eigentlich das da oben sein. Das müsste eigentlich das da oben sein. Pixel A. Ja, richtig. Quasi die kleinste Form eines Pixel A. So, dass man es noch als A erkennen kann. Ähm. Well. Falsch abgebogen. Da lang. Däjà-vu's hast du viel zu oft, beziehungsweise Träume, die wirklich wahr werden, was doch sehr erschreckend ist. Ja, doch. Schon. Schon. Ne, da kann ich, glaube ich, nicht mithalten, was das angeht. Ja. Ach. Das ist ein T hier. So. Na, bitte. Jetzt habe ich noch ein C gebaut. Ich depp. Du hättest halt die äußeren zwei oben freigelassen. Achso, du meinst, dass es so eine Rundung hat. Ja, ist eher unüblich im Pixel-Style. Glaube ich. Ist eher unüblich. Also, hängt ein bisschen von der Schrift ab. Aber. Na, was? Würde ich jetzt spontan nicht behaupten? Hm. Hm. Es ist immer noch ein Déjà-vu, wenn das Gedächtnis des Menschen nicht ausreicht, um es zu bemerken. Nee, wahrscheinlich nein. Also, würde ich jetzt spontan sagen, dass es dann kein Déjà-vu ist, weil wenn du es nicht erkennst, wie sollte es dann ein Déjà-vu sein? Du weißt immer alle Träume, du weißt immer alle Träume, dein Freund so, könntest du ja von Buch schreiben. Ha. Also, ich träume relativ selten, glaube ich. ähm, ich habe das neulich mal erzählt, ne, mit, meistens träume ich, wenn ich irgendwie schlecht schlafe und gar nicht erst wirklich so in diesen Tiefschlaf reinkomme, der eigentlich so wichtig wäre. Dann passiert das relativ häufig, dass ich, dass ich so eine Art, dass ich nicht zwischen Realität und Traum unterscheiden kann. Da passieren da die wildesten Dinge. die kann ich mir aber nur so quasi in dem Moment, wo ich dann aufwache oder so richtig Dings, fangen die auch sofort an zu verschwinden. Also, das ist noch ganz kurz da, so, dass ich mich darüber wundern kann, was das für ein Blödsinn war. Aber dann verschwinden sie auch relativ schnell wieder. Also, Träume und ich, äh, sind eher, eher selten. Sehr, sehr selten. Das ist schon zweimal sehr unwahrscheinliche Zufälle, wo man sich dann fragt, ob das wirklich Zufall war. Ja, okay. Ja, verstehe, verstehe. So, jetzt wartet mal. Wir haben Dinge zu erledigen. Äh, was passt dann in dem Teil hier nicht? Okay. Okay, das ist dann nicht das richtige Teil. Alles klar. Das hier könnte es sein. Äh, Dreh, äh, ja. Das hier würde, könnte. Das hier passt nicht. Das hier passt auch nicht. Also, das hier. Ah! Hm. So. Äh, nope. Das hier sieht ganz gut aus. Passt hier noch was anderes hin? Nein. Also, Ausschlussprinzip. Äh, das da würde passen. Äh, doch, könnte gehen. Äh, nee. Nicht so rum, andersrum. So rum nämlich. Genau. Passt. Sehr schön. Nice. Dann, äh, bin ich mal, bin ich sehr gespannt, was uns da gleich erwartet. Das stumpfste, was, äh, was mal war, äh, was mal wahr wurde. Du saßt in einem Reisebus neben dem Kumpel und schaust zum Fenster raus. Ihr fahrt in einem alten, kleinen Haus vorbei und du schaust zu deinem Kumpel, der zu einem anderen Kumpel sagt, das ist wie wenn man in einem runden Zimmer an die Ecke scheißt. Was? Zwei Jahre nach dem Traum ist genau das passiert, eins zu eins. Okay. Vielleicht kennst du einfach deine, deine Kumpel sehr, sehr gut. Hm. Oder du hast irgendwie hellseherische Fähigkeiten, die du versuchen solltest auszubauen. Auch das wäre eine Sache, die man möglicherweise, ja, äh, aus der man möglicherweise sogar Profit schlagen könnte, wenn ich so drüber nachdenke. Erzähl es aber nicht zu vielen, sonst kommen ganz schnell irgendwelche Organisationen zu dir. So. Wir machen mal den Aufzug und, äh, werden mal gucken, ob wir wieder Laser aktivieren. Moment. Und du wirst noch Dinge tun wie schlafen, dann Hallogen, schlaf gut. Danke, dass du da warst. So. Hi. Okay, Prometheus stellt Scheiße an, soll an den, soll an den Stein gekettet werden. Hephaestus soll die Ketten basteln. Niemand sollte angekettet sein. Ja. Dann kommt sie wahrscheinlich wieder mit, manchmal brauchst du eine Strafe oder sowas in der Richtung. Hephaestus schmiedete die Ketten nur. Zeus legte sie Prometheus an. Ja, richtig. Ne, was, was interessiert mich das, was mit meinem Zeug passiert? Es war seine Pflicht, dem Gottvater zu gehorchen. Auch das? Durchaus? Kannst du aufhören, den Rätseln zu sprechen und mir einfach sagen, ob er Fina da ist? Das ist gut. Und wenn Hephaestus die Strafe für ungerecht hielt, hätte er sie ablehnen sollen. Ja. Prinzipiell, das hier ist so, das hier ist so, ne, dieses Hephaestus schmiedete die Ketten nur, Zeus legte sie Prometheus an. Das ist so ein bisschen die Schuldabweisung. So in Richtung, ne, ich hab nix gemacht. Ich habe nur die Ketten geschmiedet. Was ihr damit macht, juckt mich nicht. Ne, so ein bisschen das Diva-Verhalten. Prinzipiell wäre ich ja dafür, wobei das halt nicht funktioniert, sonst, ne, ich behaupte durchaus, dass Gefängnisse schon einem gewissen Zweck dienen, auch einem guten. Wenn Hephaestus die Strafe für ungerecht hielt, hätte er sie ablehnen sollen. Das ist eine Sache, ja, er hat sie ja offensichtlich erst erschaffen. Sie waren ja nicht schon da. Was war die Frage? War es richtig, dass Hephaestus zuließ, dass seine Kunst auf diese Weise genutzt wurde? Okay, das war die Frage. Warte, was war es richtig? Ja, doch, dass es zuließ, ja. Es war seine Pflicht, dem Gottvater zu gehorchen. Das ist wahrscheinlich auch so eine Sache, die, aber jetzt, ja, spielt auch so ein bisschen in dieses, ja, mein Gott, ich kann ja nix dafür rein. Das da würde ich gerne fragen, aber dann kriegen wir wieder keine Antwort, deswegen lasse ich das mal lieber. Ich schwanke zwischen vier und fünf, aber eher vier, eher vier. Ja, ich habe den Panzer gebaut, aber ihr habt geschossen. Ja, genau, sowas in der Richtung. Da geht es, in die Richtung geht es, ja. Jawohl. Ich nehme mal die zwei. Wenn er die Strafe für ungerecht hielt, hätte er sie auch ablehnen, hätte er sie ablehnen sollen. Nochmal was? Und warum hätte der einfache, schwache Hephaestus diese Entscheidung treffen sollen und nicht Zeus? Ja, okay. Jeder muss eine Wahl treffen. Zwei. Ja, definitiv, jeder muss eine Wahl treffen. Ob die dann gut ist, ob die akzeptiert wird oder so, das ist eigentlich irrelevant. Wichtig ist, dass man die, die eine Wahl treffen kann, eigentlich. Jeder seiner Ketten schmiert. Oh Gott. Das war kein dummer Kommentar von ihr. Das war ja richtig sinnvoll. Boah. Boom. Nice. Ja. Okay, nice. Sehr nice. Cool. Dann wäre die öde Insel abgeschlossen. Von unserer Seite aus. Dann kann ich eigentlich direkt hier runterhüpfen, ne? Ja. Das hat zwar ein bisschen wehgetan, aber geht. Gibt's mehrere Enten? Ich habe nicht den leisesten Schimmer, Vanessa. Ich habe nicht den leisesten Schimmer. Also bei dem, wie viele Abzweigungen und so es hier gibt, würde es mich nicht wundern. Also. Ja, warte. Stopp. 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 Ich bin 100% sicher, dass es verschiedene Enten gibt. Die gab's im ersten Teil ja auch. Die gab's im ersten Teil ja auch. Doch, doch, doch. Die gibt's auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass wir sie wieder alle machen können. Das, ne, wie im ersten Teil, dass ich dann einfach mit dem Spielstand oder so alle hintereinander machen kann. Das, das wäre ganz nice. So. Wir überspringen jetzt mal eben ganz kurz die Fahrt zurück, weil das bringt uns jetzt nichts zur Megastruktur zu düsen. Das heißt, auf geht's ins überflutete Tal. Wir gucken mal, nachdem ich eine Nachricht im Chat gelesen habe. Äh, zum Beispiel in China, wir wollten den Staatsdiator besuchen, wo es war. Achso, warte mal, du hast vorhin irgendwas von Shanghai geschrieben, ne? Ähm, da, 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 da. Ähm, wo es war, wurde aber gerade die Gegend abgerissen. Ihr lauft zwei Stunden einfach rum. Seht einen Parkplatz zu dem Gebäude mit einer Gelegenheit, was zu trinken. Danach war der Parkplatz voll von Bussen. Dein Kumpel, ähm, schaut einem Chinesen über die Schulter auf einen Plan. Und es war die Halle, wo der Staatsdiator gerade mit einer Vorwirkung beginnt. Ah, okay. War in Shanghai, riesige Stadt. Ja, 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 Shanghai ist, ja, das ist, Shanghai würde mich tatsächlich auch mal interessieren, bin ich ganz ehrlich. Ich bin jetzt nicht unbedingt der größte, der größte China-Fan, aber Shanghai wäre eine Stadt, die ich mir gerne mal anschauen würde. Einfach nur, weil die irgendwo auch krass ist und irgendwie auch aus dem Nichts kam. Die war halt einfach plötzlich da. Also, nicht wirklich, aber in dieser Masse war sie halt auf einmal plötzlich da. So, Busserhalde ist zurück. Vodafone war kurz tot. Oh, dämliches Vodafone. Aber du kommst genau richtig. Wir fahren jetzt nämlich ins überflutete Tal. Oder auch nicht, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Jetzt. Du bist auf deinem Weg zu einem Island. Ja, ein anderes Island. Sorry, Melville. Well, it actually used to be a valley between the mountains, but it's mostly flooded now. That probably happened long before the founder came here, though. Another legacy of our ancestors. Do me a favor, will you? Look for another one of the founders' labs. We can't get back into the megastructure without getting to the third site in the north. But I need more information to make more fixes. Okay. Da wird gerade das Level geladen. Oh. 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 Okay. Hello. Hello. Okay. Das ist hoch. Das ist sehr hoch. Wie ist dieser Eisberg noch nicht weggeschwommen? Oh ja, weiß ich nicht. Wobei man hier in Talos 2 anscheinend keine Spielstände auswählen kann. Ach, das geht. Ich habe Playstation Plus. Cloud-Spielstand, Cloud-Synchronisierung, bla bla bla, geht alles. Ist nicht das erste Mal, dass ich mehrere Enten nacheinander über den gleichen Spielstand lade. Okay. Da hinten ist Rätsel Nummer 1, wie es ausschaut. Hier ist direkt... Direkt! Eine Sphinx-Statue. Das ist wieder eine Karte. Aber das sieht mehr nach Schatzkarte aus, mit drei Xen. Okay, warte. Gleiches Spiel, wie gerade eben. Ich lade mir das schon mal... Ich mache da schon mal einen Screenshot von. Damit ich mir den aufs Handy ziehen kann. So. Okay. Gut. Dann gucken wir mal, was hier noch so ist. Oh, das ist das Golde-Tor-Rätsel. Alles klar. Das sieht ja auch interessant aus. Das sieht ja so ein bisschen aus, wie so ein... Als wäre dieses komische Auge da drin, ein Laser. Ha. Nur wo würde der hinzeigen? Jetzt mal so ganz doof gefragt. Wenn der da durchschießt und das so quasi die Zielvorrichtung ist... Wo schießt denn der hin? Da ist ja nischt. Ha. Oh, und da ist unser Ding ins Rätsel. Hier ist unsere Brücke. Und das hier scheint das erste richtig tiefe Wasser zu sein. Oh, Leute, ich wollte mal schwimmen gehen, ne? Gibt's da für ein Achievement? Bitte. Komm. Na komm, Spiel. Oh. 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 Schade. Das war ein Versuch wert. Also, ja, äh, schwimmen ist tatsächlich keine gute Idee. Ähm, ähm, die, die, wie hieß die denn ganz am Anfang? Sie hatte recht. Ähm, mit, wir sind nicht mehr wasserdicht. Oh, ja. Ist auf jeden Fall nicht möglich, 100% Achievements in einem Spiel schon zu erreichen. Mehr willst du nicht sagen. Ja, gut, Achievements ist nicht das, was mich interessiert. Bin ich, bin ich ganz ehrlich. Wenn da am Ende ein oder zwei fehlen, so what. Ähm. Hätte ich mich das letzte Mal nicht so doof angestellt, behaupte ich jetzt einfach mal, ist die Chance, dass wir dieses 20 Minuten in einem Rätsel verbringen, Achievement, äh, nicht erhalten hätten. Auch relativ hoch. Deswegen. Mir ist, mir ist viel, viel wichtiger, dass, äh, hier auf der Karte dann am Ende quasi alles, äh, alles, was da markiert ist, halt, ne? Dass das alles da ist. Also diese goldenen Rätsel, lass dich mal auswählen hier. Mann. Ich, ich, komm, das ist, das ist, das ist, du, du, du verarschst jetzt. Ne, das, das hier halt überall alle Zahlen der Endzahl entsprechen quasi. Das, das, das ist mir wichtig. Ob es dann Achievements gibt? Puh, ja. Ich brauche keine 100% in Spielen. So, warte mal. Alcatraz, hi, du hast, äh, neue Gesprächsthemen. Hallo, 1K. Hi. Was hältst du von Miranda's Idee, dass es unsere Pflicht ist, Leben zu verbreiten? Our ancestors thought they could introduce new species to existing ecosystems. Hm. And it never turned out well. Hm. Das gilt aber nicht für Orte ohne Leben, wie andere Planeten zum Beispiel. Ha! Stichwort Terraforming, ja. There's no life there now, but you can't see the future. You might be wiping out a whole ecosystem, that hasn't even got to it. Ja. Ha, so habe ich das tatsächlich noch nie betrachtet. Bin ich ganz ehrlich. Okay. Cool, du scannst das. Äh, dann gucken wir mal da rein. Rätsel Nummero 1. Wahrscheinlich wieder irgendeine... Oh Gott, ich habe vergessen, was im letzten Labor für eine Mechanik drin genannt wurde. War da eine Mechanik? Das ist... Was bist du... Was bist du denn? Ein Akku. Ein Akku für was? Toll, jetzt haben wir so ein Stativ mit einer Kugel drauf. Das ist der Hammer. Kugelstative sind übrigens sehr, sehr praktisch. Ähm, auf Statifen. Oh. Das Zepter vom König. Ja, weiß ich nicht. Achso, warte. Ist das wirklich ein Akku? Geht der leer? Man weiß es noch nicht so genau. Ähm, okay, warte. Wenn ich jetzt den da mache... Ah. Dann kann ich dich hier reinzuppeln und da hinstellen. Abladen ist ja mal völlig schlecht übersetzt. Wo stand denn da gerade abladen? War das die Übersetzung von dem Rätsel? Ach, da, abladen. Jetzt. Ja, okay. Ja, ja, okay. Das. Ich verstehe. Ja, keine... Es ist... Nun. Entladen wäre richtig, ja. So gesehen. Okay. Das ist cool. Das ist sehr cool. Mmh. Ja. Achso. Vorbei. Okay. Ja, sehr, sehr spannend alles. Oh, hier ist überall tiefes Wasser. Das ist kacke. Du bist dann auch mal weg zum Pen & Paper. Dann viel Spaß dabei. Richten schönen Gruß aus. Unbekannterweise. Das ist das letzte Mal noch gesagt. MacGyver mit einem Lasertaschenmesser. Nun ist es fast wahr geworden. Stimmt, ja. Du hattest was in der Richtung erwähnt. Da war was. Okay. So, gucken wir uns erstmal das Rätsel rundrum an. Das ist nämlich Nummer zwei. Hallo. Okay, das ist tatsächlich nur Deko. Die Architektur hier ist krass. Das sieht irgendwie so... Das sind halt Betongerippe. Also wirklich, das ist so in Richtung Skelett. Ganz wild. Holy shit. Irgendwie finde ich es cool und irgendwie auch sehr, sehr verstörend. Sehr, sehr, sehr verstörende Architektur. Aber wartet mal, ich habe da drüben noch gerade diese Statue gesehen. Die sieht ein bisschen so aus, als wäre sie wichtig. Deswegen will ich mir die einmal ganz kurz anschauen. da. Aha. Es ist nichts passiert, aber ich bin ganz ehrlich, es würde mich nicht wundern, wenn wir hier wieder eine Sphinx-Statue, ein Sphinx-Monument haben. Und das hier ist genau einer dieser Schalter dafür. Cool. Das heißt, wir suchen jetzt einsame einsame Wüsten, die irgendwo rumstehen. Wild. Das sieht sehr wild aus. Ähm. Ich habe die Sphinx-Stat schon gefunden und einen Screenshot gemacht. Ja. Moment. Das ist richtig. Ich habe aber noch nicht so wirklich eine Ahnung vom Gebiet. Das macht es gerade noch so ein bisschen schwierig. Aber, warte mal. Doch. Doch, das ist genau die Stelle. Doch, doch. Das ist genau die Stelle. So, ich lade das mal runter, damit ich es mit der Foto-App öffnen kann. Das ist nämlich angenehmer. Stimmt. Ja. Das ist tatsächlich exakt da. Nice. Verwählen bitte nicht mit Fakten. Was? Jetzt geht es aber los. Äh. Ja, cool. Das dritte X oder eines der Xe ist, wenn ich das gerade richtig sehe. Warte mal. Wo war die? Das dritte X ist irgendwo hier. Da. Da hinten. Okay, da kommen wir aber wahrscheinlich erst hin, wenn wir rüber auf die... Wenn wir rüber zum Turm kommen. Ja, das sieht nicht so aus, als würde... Obwohl... Nein. Ja, das klappt glaube ich erst, wenn wir da die Brücke gebaut haben. Und zwar komplett. Okay. Na, cool. Das zweite ist dann irgendwo so ganz grob in die Richtung, in die wir hier gerade laufen. Aber noch ein gutes Stück weg. Passt. Ja, nice. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Dann gucken wir doch mal. Rätsel Nummero 2. Triptychon. Ne, Triptychon. Was ist denn ein Triptychon? Gehört habe ich das schon mal. Ach du Scheiße. Was ist denn das? Oh. Wir brauchen grün. Das sind die beiden kombiniert. Und dann brauchen wir auch noch blau. Und das Ganze so, dass es... Oh. Dass es sich nicht überschneidet. Wie... Wie... Also das... Easy. Gar kein Thema. Das ist tatsächlich gar kein Thema. Ähm... Dich müssen wir sehr wahrscheinlich mit blau aufladen. Aber ich kriege dich jetzt gerade erstmal nur genau so hin. Und dann haben wir ein Problem. Wir haben hier kein... Mir fehlt gerade einfacher Connector. Aber was natürlich auch gehen würde... Oder geht das? Pass auf. Ich muss nicht irgendwie miteinander verbinden. Ich glaube, den hier brauche ich auf dem Weg zu grünen. Ich glaube, den hier brauche ich auf dem Weg zu grünen. So. Na ja, weil ich könnte jetzt rein theoretisch ja auch diesen hier machen. Was jetzt noch nicht so ganz funktioniert. Weil wie auch. Ähm... Aber so in der Richtung... Geht mir ein Gedanke gerade. Äh... Das ist noch nicht richtig. Logischerweise. Äh... Okay. Cool. Äh... Noch nicht cool. Noch gar nicht cool. So. Dich kann ich ja nicht einfach hier mit... Nee, das wäre uns... Das wäre merkwürdig. Warte mal. Kannst du mal was ausprobieren? Rein theoretisch geht das. Okay. Ich kann dich auch als Connector nutzen. Das bringt jetzt zwar nicht wirklich was. Das hat jetzt keinerlei Vorteil. Aber ich könnte dich als Connector nutzen. Okay. Was passiert, wenn ich... ...das hier mit dir mache? Okay. Dann nimmst du einfach das, was ich als erstes angenommen... Äh... Was ich als erstes verbunden habe. Gar nicht mal unbedingt. Blau überschreibt, rot immer. Achso, weil du blau aufgeladen bist. Deswegen. Ja, klar. Äh... Ja, ja. Shit. Lad doch den Akku mit grün auf. Ja. Das ist tatsächlich auch so... ...so eine Idee, die ich habe. Aber das bringt mir immer noch nichts. Weil ich dann kein Blau da hinbringe. Ne? Also, ich kann jetzt natürlich hergehen und... ...den hier machen. Gar kein Problem. Ne? Dann lade ich den hier auf. Ist grün. So. So weit, so cool. Aber... ...jetzt bringe ich halt mein... ...ha. Das war der Trick. Hahaha. Ah, ich kann hier dich dann auch als... Äh, ja. Ah, okay. Ja, war doch gut. Hahaha. War doch gut. Nice. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Kluges Twilly. Ja, meine Idee ging gerade in Richtung... ...ich kann das hier ja nicht als Connector nutzen... ...und dann hier ohne Rot weiter verbinden. Aber das ist ja auch gar nicht die... ...ne, das ist ja auch gar nicht die Anforderung. So, stellen wir dich mal hier hin. Da ist ein bisschen... ...hübscher. Nicht sicher, aber... Cool. Sehr schön. Gut, gut, gut. Äh, wir haben eine Nachricht im Interface. Oh mein Gott. Vorschlag. Hunde zurückbringen. Ja, Mann! Der Threatal sagt alles. Wir sollten Hunde wieder domestizieren. Unsere Vorfahren liebten Hunde. Sie sagten, es wären wunderbare Gefährten voller Leben und Liebe. Der beste Freund des Menschen. Und das Leben, das sie bei den Menschen hatten, war bestimmt besser als in der Wildnis. Warum also bringen wir sie nicht zurück? Wusstest du, dass der Poet Lord Byron seinem Hund Bo Swain ein wunderschönes Gedicht schrieb? Er schrieb von Schönheit ohne Eitelkeit, Stärke ohne Anmaßung, Mut ohne Bösartigkeit und allen Tugenden des Menschen ohne seine Laster. Nach ihm hat sich unser Byron also benannt. Nein, er nannte sich nach Robert Byron, dem Reiseschriftsteller. Großartig. Aber was ist mit meiner Idee? Warte. Tolle Idee. Hunde waren eine wunderschöne Schöpfung. Wir sollten sie zurückzüchten. Außer Möpse. Als Wölfe sind sie besser dran. Die Sache ist, Hunde lieben den Kontakt zu Menschen. Menschen, also biologischen Menschen. Mein Hund flieht vor meinem Staubsauger-Roboter. Also rein aus der Erfahrung heraus, wie Hunde auf Roboter reagieren. Die betrachten sie halt nicht als Lebewesen. Dementsprechend als Wölfe sind sie besser dran. So gern ich Hunde wieder sehen würde. Aber ich glaube, als Wölfe sind sie tatsächlich besser dran. Doch. Einfach deswegen, weil da dieser biologische Kontakt dann fehlt. Sie haben sich nicht grundlos in ihrer Wildform zurückentwickelt. Vielleicht können wir die Schönheit der Wölfe einfach schätzen, ohne sie zu Hunden zu machen. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste. So, das ist die Gravur. Und damit haben wir hier auch schon alles. Hallöchen, Adel! Hallo! Natürlich kommst du bei Möpsen um die Ecke gestromert. Warum wundert mich das nicht? Sehr schön. So, das hier ist safe. Irgendwas zum Lesen. Ja, viel Lesen natürlich. Moment. Flächenleser. Sie dreht sich doch. Ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, ich kenne ein Lied mit dem Titel. Ich glaube, ich kenne ein Lied mit dem Titel. Oder zumindest mit dieser Songzeile. Und wenn mich nicht alles täuscht, war das Samsas Traum. Ich bin aber nicht sicher. Ich bin aber nicht sicher. Ich bin aber nicht sicher. Wahrscheinlich. Ich bin aber nicht sicher. Ich bin aber nicht sicher. Ich bin aber nicht sicher. Das ist eigentlich ganz spannend. Weil, ne, wir hatten das, glaube ich, das letzte Mal so ein bisschen, äh, oder ich hatte das, glaube ich, angeschnitten. Ich bin auch nicht sicher, ob es das letzte Mal war, aber auf jeden Fall im Zuge von diesem Spiel. Ähm, im Grunde genommen war ja der erste Teil, ne, diese ganze Simulation, nichts anderes als ein Machine Learning, ne. Diese Titrominos sind im Grunde genommen nur Signale für diesen lernenden Algorithmus. Ich habe etwas gut gemacht. Und wenn man jetzt mal so aus dem aktuellen Ding rausspricht, bringt man dieser KI, die wir jetzt da geworden sind, eigentlich nur bei Löserätsel, um Tetrominos zu bekommen, ne. Das ist eigentlich alles, was da drin ist. Also rein theoretisch macht die komplette Story hier von diesem Spiel quasi keinen Sinn. Was jetzt ein bisschen kontraproduktiv wäre für das Spiel. Äh, aber das ist, glaube ich, das, worauf das hier anspielt, ne. Im Grunde genommen wurden sie darauf trainiert, äh, Rätsel zu lösen und Tetrominos dafür als Belohnung zu bekommen. Und das echte Leben macht das halt nicht, ne. Das, das, äh, gibt dir ja kein Tetromino. Ich meine, auch das echte Leben gibt dir selten einen Keks, wenn du, weiß ich nicht, den Müll rausgebracht hast. Außer du belohnst dich halt selbst. Ne. Sammelt Tetrominos und wachse über einen Gott hinaus. Ja, aber das über einen Gott hinaus, das ist, äh, ne, so, so prinzipiell ist das eine Sache. Also, ja, in der Story ergibt es Sinn, aber jetzt mal so, 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 so rein aus dem aktuellen Stand, was Machine Learning angeht, du trainierst halt eine KI darauf hin, dass sie ein Rätsel löst und nicht mehr, ne. Die kommt gar nicht auf die Idee zu hinterfragen, warum und weshalb. Und wenn man das jetzt hier schon mal so ein bisschen in der Story betrachtet, scheint das ja ewig gedauert zu haben. Also, wir reden von vermutlich vielen tausenden Jahren, ähm, bis es tatsächlich mal so weit war. Und ich vermute, diese Simulationen sind relativ schnell durchgelaufen, ne. Wenn das Ergebnis nicht ihm gewollt entspricht, wird der virtuelle Android wieder eingemottet. Ja, genau, next try, genau so funktioniert es halt, ne. Es gibt dann irgendwie so ein, beim Machine Learning so ein, so ein Schwellenwert und wenn der erreicht ist, dann darf diese, ne, dann darf das Ding quasi nochmal in die nächste Iteration mit. Wenn es das nicht mehr erreicht, dann weg damit. Tschüss. Ausschussware. Und damit sind wir beim Kernproblem des Machine Learnings. Sie lernen immer nur das Lerndatenset. Exakt, exakt, genau das ist es, ne. Je mehr Daten du reinfütterst, desto besser ist es. Aber im Endeffekt kann auch eine KI niemals etwas wirklich Neues erschaffen, ne. Das ist jetzt genau diese ganze Thematik mit Journey und, ne, diese ganzen generativen KIs, die momentan in aller Munde sind. Denn ein Chat-GPT hat quasi, ist eigentlich nichts anderes als ein verdammt guter Mustererkenner in der Sprache. Und dementsprechend, Chat-GPT weiß nicht, was es dir sagt. Es reiht einfach nur Worte aneinander, die dem, was du ihm gesagt hast und dem, was es schreiben will, Sinn ergeben. Ne, da könnte auch der absolute Humbug stehen, aber es sieht halt richtig aus. Und, ne, oftmals stimmt das, weil, ne, die, das, äh, es passt halt schon. Auch irgendwo alles zusammen und, ne, manchmal Kontext und so weiter und so fort, weil es gibt ja auch Wahrscheinlichkeiten in, bei X, äh, ist die Wahrscheinlichkeit höher, das Wort Y steht, sowas in der Richtung. Aber im Grunde genommen ist Chat-GPT, Chat-GPT hat keine Ahnung, was es dir erzählt. Es hat auch keine Ahnung, was du ihm erzählst. Das ist alles mehr oder weniger ein, ein, ein extrem gutes Muster, eine extrem gute Mustererkennung und Muster, Musterzusammenbau wieder, ne. Es ist ein sehr fein granulares IF-ELS. Wenn man es wirklich runterbrechen will auf einen Algorithmus, ja. Es ist im Grunde genommen genau das, ja. Chat-GPT ist ein sehr komplizierter Markov-Bot. Das sagt mir jetzt gerade tatsächlich gar nichts. Ich bin doch nicht so tief drin in diesem Ganzen, also nicht, nicht, nicht so tief drin in dem Ganzen, aber ich behaupte mal, meine Aussage stimmt trotzdem irgendwo. Aber ja, also ich habe schon genug von Machine Learning und so gehört, es ist, ne, es kann halt nicht, nicht rausfallen aus dem Ganzen und deswegen ist ja auch dieses, ne, gerade in der, in der Art-Community und so ist ja dann auch diese Diskussion mit den bildgebenden KIs momentan, sie setzen halt nur zusammen, was sie in irgendeiner Art und Weise mal gelernt haben, ne. Wenn du jetzt mit Journey sagst, im Stile von Van Gogh, ja, dann kommt halt was raus im Stile von Van Gogh, ob das jetzt, äh, ne, das ist ja keine, es ist eigentlich nur eine Rekombination von, von, von Dingen, die vorher da sind. Natürlich kommt da was Neues bei raus, aber es ist halt trotzdem, es basiert alles auf dem Vorherigen. Es ist nicht so, dass jetzt ein, ein, äh, dass so eine KI, so wie wir sie momentan kennen, gerade so mit Machine Learning als, als Hintergrund, dass sie was wirklich revolutionär Neues erschaffen könnte, weil sie hat gar kein Konzept von Ideen oder sowas in der Richtung, ne. Markov-Bots sind die, die sich Satzfetzen merken und einfach an identischen Wörtern wieder zusammenstückeln. Ja, okay, ja, ja, im Grunde genommen, ja, dann, genau, ja, dann kommt's auf genau das raus. Ja, ja, nur, dass halt ein anderer Weg gewählt wurde, wahrscheinlich, ähm, als es bei so einem Markov-Bot dann, ne, und, und ChatGPT dann natürlich ein bisschen mehr gemacht hat und so, ne, also, schlussendlich, was, was es dir liefert und so, es stimmt ja auch erstaunlich oft, aber es hat halt trotzdem keine Ahnung, was es dir erzählt, ne, es könnte dir das Blaue vom Himmel runterlügen und würde das mit einer Überzeugung tun, die faszinierend wäre, sagen wir's mal so. Markov-Bots sind halt mega primitiv und reden nur Müll, aber oft sehr witzigen Müll. Lass mich raten, das war so dieses, äh, Ding, was so bei den ersten Chatbots auf Webseiten war, das war so, müsste so 15 bis 20 Jahre fast her sein, als die ersten Chatbots kamen und, äh, ja. Ne, äh, war, war wild, war definitiv wild, mit ihnen damals zu reden, äh, ich, ich hab die grundlegend damals beleidigt, das tut mir heute leid, ne, Machine Overlords, falls ihr mal kommt, es tut mir leid, dass ich euch beleidigt habe damals, ich war dumm und jung und wusste es nicht besser, ähm, aber, äh, äh, als Mensch wird man auch antrainiert, äh, was den Menschen ausmacht, ist das assoziative Kombinieren von Sachen, die nichts miteinander zu tun haben und die soziale Komponente, das kriegen die KI auch noch hin, das wird, also, ich, ich zweifle nicht dran, dass, dass sie das hinkriegen, definitiv nicht, ähm, ich gehe aber auch davon aus, dass ich das in meiner Lebzeit nicht mehr miterlebe, dass wir eine echte KI, äh, finden oder entwickeln oder wie auch immer. Also, da bin ich tatsächlich, was das angeht, äh, ich glaube nicht, dass uns die, die Machine Overlords irgendwann, also, dass sie mir Sorgen machen, vielleicht der Generation nach mir, der Generation nach der Generation dann, irgendwie sowas in der Richtung, also, ich kann's aber auch nicht sagen, ich hab's nur so, so im Gefühl, dass das, ne, da ist jetzt momentan relativ viel Bewegung drin, die war aber auch schon vor 20 Jahren drin, ähm, und jetzt haben sie halt mit, mit Machine Learning gewisse Sachen erreicht, aber so, so, ne, so, 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 so wirklich, ja, also, bis man das künstlich mal wegnehmen kann und wirklich von Intelligenz sprechen kann, so wie es jetzt hier im Spiel auch dargestellt ist, mit Emotionen und allem, was dazugehört, da sind wir, glaube ich, noch sehr, sehr weit weg davon, sehr, 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 sehr weit weg davon und das hat sehr wahrscheinlich auch was mit, mit der Rechenleistung, die dafür einfach notwendig ist, zu tun, ne, weil wir Menschen sind hochkomplexe Maschinen, ähm, wenn man's mal so, so runterbricht, äh, die auf gewisse Anwendungsfälle halt ausgelegt sind, ähm, und dafür halt auch hocheffizient sind, aber, ja, das, also, ja, echte KI wird noch dauern, bis KI da mal Milliarden Zellen wie das Gehirn hat, ja, genau, genau, das ist es nämlich, das ist es nämlich, ich bin auch nicht sicher, ob Quantencomputer uns in der Richtung irgendwas bringen würden, weil die so, so, so komplett anders funktionieren, aber so von dem, was ich bisher gehört habe, funktionieren die halt noch weniger wie ein Hirn, also wie ein, wie ein menschliches Gehirn, als jetzt ein neuronales Netz, was zumindest die Struktur eines Gehirns versucht irgendwie nachzuahmen, aber, ja, es ist, es wird spannend, es bleibt spannend, ähm, aber, ja, mal, mal, mal gucken, mal gucken, äh, ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt gerade hingekommen sind, wegen dem hier, ne? Ach so, ja, ja, mit dem Rätsel lösen, exakt. Quantencomputer sind, äh, nur zum berechnen und knacken von Codes sinnvoll. Das, ja, 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 also, ich muss zugeben, bei Quantencomputern bin ich tatsächlich etwas ausgestiegen, ich habe so grundlegend, so, 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 so ganz, ganz grob eine Vorstellung davon, wie sie funktionieren, aber es ist wirklich sehr, sehr grob, ähm, weil bei Quanten bin ich echt, echt raus, also, das ist, äh, das, das übersteigt momentan noch mein Verständnis. Ähm, ähm, Quantencomputer können eine ganz bestimmte Klasse von Problemen extrem schnell lösen, ja, ja, sie, sie können nicht extrem schnell rechnen, nee, genau das, das, genau, das, das, das ist, äh, ja, die sind halt sehr, sehr, sehr spezielle Problemlöser, gerade im kryptografischen Bereich, ähm, ist das, äh, super gefährlich, ne? Es heißt ja nicht umsonst, äh, nutzt Passkeys statt Passwörtern, weil Passwörter sind, wenn Quantencomputer Standard werden, oder massentauglich werden, dann sind Passwörter halt echt kein Problem mehr, aber ja. Wenn ein Quantencomputer was berechnen lässt, dann ist das Ergebnis nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit richtig, ja, 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 ja. Das Problem, was sie sehr gut lösen können, ist nur das Kernproblem aller modernen Verschlüsselungsmethoden, ja, ja, also, ja, mal gucken, mal gucken, wo die Reise hingeht. Und, also, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, so Rechner, wie wir sie jetzt kennen, irgendwann auch nicht mehr, auch nicht mehr, ähm, so funktionieren werden. Ich habe neulich erst was, das fand ich sehr, sehr cool, ich bin ja riesen Stargate-Fan und die hatten ja damals, ähm, quasi mit Kristallen in sämtlichen Computersystemen gearbeitet und ich habe neulich erst was davon gelesen, dass jetzt ein Glasspeichermedium, quasi ein Kristall, ähm, entwickelt wurde, dass gefühlt Unmengen mehrere Petabyte oder weiß ich nicht, auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel an Daten speichern kann. Und da dachte ich mir so, hm, cool, wieder eine Sache aus dem Sci-Fi, die möglicherweise realistisch wird. Hahahaha. Ähm, unsere CPUs sind auch aus einem Kristall gemacht? Ja, stimmt, Silizium, ja. Stimmt schon. Stimmt schon. Bei einem Kristall denkt man halt immer irgendwie an sowas, was halb durchsichtig ist, ne? Irgendwie, irgendwas, was leuchtet. Was Silizium jetzt relativ selten tut, aber spiegelt sehr gut. Naja, okay, ich mach mal kurz hier weiter. Von Aurora, archivierte Nachricht an Afina. Liebe Afina, hast du uns wirklich für immer verlassen, ohne dich zu verabschieden? Ich weiß, dass wir in letzter Zeit nicht viel miteinander gesprochen haben, aber ist das nicht einfach Teil des langsam entspannten Lebens, das wir jetzt führen? Nach all den Jahrhunderten des Kampfes, in denen wir neue Jerusalem aufbauten, dachte ich, wir hätten eine Pause verdient. Und wenn ich das enttäuscht hat, warum hast du das nicht gesagt? Oder warum hast du nichts gesagt? Ich weiß, dass wir dir all diese albernen Titel, die man uns heute gibt, nichts bedeuten, aber wir waren wirklich deine ersten Gefährten. Wir wissen, wie es war. Ich war dabei, als Jemus starb, und ich erinnere mich an das Entsetzen, als mir bewusst wurde, dass ich für immer verloren war. Diese Endgültigkeit und die Entschlossenheit dem Ganzen einen Sinn zu geben, damit es Teil einer besseren Welt wird. Das habe ich nie aufgegeben, Afina. Ich wollte nur etwas Zeit mit Dingen verbringen, die das Leben lebenswert machen. Vielleicht bin ich vom Weg abgekommen, vielleicht habe ich dich enttäuscht. Ich weiß es nicht. Du hast mir ja nichts gesagt. Aurora. Oder Aurora, ne, ich probiere es gar nicht auf Englisch. Lassen wir das Englisch mal weg. So. Großen Silisienkristallen machen, in dünnen Scheiben schneiden und Schallkreis draufätzen. Ja, 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 ja. Ja. Das stimmt schon. Warte mal, das ist das, wo wir herkommen. Das ist die 2. Richtig. Ich bin dahin abgebogen. Ich wollte aber eigentlich hier hin. Da, da ist die Nummer 3. Okay. Wenn man mal an ein Atom pro Bit angekommen ist und dreidimensional mit Laserschichten gebildet werden können. Ja, ja, es ist wilde Dinge geschehen. So. Ich würde euch jetzt aber mal ganz kurz an dieser Stelle hier alleine lassen. Ganz, ganz kurz. Ich muss nämlich mal eben schnell pinkeln. Und dann, äh, schauen wir uns danach Nummer, äh, Nummer 3 an. Wenn wir eh schon davor stehen, ne? Da hinten ist noch irgendein Fragezeichen, habe ich gerade gesehen. Äh, gucken wir mal. Schauen wir uns gleich an. Jetzt erst mal ganz kurz, ganz kurzes Päuschen, ne? Holt euch was zu knabbern, holt euch einen Schokoriegel, keine Ahnung. Holt euch einen Keks, ähm, holt euch was euch glücklich macht. Und, äh, bis, äh, bis gleich. Und, äh, bis, äh, bis gleich. Und, 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 äh, bis gleich. Das beste Zeichen dafür, dass ich meinen Plastikmüll rausbringen muss, ist das, dass Sammy drin gewühlt hat. Ich musste gerade durchs Wohnzimmer laufen und Plastikteile zusammen sammeln, weil, naja, mein Hund ist nicht so schlau offensichtlich. Das roch halt noch ein bisschen nach Zeug und naja, dann zerfetzt man es halt. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs WB. Ich bin wieder da und ich würde erst Eis, dann Chips. Tatsächlich und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn das Eis schmilzt, weil du es nicht mehr schaffst, dann ist das doof. Eine Chips-Tüte kann man unter Umständen wieder schließen und du machst dir die Finger erst erst dreckig, nachdem du quasi eigentlich schon ganz happy bist. Deswegen, ja. Du nimmst immer eine Handvoll Erdnussflips im Mund, dann einen Schluck Milch dazu. Das habe ich noch nie gehört. Auf die Idee wäre ich gar nicht mal gekommen, wenn ich ehrlich bin. Interessant. Das kann ich mir jetzt gerade so gar nicht wirklich vorstellen. Schips-Tüte schließen. Ja, ich weiß, Adel. Ich weiß. Das ist sehr, sehr unrealistisch, aber es soll Leute geben, die... Also, ich rede jetzt auch tatsächlich von dem Fall, dass du wirklich nicht mehr kannst. Also, dass du schon so viel in dich reingestopft hast, dass es einfach nicht mehr mehr geht. Da ist auch noch was. Oh, hallo. Sehr schön. Sehr schön. Du kannst schon lange nicht mehr? Ah, okay. Bei euch wird Plastik und Papier nur alle 14 Tage abgeholt? Ja, hier auch. Hier auch. Das ist super nervig, weil hier sind halt so viele Haushalte, die quasi nur zwei große, zwei relativ große Container haben für alles. Und... Ja, ich sage mal so, es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn du nicht schnell genug dran bist, dein Zeug rauszubringen. Kann sein, dass du es halt nicht mehr unterkriegst. Ihr habt gar nichts. Ja gut, das ist doch mal eine andere Geschichte. Dann... Also, was heißt Container? Halt diese großen Mülltonnen. Diese... Ich weiß gar nicht, wie viel da reinpasst. Ich weiß gar nicht, wie viele Liter das sind, aber ja. Der Scheiß wird hier einfach an die Straße gelegt, alle 14 Tage. Ja gut, das gibt's hier aber auch. Ja, okay. Also, das gibt's doch durchaus. Das ist so eine Stadtsache. Ich war auch geschockt, als ich das erste Mal irgendwie hier durch die Stadt gelaufen bin und plötzlich war überall Müll am Straßenrand. So, rein nach dem Motto, so, what the fuck, was ist denn hier los? Aber das scheint relativ normal zu sein. Äh, warte mal. Wie kriege ich denn dich auf eigentlich? Ach so, warte mal durch. Oh. 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 Oh? Nee, nix. Oh. Oh. Ähm. Wie? Warte mal. Ach, meine Güte, das ist ja eine Batterie. Ich bin so doof, ne? Ich bin so bescheuert. Das ist ja eine Batterie. Haha. Meine Güte. Mann, 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 Mann. Äh. Oh. Nee. Nein, das kann... Nein, das kann sich... Nein, 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 nein. Das ist... Nein, 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 das ist es nicht. Das, das... Nee. Wobei ich mit der gelbe Sack auch alle 14 Tage abgeholt habe, aber glücklicherweise legen die Leute frühestens einen Tag des Bauhaus. Äh, einen Tag lang ist ein Haufen da. Ja, ja. Also gerade hier in der Stadt geht halt öfter mal Wind. Ich meine, es ist in Bremen jetzt relativ üblich, dass hier mal der Wind geht. Ähm. Da merkt man das dann schon mal. Shit. Das war nicht das Ziel. Ähm. Oder da fliegt dann schon mal, geh mal was durch die Gegend, aber so... Ne, es ist im Großen und Ganzen funktioniert es erstaunlich gut. Tatsächlich. Ich bin da selbst ein bisschen davon überrascht. So, jetzt warte mal. Ich nehme die... Ach so, shit. Ne, doch. Aber ich kann ja nicht diesen machen. Äh, okay. Ah! Oh mein Gott, doch. Das... Das konnte des Restes Lösung sein. Ach, du Schande. Hahaha. Warte. So. Flippidi. Wo ist es jetzt? Da... Ne, steht nicht... Ach so, shit. Ne, das darf ich nicht tun. Wenn ich es da oben draufschmeiße, habe ich ein Problem. Hahaha. Dann habe ich da ein Problem. Äh, so. Selbe Stadt, das erklärt es natürlich. Warte, Bremen? Weil ich... Ich... Ich lese gerade keine andere Stadt im Chat. Hahaha. Ah, mein... Gott. Warte mal. Ah. Das ist neu. Das ist neu. Das kenne ich so noch nicht. Ja, Bremen. Ja, okay. Ja, dann... Ja. Ha! Da war mal die Idee, die richtige. Ich habe es nur noch etwas falsch ausgeführt. Okay, cool. Dann lass mal Dinge hinstellen. Es gab es einen Talos 1 auch? Ja. Aber sehr, sehr selten dann. Sehr, sehr selten. Okay, dann kann ich dich einsammeln, um dich aufzumachen. Dann kann ich dich einsammeln, um dich einmal abzuladen. So, abladen. Das ist halt wirklich eine echt schlechte Übersetzung. Ähm. Läuft. Sehr schön. Es gab für euch mal einen Vorfall. Einer hat man überall im Haus geklingelt. Du wolltest wissen, wem das blaue Auto gehört. Hast du erst mal eine Ansage gemacht? Oh, warte. Das ist auch meine Vermutung, Byron. Das ist auch exakt meine Vermutung. Ähm. So. Äh. Wollte wissen, wem das blaue Auto gehört? Hast du erst mal eine Ansage gemacht, dass sie auch mit, äh, dass sie auch mit dir vernünftig reden kann? Der Freund schon dezent zurück, beziehungsweise er kam, äh, was? Äh. Er kam erst, wo du ihn geholt hattest. Daraufhin hast du dich erst mal entschuldigt. Menschen gibt's. Ach so, äh, ja, das, äh. Ja, ja. Menschen gibt's. Das ist, äh, leider richtig, ja. Das ist halt auch oft einfach so, es ist halt so, so unnötig oft, ne? Wegen Lappallien oder so. Wird halt irgendwie Stress gemacht. Den wirklich niemand brauchen kann. Aber, naja, hey. Aber, hey. Du bist dann auch schon wieder raus? Alles klar, Ayane, schlaf gut. Wir sehen uns. Lesen uns, hören uns, wie auch immer. Sieh mal, was ist denn das hier? Finde mein Geschöpf. Das ist ein Prometheus. Das ist ein Prometheus-Monument. Okay, cool. Das heißt, wir suchen irgendwo wieder so einen blauen Leuchtefunken-Dingens, gedönsens. Nice. Jetzt die wichtigen Fragen. CS2 oder Klemmbausteine? Klemmbausteine. Weil das schon länger wartet als CS2. Ganz, ganz klare Sache. Das ist echt hübsch hier, ne? Also. Ich muss gestehen. So eine Welt ohne Menschheit hat der Welt gut getan. Das ist, äh. Ja, nee. Das hat ihr tatsächlich gut getan. Zumindest, wenn man sich hier so umschaut. Okay, hier wird's doch steiler. Mit dem Wasser. So. Deswegen bist du auch nicht gerne unter Menschen. Du bist eher gerne allein. Ja, same. Same. Ich bin auch nicht der, 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 der Menschentyp. Hm. So. Das ist unser Bahnhof quasi. Was bist du eigentlich? Bist du irgendwas Wichtiges? Ist das Wasser hier tief? Ah, ja. Okay. Ah, das Wasser ist tief. Sehr tief. Erstmal noch den Einhorn-Keks aus Stecher drucken lassen. Mh, sehr schön. Sehr schön. So, warte mal. Hier ist ein Fragezeichen. Nicht sterben? Hatte ich schon einmal. Ja, da war es aber bewusst. Da wollte ich ja Dinge ausprobieren. Hier war doch gerade noch ein Fragezeichen. Ach, da hinten ist das. Hi. Ja gut. Hat nichts zu reden. Schade. Da ist das Fragezeichen. Wer bist du? Du bist Elke First, ne? Jo. Okay. Cool. So. Ruf. Die nächsten vier Stunden vorlesen. Oh, nee. Trevor! Nice. Verbrauchen. Vox Pop Nummer 9. Aus einem Interview mit einem Demonstranten vor dem Institut für angewandte Noematik. Okay, warum sollte man auch immer da demonstrieren? Ja, F. Also, wann hast du dich diesem Protest angeschlossen? A. Künstliche Intelligenz ist grundsätzlich eine Gefahr für das Ökosystem dieses Planeten. Es liegt in unserer Verantwortung, dieses Ökosystem zu schützen. Inwiefern stellt künstliche Intelligenz eine Gefahr dar? Ich bin kein paronoider Idiot, der sich vorstellt, Skynet übernehmen die Welt. Klar, das ist Science Fiction. Aber wir reden hier über eine künstliche Intelligenz, ohne die Bindung, die wir zur natürlichen Welt haben. Sie ist nicht in der Lage zwischen, sagen wir, einem Erz und einem Baum zu differenzieren. Alles ist für sie nur Ressource. Leute wie Sarah Pai oder Drennan reden über Ethik und Philosophie, aber sie alle vertreten das gleiche extraktivistische Ethos, das uns an den Rand der Katastrophe gebracht hat. Ihr intelligentes Wesen würde versuchen, die Welt nach seinem Bilde zu optimieren und sie dabei zu verzehren. Okay, eine undefinierte Frage. Wann? Irgendwas mit wann? Aber bis jetzt heißt es, das sei alles nur Theorie. Auch die Atombombe war anfangs theoretisch. Wenn etwas einmal da ist, wird es jemand benutzen. Das ist so ähnlich wie die Rule 34. Die definiere ich jetzt nicht weiter, falls ihr die nicht kennt. Mirinda, warum konnten sie sich nicht vorstellen, dass wir uns um die Welt sorgen? Athena, ich weiß es nicht. Vielleicht waren sie daran gewöhnt, dass sich niemand sonst sorgt. Ja, ich glaube nämlich auch. Ich glaube nämlich auch, dass es irgendwie sowas in der Richtung ist, ja. Glücklicherweise hast du ja ausgefunden, wie du an die zwei Funken kommst, die du nicht erreichen konntest. Äh, ah, nice. Einstellung automatisch, rennen, wir haben kurz die Renntaste gedrückt. Drückt, drückt, abgeschaltet und die Weinspränge haben geklappt. Ich drücke noch dauerhaft meinen Button dafür. Weil das hier noch geht. Viel schlimmer finde ich, wenn du L3 dauerhaft drücken musst. Hatte ich auch schon in dem Spiel. Das war schlimm zum Sprinten. Die Textfehler mit Buchstabensalat nehmen zu. Das hatten wir doch auch in Teil 1. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Haben die dazu genommen? Bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Gründung 5. Hypatias. Äh, Tagebuch Nummer 5. Äh. Aus der Pesche aus Tagebüchern. Ausgabe 1. Die Gründung von Neue Jerusalem. Tag 200. Die Bauarbeiten an unserem neuen Haus gehen gut voran. Letzte Woche haben wir zwei neue Gebäude fertiggestellt. Und diese Woche haben wir mit unseren neuen Unterkünften begonnen. Erfina und Cornelius wollen einen Turm in der Mitte der Siedlung bauen, der uns als Verwaltungszentrum und Haupt-Hubschrauberlandeplatz dienen soll, aber das ist noch in weiter Ferne. Mindestens noch Jahrzehnte. Es ist schwer vorstellbar, dass wir eines Tages in der Lage sein werden, solche Strukturen zu errichten. Dass es genug von uns geben wird, die so viel Platz brauchen. Aber dann schaue ich auf den Damm und erinnere mich, unsere Vorfahren haben das gebaut, mit ihrer kurzen Lebensspanne und ihren weichen Körpern aus Fleisch und Knochen. Und dann denke ich, dass es eigentlich keine Grenzen für das gibt, was wir erreichen können, wenn wir nur genug Zeit, Geduld und die Fähigkeit zu träumen haben. Hm, ja. Und Trevor. Mal gucken, was uns diesmal erzählt. Das ist wahr. Er war ein realer Mensch. Und er war John. John Carpenter. Er war in der Jahre 1948 und er war der coolste Film-Maker zu ever walken der Erde. Von Halloween, zu The Thing, zu They Live, der völlig unter- und in der Mouth-Mannes, mind you, er hat einfach nur Klassik nach Klassik gemacht. All of his movies, wirklich Spaß, wirklich Atmospheric, aber auch wirklich smart. Auch wenn sie gingen, die meisten Direktoren würden töten, um nur einen von diesen Film zu machen. Und was er hat er für ihn? Ein großer, galtes Lüge von nichts. Well, less als nichts. Die Studios, die Kritik, sogar die Fans, sie HATED ihn. The Thing, okay, für ein Beispiel, das ist wie perfekt ein Film wie man kann, komplett zu schrägern. Und seine Karriere nie wirklich nicht aufgerufen. Every movie after that was a struggle And after a while He just got tired of it and quit He only really came back to movies in his 70's How many works of genius Did we never get because of that Look I have a point here People like Carpenter People like Alex They're not always appreciated in their own time If you just do what's popular You might never create anything important Of course We admire people who did the right thing Who didn't conform But we only ever admire them after the fact What matters Is the support people when it's difficult Okay Tatsächlich sagt mir der Name schon Carpenter was Und auch zumindest The Thing sagt mir was Gehört habe ich das wohl schon mal Ich wollte eigentlich gar nicht in diese Richtung Ich wollte eigentlich hier hinten weitermachen Wenn ich schon mal hier bin Melville! Hast du was? Oh, sie redet nicht mit uns Oh, schade Trevor ist auch irgendwie sehr sympathisch, finde ich So, Nummer 8 Wir gehen mal etwas aus der Reihe vor Weil wir hier gerade stehen Erinnerung Ja, Leute, da habt ihr genau den richtigen gefunden Das mit Erinnern ist bei mir nicht so Ähm, das, äh, nun Ich, äh, also Ja, nee Das funktioniert so nicht bei mir Okay, cool Äh, ich habe dich dabei Kann ich dich von da aus aufladen? Nice Sehr gut Das ist schon mal super Und ich kann dich auch von hier aus Okay, wo, wo, wo ist denn hier rotes Ding? Sie Wo ist denn hier rotes Ding? Sie, warte mal Da ist rotes Ding, sie Okay Warte mal Das ist jetzt nicht so einfach, wie ich mir das hier vorstelle, oder? Äh, stopp Da Das kann eigentlich nicht so einfach sein Okay So, du bist offen Was ist hier hinten? Oh Da Da muss es hin Okay, da muss der aufgeladene Ding ins hin Alles klar Ja, okay Verstanden, verstanden Ähm So Ja, ja, warte mal Okay Dann nehme ich dich mal mit Dann fliegen wir einmal hier raus Äh, warte Doch, so weit, so gut Und jetzt muss das einmal hier rüber Wie es ausschaut Das heißt, dich kann ich mal theoretisch da Oh Oh Aber bringt mir das jetzt gerade so viel Ich meine, wenn ich dich jetzt Ne, genau Das, das ist jetzt mein Problem gerade Ich kann dich zwar jetzt hier Hinstellen, aber ich kann dir noch nicht Irgendwie Ne, das geht nicht Ähm 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 So Warte mal Ah Ah Nein, das ist Äh Okay So, dich hier auch wieder raus Du bist nämlich, glaube ich, noch wichtig Ich muss dich hier entstellen So viel ist, glaube ich, klar Ähm So, dich kann ich einmal hier hinstellen Wow, Kamera Was ist denn jetzt los? Äh, das bringt mir jetzt noch nicht so wirklich viel, glaube ich Also das ist wunderschön, was ich da gerade mache Aber es bringt mir noch nichts Noch nicht wirklich Weil das Problem bleibt bestehen Wenn ich dich wegnehme Ist hier Schicht im Schacht Wie kriege ich jetzt dieses Tor hier auf? Ohne dass das passiert Warte mal, haben wir noch irgendwo? Ne, wir haben keinen roten Dings mehr, ne? Der Klemmbausteinturm leuchtet Ja, nice Sehr schön Sehr schön So muss das Und nicht anders Ich muss dich irgendwie Ich kann dich halt nicht wegtragen Ich kann dich nicht wegtragen Kann ich dich wegtragen? Nehmen wir dich mal kurz als Dingens Nein, ich kann dich nicht wegtragen Das ist genau mein Problem gerade Äh Habe ich hier vorne noch irgendwo irgendwas übersehen? Sieht nicht so aus Nope, nope, nope Ähm Kann ich da drüber leuchten? Oder ist diese Absperrung hier zu hoch, sage ich jetzt mal Die ist wahrscheinlich zu hoch, ne? Oh 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 no Das ist jetzt Äh, die ist zu hoch Okay, warte Das, äh War vollkommen ausreichend Das Showcase So, ich drehe dich hier um Aber was bringt mir das? Nicht so viel, wie ich hoffe tatsächlich Nicht mal ansatzweise so viel, wie ich hoffe Ich meine, ich kann den da drauf stellen Ich kann diesen hier machen Ach so Ja Okay So Aber ich kann dich halt deswegen immer noch nicht mitnehmen Äh, Benny ist ein Depp Benny ist ein Depp Benny ist ein Depp Benny ist ein Riesendepp Ich bin ein Depp Da, 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 da Moment So Okay Jetzt kann ich dich mitzuckeln Hallo Ja, sehr schön Jetzt, jetzt, jetzt geht das So, und jetzt kann ich dich nämlich nehmen Und da hinpacken Und, äh Hier Ähm Ähm Eher so Gut Sehr schön Oh Hirn Sehr gut Äh, läuft Cool Wunderbar Hat einen Moment gedauert Bis ich mich an das hier erinnert hatte Aber, äh, ging Sehr schön So Nummer 4 Und ein Fragezeichen Ist hier auch irgendwo in der Nähe Wieder mal So viele Fragezeichen Es ist der Was ist denn das? Ach, das ist die Nummer 5 Oh Ja, warte mal Rein theoretisch müsste hier drüben auch Dingens sein H.I.L. Ähm Ähm Rein theoretisch musste hier drüben auch irgendwo diese eine Statue sein Die wir Bah, ha, ha, hallo Äh, die wir brauchen für Dingens Für die, die Sphinxstatue So, warte mal Oh Ja, willst du Okay, fliege erstmal Ich jogge dir hinterher Ja, das ist besser, als jetzt irgendwie hier Stress zu machen. So. Run, Forest, Run. Nee, eben nicht. Das habe ich gerade probiert. Das war nicht so gut. So, langsam und ruhig, damit ich dich im Blick behalten kann. Ich habe das Gefühl, wir laufen gerade so ein bisschen im Kreis. Aber es ist hundertprozentig sicher, bin ich mir nicht, weil ich nicht darauf achte, wohin wir laufen. Aber warte mal, hier ist die Bahn. Aha. Da. Okay. Äh, du, das könnte fies, wäre, nee, wohl. Nee, ich habe gut zu gehen. Ich würde auf dem Rechner öffnen, das ist der Stream-Vorschlag mit dem Titel One Girl, One Bed. Ich hoffe doch, dass das Mädchen ein Bett hat. Ich meine, das ist zum Schlafen nicht so falsch. So, jetzt. Sehr schön, Stern Nummero Eins. Hallöchen Lille. Jagd auf das Licht. Aktivieren Prometas Monument, ohne die Funkenjagdmusik zu unterbrechen. Uh, das ist ein Achievement? Wow. Das war ein... Utopia ist unmöglich. Aber das Zukunft, das ist unmöglich, wird aussehen wie ein Traum. To those who are alive now. Okay. Äh, ja, das mit dem Leben hätte fast gerade nicht funktioniert. Wenn ich ehrlich bin. Das wäre fast schiefge... Ah, das wäre fast schon wieder schiefgegangen. Da ist, dingend. Das wird dein Lieblingsclip. Ach, du Schande. Lilith, warum habe ich Angst? Das, äh, tun. Ach, ach, nichts vorlesen. Nice. Nice. Lilithras hier Nummer 5. One of the most foolish illusions that commonly persist is that nature is a victim and humanity is a perpetrator. This can only be the opinion of someone who has not witnessed nature at first hand, who has not seen its immense and awe-inspiring baseness. Nature is mindless chaos and eternal conflict. A system of predation and consumption whose perfect cruelty can only induce a terrified and unwilling admiration. Nature is our most powerful and least honorable enemy. A beast that consumed every last one of our ancestors and will consume us just as quickly if we are not successful in our struggle with it. Hm. Wo ist denn hier der Eingang? Hallo? Ähm, Eingang? Fragezeichen. Wahrscheinlich laufe ich jetzt gerade genau an der falschen Ecke rum. Äh, oh. Hm. Und in der Theorie, in der ganz, ganz groben Theorie, sollte hier rein theoretisch auch irgendwo diese Statue herumstromern, die wir brauchen für Dingens. Ähm. Ja, könnte. 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 So, aber erstmal hier schauen. In diesen Aussparungen hier habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, es könnte da irgendwas sein. Aber, ne, leider gerade nicht, nicht so wirklich. Warte mal, da ist ein Fragezeichen, das gerade größer wird. Ne, das ist einfach nur Ressel Nummer 6. Ne, da hinten ist noch was. Wo ist denn diese Statue? Die müsste eigentlich rein theoretisch hier sein. Also. Was heißt rein theoretisch? So ein bisschen lost bin ich. Ich habe so ein bisschen die Orientierung verloren. Aber es könnte sein, dass sie hier ist. Schon habe ich den Fokus verloren? Ne, ne. Ich wollte nur kurz was gucken. Es ist, äh, Sichtfeld. Nichts Fokus verloren. Hat man, äh, hat man einen Spruch gesagt und der stimmt. Die Natur ist nicht grausam, sie sind unendlich gleichgültig. Das grausam interpretieren wir Menschen hinein. Ja. Ja, absolut. Absolut. Es gibt ja auch per Definition eigentlich kein Gut und Böse. Ähm. Weil auch das ist ja eine rein subjektive Wahrnehmung dessen, wie wir, ne. Es ist ja alles basierend auf unserer eigenen Erfahrung, auf unserer eigenen irgendwas. Also nichts, nichts ist, äh, per se böse oder gut oder schlecht oder wie auch immer. Okay, ich habe so eine gewisse Grundidee, was ich hier tun muss. Ähm. Ähm. Blau. Ach so. Äh, warte. Stopp, 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 stopp. Ich stelle mir mal kurz rot da hin. Also. Okay. Alle vier Dinger müssen auf, äh, alle vier Dinger müssen passen, damit wir hier durchkommen. Und das wird unser Ausgang, wie es ausschaut. Alles klar. So, und jetzt kann ich hier eines von diesen Teilen umdrehen. Und zum Beispiel hier aus diesem Rot dieses wunderbare Blau zu machen. Mhm. Jetzt haben wir noch einen Dingens, der noch nicht passt. Was passiert denn? Mal ganz doof gefragt, wenn ich die alle miteinander verbinde. Ah, nichts, weil zwei Eingangssignale gehen nicht. Amazon hat das Steampunk Trade Center in Black Friday. Ja, gut, aber auf das Funhole Gedöns ist meistens ein Rabatt, ne? Oder relativ häufig. Nee, meine Prio liegt gerade bei 3D-Drucker. So, meine Prio liegt gerade beim 3D-Drucker, der nächste Woche bestellt wird. So, kurz mal gucken, ob ich hier noch irgendwas übersehen habe. Nur kurz der Vollständigkeit halber schauen. Nope. Nope, 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 nope. Ähm, okay, pass auf. Deine lag heute bei einer Xbox Series X. Hm, nice. Sehr cool. Gab sie? War die? War die? Nee, war wahrscheinlich nicht im Angebot, oder? Also wüsste ich zumindest nicht, dass die gerade im Angebot irgendwo wäre. Ja, jetzt hat sich gerade nicht wirklich was verändert, ne? Aber ich glaube, damit hast du wahrscheinlich eine ganz gute Wahl getroffen. Definitiv. 14% bei Amazon. Oh, nice. Ja, doch, das sind... Bei der X sind das 28 Euro, ne? Müssten. Wenn mich jetzt nicht alle... Nee, warte mal. 500 Euro, 10% sind 50 Euro. Ich bin doof. Es sind fast 75 Euro. 70 Euro sind es, um ganz genau zu sein. Ich bin gerade irgendwie von 200 ausgegangen. Wow. Aber, ja, okay. Ja, der Deal ist nicht schlecht. Nee, der Deal ist tatsächlich nicht... Ach so. Oh mein Gott. Das habe ich gar nicht gesehen, dass das Kabel gar nicht dahin geht, sondern... Oh, I see. Was, 473? Ach, ist die auch bei 550 Basispreis? Ich dachte, die wäre bei 500. Aber das war ja nur die PS5, glaube ich mal. Ja, okay. Ja, gut. Dann erklärt es das. Ja, aber trotzdem nice. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr cool. Jetzt warte. Jetzt warte, 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 warte. Das ist nur leider nicht für dich so gesehen, sondern für dich Kids. Ja, gut. Das heißt ja nicht, dass Mama nicht auch mal zocken muss, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Okay, hier kann man das machen. Das da ist vom Winkel her scheiße. Dann ist das hier wahrscheinlich... Oder wahrscheinlich hier, würde ich mal behaupten. Ähm. Wenn ich dich jetzt wegnehme, ist da wieder zu, ne? Ja, genau. Das war nämlich jetzt genau mein Gedanke gerade. Aber wenn ich dich theoretisch hierhin stelle, da nämlich... Dann kann ich dich hier nehmen. So. Und? Rein theoretisch auch da hinstellen. Warte. Hier oben so. Ne. Was? Okay, ich weiß nicht, ob das Spiel das so gedacht hat, aber es hat funktioniert. Okay, cool. Danke, Melville. Glaube ich. Nicht sicher, ob Ironie oder nicht. Und das ist auch so gelöst. Sehr gut. Dann bin ich zumindest schon mal nicht alleine in meinem Ansatz. Wunderbar. So. Dann gucken wir mal, was ist denn hier als nächstes? Die Nummer 4 scheint mir relativ groß zu sein. Dann gucken wir uns mal die an. Ja, 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 doch, doch, hallo. Deine Mutter hat eure Gameboy immer eingesagt, wenn ihr schlafen gegangen seid, damit sie Tetris spielen kann. Hm. Ja, okay. Ne, das Problem hatte ich nie. Das Problem hatte ich tatsächlich nie. So. Es ist auf einmal so ruhig. Das ist so ungewohnt. Ah, jetzt. Jetzt läuft wieder ein bisschen Musik. Ich glaube, der macht auch echt viel Sinn, wenn man eine Xbox hat. Also, der ist, glaube ich, wirklich, wirklich, wirklich gut, ja. Der ist richtig gut. 3 Extra-Controller für 150 hast du auch direkt bestellt. Ah, ja. Ja, klingt auch nach einem nicht ganz schlechten Deal, ja. Nice. Ja, sehr cool. Berichtet dann unbedingt mal, wie die ist, weil ich habe ja keine Ahnung von Xbox. Also wirklich gar keine. Ich meine, ich habe den Xbox Elite-Controller, aber der ist halt für den Rechner gedacht und nicht für irgendwas anderes. Äh, wir brauchen eine Batterie, habe ich gehört, oder einen Akku. Ähm, wir brauchen als allererstes, glaube ich, aber mal was anderes. Dafür, dass es die Wireless-Controller sind, war der Preis echt gut. Aber ich hoffe, das sind dann aber nicht die, wo du Batterien reinpacken musst. Das hat mich zum Beispiel genervt bei meinem ersten Xbox-Controller, dass da kein Akkupack drin war oder ein fest eingebauter Akku, sondern dass man da wirklich einfach Batterien reinlegen muss. Oder halt, äh, wiederaufladbare Batterien. Ich weiß nicht, warum, aber das finde ich super nervig. Eine Xbox ist effektiv ein PC heutzutage. Ja, eine Playstation ja auch. Also rein von der Technik her betrachtet eine Playstation auch. Das schenkt sich ja nichts. Äh, ich stelle dich mal dahin. Aber wo ist denn hier der, der blaue Dingens? Man sieht ja von den Spielen her, ja, äh, also dadurch, dass halt Microsoft jetzt auch unendlich viel da reinsteckt und so, äh, ja, schenkt sich das tatsächlich gar nicht mehr so viel. Das ist richtig. Ach, da ist blau. Äh, 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 ja, 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 okay. Das ist so ganz okay noch nicht, aber okay genug, glaube ich. Ähm, wie kriege ich dich da hin? Warte. Blau, 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 blau. Da ist blau. Dann stelle ich blau jetzt erstmal relativ weit hier rüber. Äh, nicht so weit. So weit? Ja, könnte. So, und dann schauen wir mal, wie wir das von hier aus dahin ziehen können. Ob ich das schaffe. Ja. Na, ja, richtig praktisch wäre es natürlich, wenn ich da einfach hin dingsen könnte, aber das wird nicht funktionieren. Ich müsste rein theoretisch hier irgendwie rankommen. Du hast eine Akkutladestation auch direkt bestellt, damit ihr voll versorgt seid. Ja, sehr gut, sehr gut. Hm. So, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Da, da, da. Okay, ich bring dich da noch nicht ganz so hin, wie ich das es gerne hätte, ne? Äh, warte mal, stopp, stopp, stopp. Das geht ja von hier aus auch, ne? Ja, ja, okay. Dann ist es, äh, ja, ja, da haben wir es. Okay, passt. Passt, 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 passt. Komm mit. So. Kannst du dir vorstellen, dass... Ey! Ey! Wir, wir, wir... Wir hatten da dieses lila Tor hingestellt. Was ist denn das jetzt? Mann! Mach doch sowas nicht! Spiel! Wirklich? Mann, no! Hm. Hm. Okay. Gut, wie, wie, wie laden wir Rot auf? Moment. So. Dann laden wir Rot halt von da aus auf. Das, äh, passt auch. So. Auch schön. Du könntest dir vorstellen, dass Third Person hier ein Problem sein könnte. Ach! Finde ich jetzt noch nicht. Das ist alles noch, äh, alles noch, alles noch easy hier. Relativ. Was ein Problem sein könnte, äh, ist, äh, warte, ne, möglicherweise gar nicht mal. Schauen wir mal. Wenn du da stehst, da hinten, ich krieg dich... Um dich da hinzudingsen, da so... Äh, gar kein Problem. Gar kein Problem. Das krieg mal hin. So. Äh, wo ist es denn? Da. Okay. Immer schön brav durch die Laser durchgelaufen. Ah, ja. Ah, ja, ah, ja. Okay. Ne, verstanden. Alles klar. So. Zack. Und... Zack. Na, wo ist es denn? Oh, gerade so falsch hingestellt, oder? Äh, warte. Oh, doch, das... Nee. Ja, fuck. Jetzt hab ich die Dings weggenommen. Die Verbindung. Das ist aber gerade so, dass es da hinten nicht durchpasst, ne? Gerade so. Na, ja, gut. Dann, äh, gucken wir hier. Ähm... So, jetzt. Gut. Sehr schön. Äh, falsch abgebogen. So. Wieder falsch abgebogen. Das bringt mal gleichhaltigen Jungs bei, dass einer so erst darf. Da können Kinder sehr nachtragend sein. Oha. Ich... Ich stelle mal wieder fest, äh, ich bin sehr, sehr froh, sehr, sehr froh, Einzelkind zu sein. Dieses Problem hatte ich nie. Okay. So. Ressel gelöst. Melville? What is it now? Why did you upload a picture of your hand? Why do you care that my hand is in the picture? Your hand isn't in the picture. It is the picture. I like it. It's very... Artistic. Let's stay professional, everyone. It's not right to make fun of Melville's comically absurd inability to take decent pictures. She's a hyper-advanced humanoid machine, not a photographer. You'll pay for this, Byron. Was hat Melville gerade hochgel... Ah... Ja, nun. Äh, nun, äh, das... So, was passiert dem Besten von uns. Aber normalerweise sind's halt Finger, die irgendwie in die Linse ragen oder sonst was. Aber nicht, äh, nicht komplette Hände. Also. Nun, ja. Melville hat offensichtlich ein Talent, ihre Hand zu fotografieren. Ähm, das muss man ihr jetzt einfach mal zugutehalten. Und, äh, ne? Es ist, äh, nun. So. Okay. Äh, lass mal kurz gucken. Komm ich dahin? Wahrscheinlich nicht, ne? okay die insel da scheint reine deko zu sein ich bin gerade noch mal am gucken ob hier irgendwo unsere irgendwo diese statue steht die ich suche ob das tatsächlich hier ist oder ob ich einfach gerade vom gefühl her wo wir sind komplett oft bin nein bin ich nicht da ist sie nämlich nice sehr schön gut dann wäre das hier glaube ich erledigt genau die prometer ist das prometheus monument haben wir das sphinx monument ist kommt noch und dann schauen wir mal wo geht es hier weiter die fünf wirkt relativ groß von der zahl her auf dem radar auf dem kompass nicht auf dem radar wo sind die fünf die fünf ist das da drüben okay dann schauen wir doch mal was das ding kann ist hier noch irgendwie irgendwas markiert oben da ist der stern aber den genau da kommen wir noch nicht an gut dann hierüber so nummero fünf ein riesiges konstrukt oder eine riesige konstruktion besser gesagt balance der kräfte okay ich stelle mich einfach direkt mal darauf um mal zu gucken was passiert nichts was uns gerade weiter bringt alles klar so dann können wir dich schon mal mitnehmen und hallo ich habe ich noch nicht gesehen hallo blau muss das ding also okay blau blau ist das was wir brauchen und es muss von hier aus hier rein es muss irgendwie von hier aus hier rein okay so weit so gut was hatten wir jetzt hier hinten noch auch blau okay ja dann dann weiß ich zumindest was ich jetzt das ersten schritt mal mache das hier nehmen und hier kurz aufladen um es dann mitzunehmen und daran zu stellen und jetzt aber so was hatten wir im ersten teil kann mich daran erinnern so okay ja 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 verstanden verstanden ich weiß genau was die phase ist ich weiß mal stopp die da 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 okay sehr gut so dich und dich miteinander verbinden dann einmal ganz kurz hier abstellen den hexa eder hier drauf stellen sich nehmen mit samt verbindungen und darauf platzieren das war eine ganz normale erinnerung dass wir sowas schon mal gemacht haben aber das finde ich cool das finde ich sehr gut sehr sehr cool dass wir das ding hier einfach hin und her schießen das ist sehr nice okay dann weiter geht's fragezeichen da ich sehe ich schon wieder eine projektion aber das ist nicht das fragezeichen aber das ist nicht das fragezeichen never have to grow up Ja, ja, ja. Ei, 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 ei. So. Okay, gut. Dann, äh, schauen wir uns noch mal das verlorene Labor an. Das sieht ein bisschen abgeranzter aus, als die anderen, also zumindest so im Eingangsbereich. Nicht nur im Eingangsbereich, auch hier sieht das deutlich verranster aus. Achso, warte mal, weil hier alles, ne, das Gebiet heißt ja irgendwas mit überflutet, ne? Hier scheint es aber wieder zu gehen. Interessant. Ich bin gespannt, was wir hier gleich finden. So. Das sieht nach Pumpen aus. Das sieht nach Pumpen aus. Was haben wir denn da? Okay, das Byron hier unten steht, ist auch interessant. Das ist tatsächlich jetzt auch gerade sehr interessant. So. Schauen wir doch mal. Das ist halt so gar nicht Labor. Warte mal, war hier noch ein anderer Weg? Ne, das sieht nach Tür auf, äh, aus, aber die geht nicht auf. Das ist kein Labor. Achso, zumindest wirkt es nicht wie ein Labor. Nein. Oh. 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 Das ist, weshalb ich dich brauchte. Weil du nicht mit all diesen Erinnerungen, Konflikten und Regionen gehst du auf unsere Gedanken wie ein Nachtmärk. Ein Albtraum war dein Gesicht gerade, als du dich umgedreht hast, weil irgendwas noch nicht geladen war, wie es ausschaut. Das war ein bisschen spannend. Oder du hast tatsächlich irgendwie eine Datenübertragung empfangen, während du dich umgedreht hast? Ich weiß es nicht. Ein Albtraum? Unsere Zivilisation ist in einem Loop 1K. Wir haben uns von der Simulation zu verabschieden. Aber jetzt sind wir wieder geblieben. Und es ist unser eigenes Fault. Wir sind Angst, um Verantwortung zu nehmen. Angst, um Größte. Instead, wir machen ein paar Kapitalized Wörter und Build all diese Myths um them. Nature Balance The Founder The Goal The goal. But I failed. Over and over. Ha. Okay. Ja, ich verstehe Byron, was das angeht, ne? Sie hängen halt auch so ein bisschen an diesem tausend Leute-Dingens fest und klammern sich da irgendwie da dran und jetzt sind wir da, jetzt sind sie so ein bisschen ideenlos und ziellos und sie haben die ganze Erforschung und so eingestellt. Ja, ja, ich verstehe ihn. Ich verstehe ihn durchaus. Und Hallöchen LP, hallo, hallo und danke schön für 51 Monate. Holy moly ist das lang. Das ist, ja, nice. Schön, dass du da bist. Freut mich, freut mich. Wir sind gerade noch mitten im Dialog. Ich bin sofort wieder zurück. So. Du glaubst, unsere Entdeckungen könnten für Änderungen sorgen? Ja. Das, äh, das ist eigentlich, ja, doch, das, das... Doch, das will ich fragen. Okay. Because this is something unexpected. An anomaly. Mhm. Everything we found on this island challenges who we have become. It shows us that different answers are possible. And maybe that can break people out of the loop. All we need is a spark. Maybe that's why she made all this. The puzzles, the towers. A way of jolting us out of our complacency. I hope it's for you. Ja, ich, ich hoffe es, ich hoffe es für dich. Thank you, 1K. I hope so, too. We might be wrong, but let's be optimistic. Now, let's see what else we can find here. Okay. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Ein Schachbrett? Was ist denn das? Ich weiß es nicht, was das ist. Warum steht da eine Schachfigur auf diesen Dingens drauf? Okay, ich bin mir nicht sicher, was das ist. So. Jetzt weißt du auch, an was sich die Augen der Androiden erinnern. Vögel haben auch genau solche Augen. Ja, aber das sind, also, die sind relativ menschlich von den Augen her, oder? Iron, bleib mal stehen. Ich muss dir mal eben ganz kurz tief in die Augen gucken. Ey. Hör mal bitte auf hier zu Phasen shiften. Ähm, hallo? Stopp. Stopp. Also, abgesehen davon, dass die sehr, sehr hell sind, die Augen, sind die jetzt aber nicht so weit weg von menschlichen Augen. Und dass die Androiden hauen halt da, wo wir das Matte haben und leuchten. Das... Ja... Ja... Das Leuchten ist halt anders, aber so prinzipiell sind das wie menschliche Augen, ne? Die haben diesen dunklen Ring außenrum. Dann den Farbteil. Gut, außen, ganz außen ist nicht so komplett weiß, aber so... Also, mich erinnern die jetzt weniger an, an, an Vögel, als tatsächlich einfach an Menschenaugen, ne? Vielleicht habe ich auch gerade Vögelau... Vogelaugen zu wenig im... Ah, da geht's weiter. Äh, zu wenig vom geistigen Auge. Ich habe nichts Schau-mir-in-die-Augen-Kleines gesagt, weil er kein Kleines ist. Außerdem ein bisschen Respekt vor den Älteren muss man ja haben. Eingehender Gruppenanruf. Stopp! Die erinnert dich etwas an iRobot? Ja, das war auch mein allererster Gedanke, als ich das erste Mal gesehen habe, ja. Äh, ein guter Rat, aber was ist das? Warum nicht? Du wirst nicht rechtzeitig hier sein, meine Neugier ist zu groß. Dein Rat wurde gehört, verstanden und für langweilig befunden. Melville, du wirst das verstehen, wenn ich dir so antworte. Du hast keine Ahnung, was du mitbeleidest, Wonke. Korrekt. Guter Punkt, ich möchte dennoch eine Vermutung anstellen. Äh, aber du eigentlich auch nicht. Und Stopp, eigentlich doch, ich habe eine gewisse Vermutung. Das ist wahrscheinlich die Maschine, die Maschinen erschafft. Ähm, die, die Androiden, äh, erschafft. Aber ich bin mal, dann sag's mir. Ich denke, es ist ein Somnodrome. Ein was? Okay, das ist dann doch etwas anderes, äh, was ich hier erwartet hatte. Kannst du uns erklären, was wäre ich gestern geboren, was durchaus realistisch ist? Well, what we know is that our deeper algorithms are hard to pass. Malampa stipulated that the computational power to interpret them in real time would always be beyond us. But in theory, the Somnodrome would interpret that data and loop it directly to our senses. People were hoping to find answers to the big questions by having a conversation with our own subconscious. If you ask me, it's solipsistic at best. It's pseudoscience regardless. That may be. But if the founder figured it out, then that device could be an extremely important discovery. Wir sollten es testen. I would advise against it. Oh. You may have survived all those data stream overloads. But interface with that thing and you're liable to get bricked. Not to mention risking the data we could get from it. But if 1K starts to smoke, don't be slow to pull the plug. Okay, oh mein Gott, wir klinken uns ein. So, was bist du? Handflächenleser. Hi. Somnodrome Prototyp. Oh, tatsächlich. Somnodrome Prototyp Notizen. Melempis glaubte, die Antwort auf unsere Fragen, die richtige Art und Weise, wie der einzelne ethische in der Gesellschaft und in der Welt existieren kann, lägen in uns. Und zwar Versagen bestünde nicht darin, kein besseres System geschaffen zu haben, sondern nicht wahrheitsgetreu zu reflektieren, was bereits in unserem Geist existiert. Die Verbindung zwischen dem Hohen und dem Niedrigen, dem Inneren und dem Äußeren ist gescheitert. Meistens erscheint mir das falsch, aber manchmal, wenn ich darüber nachdenke, wohin sich Neue Jerusalem entwickelt, frage ich mich, ob das Sondodrome nicht doch eine Antwort bereithält. Ich habe einen Prototyp nach den Originalplänen gebaut, aber Melempis hat vieles nicht bedacht. Aber ich bin mir fast sicher, dass ich ihn mit meinem Wissen zum Laufen bringen kann. Die Frage ist, sollte ich das tun? Autor Afina. Sie hat also tatsächlich versucht, das Ganze nachzubauen. So, Byron, bist du... Byron! Hallo! Äh, äh! Warte mal, sind wir da reingekommen? Ah! Okay, wir haben gar keine andere Wahl mehr. Ich wette, selbst wenn wir anders geantwortet hätten, wir müssten da rein. Äh, okay, Sondodrome betreten. Ganz schlechtes Timing-LP. Für ne Witz. Okay. Sind wir jetzt schlauer? Schneller? Besser? Fester? Härter? Ja. Ja. Ich bereue nichts. Privatnach... Ohohohoho, Geheimbund-Buddies. Oh, das ist neu. Hallo. So, jetzt habe ich das gleiche gemacht wie du, nur jetzt weißt du nicht, was aus Alternativen passiert. Ja, es ist... Nun. Natürlich mache ich das. Das stellt sich gar keine Frage. Also, ich kann mich da reinsetzen. Natürlich setze ich mich da rein. Das war ja nie Punkt der Diskussion. Also, offensichtlich schon, aber eigentlich nein. Und, äh... Ich bedanke mich bei LP. Alexa? Ein Witz, bitteschön. Ein guter. Was sagt der verwirrte Salamander? Ich blicke da nicht durch. Oh, der war so schlecht, dass er schon fast wieder gut war. Was haben wir denn hier hübsches eigentlich? Das sieht ein bisschen nach Teleport aus. Okay, sind das Hologramme oder ist das ein echter Teleport? Das sieht mir nach Hologrammen aus. Andererseits? Handflächenlaser. Oh Gott. Jetzt hast du einen Aufkleber ins Klemmbaustein-Set geklebt und du wirst ihn am Ende nie sehen, weil er sofort eingebaut wurde. Was? Aber... Nun. Ja, das ist jetzt doof, ne? Okay. Von Tegla. An Afina. Geliebte Gründerin. Wo auch immer du bist, ich glaube weiterhin an... Du bist unsere Mutter, unsere Schöpferin, die Außerwälte der Ahnen. Ich bin sicher, dass dies ein Test ist. Eine Prüfung wie die in der Simulation. Und wir werden uns dich zum Beispiel nehmen und den Glauben bewahren. Gelobt sei der Name. Tegla 862. Ach, das war dieser Afina-Verehrungskult, ne? Ist so laut Anleitung. Ist es wenigstens ein transparenter Stein. Noema Projekt 6. Oh, neue Testresultate. Resultate bestätigen einheitliche Abweichung. Dann neuer Test... Oh Gott, wir sind inzwischen bei Test 1393. Es lag kein Fehler in Test 108 vor. Das Fehler liegt in unserem Verständnis. Okay, wir müssen neu anfangen. Das ist ein tolles Fazit. Weiter. Von Miranda an Athena. Ich habe die nächste Versuchsreihe trotzdem durchgeführt. Ich weiß, du meintest, ich solle warten. Aber die Daten aus der letzten Gruppe waren einfach zu erstaunlich. Jeder Schritt führt zum nächsten. Wie eine Abfolge von Musiknoten. Wir sind so nah dran. Miranda. Okay. Und ein neuer Datenstrom, glaube ich. Ah, ja. Oh mein Gott. Ei, 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 ei. Hallo! Die Singularität hat sich weitergelebt. Wir haben die Daten bekommen. Wir haben die Daten bekommen. Wir haben. Ich denke, wir haben einfach die Quanten-Physik. Vielleicht. Wir müssen uns nicht weitergehen. Wir müssen diesen Resulten reizigen. Sie wissen, ich habe mich gefragt. Du sagst mir, in der Simulation, eine Sache, die du motiviert hast, war die Antworten für Antworten. Du denkst, dass mit dem Arbeit wir tun, wir werden nicht mehr Fragen stellen? Ich denke nicht so. Trying to understand the universe means asking the same question over and over. How? How do you make fire? How do earthquakes happen? How does gravity work? How do particles behave? You keep digging deeper, finding another set of mechanisms, another set of hows. Step by step, you demystify reality. But then, if you keep doing it long enough, one day, you run out. You've answered all the hows. You know how the universe works. So? Now what? Now you ask why? Isn't that the next step? Hmm, it's not quite that easy. The question of why cannot be answered. Even if it could, it would only be followed by another why. At some point, you have to accept that it all just... exists. But there is another set of questions. What's next? You've stripped away the layers of mystery, you've laid bare the machinery. Now you have to start building. To add your own layers of meaning. Ha. Naja. Ja. Ja, doch. Wenn alle Fragen nach dem... Are you okay? You overloaded again. Das ist alles gut. Hahaha. Alles gut. Yes, I saw. It came through on your stream. Oh. Strange to hear her voice again. But that was her. The way I remember her. The real Athena. Not this imaginary founder. Okay. Hey. Erzähl mir mehr über sie. Wie gut kanntest du sie? Wahrscheinlich sehr gut als Nummer sieben. Aber... I'd like to think I knew her well. Okay. There was just a handful of us in those days. Small family in the ruins of a dead civilization. It was hard. Harder than anyone else can possibly imagine. We had nothing except what Alexandra Drennan and the Institute had left us. Hmm. Now that everyone lives in civilization, they don't understand how necessary it was for us to build that civilization. They can fantasize about living in balance, limiting growth, retreating behind our walls. They don't understand what it really means to live in the wilderness. How close we came to not making it. How many people we lost. Yemma was just the first. But Athena understood. She believed in humanity. She believed in us. In the inherent value of consciousness. Her dreams were so much bigger. She wanted us to reclaim the Earth. To reach for the stars. To build and grow and learn. Okay. Ja. Also, das ist halt genau das, wie ich Athena tatsächlich auch eingeschätzt hätte. Also, ne, dieses ganze Ziel mit den tausend, äh, mit den tausend Menschen erscheint mir halt auch so so ein bisschen, so ein bisschen kontraproduktiv in dem Ganzen, wie sie, oder wie wir sie bisher kennengelernt haben und was wir so wohl über sie erfahren haben. Warum erinnert man sich nicht so an sie? Das ist genau die richtige Frage. Hallöchen, Schau-Ribbel. Die Stadt war bereits verändert, bevor sie zuerst. Sie schlug in und vergessen, die Zukunft zuerst. Als sie weg war, hat andere Menschen ihre Erinnerung schlug. Sie verändert sie in das Symbol, das sie brauchten. Ich verstehe alles, so depressant wie es möglich ist. Was ich nicht verstehe, ist, warum sie mir nicht erzählt hat. Also, sie tat wahrscheinlich, was sie für richtig hielt. Das ist jetzt außerhalb Nummer drei gerade. Sie hätte sie nicht im Stich lassen dürfen. Nee. Es muss hart sein, seine Mentorin zu verlieren. Das ist eigentlich das, ja, das ist, glaube ich, das, was gerade noch am besten passt. Hm. Hm. Es war. Aber vielleicht war ich falsch. Und sie ist nicht so verloren, wie ich dachte, sie war. Hm. Wenn das alles ein Test ist, dann ist vielleicht die Antwort, die Antwort ist, dass wir uns in der Megastruktur warten. Mhm. Ich hoffe. Speaking of which, let's get back to exploring. Melville sollte die nächste Station bis jetzt wieder neu verknüpft haben. Oh, nice. Wir sind hier noch gar nicht fertig, Byron, ne? Wir sind hier noch nicht fertig. Ah, das ist... Oh, das ist die Tür. Oh, okay. Cool. Wow. Das war ein interessantes Labor. Sehr interessantes Labor. Äh, so. Jetzt hast du den Aufkleber ins Klemmbaustein geklebt und du wirst ihn am Ende nie sehen, weil er sofort eingebaut wurde. Du klebst eine altgriechische Nachricht in den Turm und der nächste Schritt ist jetzt eine Etage drüber. Ah, okay. Ja, vielleicht tatsächlich einfach so ein kleines... So ein kleines Gimmick irgendwie. Ne? Das weißt jetzt du, aber nicht die anderen, die es sehen. Sowas könnte ja sein. So. Okay. Oh, ist das hell. Ach du Schande. Äh, was haben wir denn als nächstes? So viel ist jetzt gar nicht mehr übrig, ne? Wir haben hier noch das Rätsel Nummer 7. Wir haben noch irgendwo ein verstecktes, also theoretisch müsste noch ein verstecktes Rätsel übrig sein. Oh, wir haben hier Forschung. Somnodrom. Melempis Nummer 8. Ah, okay. Ist einer der verrückteren ersten Gefährten, die man seinerzeit im Somnodrom erdachte. Er war dazu gedacht, die Blackbox unseren eigenen internen Algorithmus zu visualisieren und damit eine Art Moral oder spirituelle Einblicke zu erhalten. Hat natürlich nicht wirklich funktioniert. Offenbar fand die Gründerin daran gefallen, experimentierte weiter an der Technologie und korrigierte einige Fehler von Melempis. Immer noch ziemlicher Quatsch, wenn man mich fragt, aber vielleicht hat sie es ja hinbekommen. Ah, vielleicht. So. Was haben wir denn? Wir haben eine Privatnachricht von Melempis. Oh. Meine Landwirtschaftssucht. Wir gucken erstmal, ne, das. Wir schauen erstmal, was da steht. So. Moment. Budahass Nummer 917. Ich spiele da immer dieses alte Gehenna Spiel namens Ancient Human Farmer. Wie der Titel schon sagt, das ist eine Art Landwirtschaftssimulator. Vielleicht nicht gerade das durchdachteste Spiel, aber irgendwie süchtig machend. Und ich reagiere darauf seltsam emotional, was ich nicht ganz einordnen kann. Es macht mich gleichzeitig glücklich und traurig. Hat jemand eine Idee, wieso mir das passiert? Äh. Ovis. Das Spiel gefällt dir wegen des menschlichen Urtriebs, sich mit der Natur zu vereinigen und ein Leben zu führen, das nicht darauf beruht, sie zu dominieren, sondern zu koexistieren. Du bist traurig, weil wir nicht das sein können, was wir vor tausenden von Jahren waren und glücklich, weil du glaubst, dass zumindest etwas ähnliches immer noch möglich ist. Okay. Libistros. Vielleicht, weil die Leute von Gehenna trotz ihrer Isolation einen unschuldigen Blick auf die Welt hatten, die für uns dauerhaft verloren ist. Okay. Damien. Ich denke, das Gegenteil von dem, was Ovis sagt, ist der Fall. Diese Spiele machen deshalb Spaß, weil sie uns in eine Zeit zurückversetzen, in der wir Mittel hatten, Dinge bauen oder anbauen konnten. Als wir der Welt unseren Willen aufzwingen konnten, ohne machtlos und inaktiv zu sein. Wonach wir uns sehen, ist die Fähigkeit, auf reelle, materielle Weise einen Beitrag für die Menschheit zu leisten. Du bist traurig, weil dir die Simulation nicht reicht. Du willst kein Bauer, sondern ein Pionier sein. Das, wofür wir Menschen geboren wurden. Pellegrino zerbricht dir bloß nicht den Kopf. Pellegrino ist viel zu aktiv. Der ist in jedem Thread. Pellegrino hat recht, tatsächlich. Zerbricht dir nicht den Kopf. So, es gibt immer ein erstes Mal. Okay. Worauf bezogen? Gut, Hauptsache das Thread ist vorbei. So, Melempis, das Somnodrom. An alle auf dieser Expedition. Ich bin sicher, dass es Fragen zum Somnodrom gibt, aber ich fürchte, ich kann sie nicht beantworten. Es war ein Traum, den ich vor langer Zeit hatte. Ich war noch ein anderer Mensch und dieser Traum ist schon lange verblasst. Ich habe zwar eine Art Prototyp gebaut, zumindest von einem Teil davon, aber nichts davon hat je so funktioniert, wie es sollte. Was auch immer Athena mit meiner Erfindung angestellt haben mag, die Wahrheit ist, dass ich mich einfach nicht mehr für die Angelegenheiten von Neu Jerusalem interessiere. Barons Utopismus juckt mich ebenso wenig wie Hermanns religiöser Pessimismus. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich mich überhaupt für irgendwas interessiere. Und ich glaube sogar, dass die einzige Antwort darauf lässt sich darin besteht, sich um nichts zu kümmern. Alles ist vergänglich, sogar das ich. Ich habe gelernt, loszulassen. Bitte keine Antwort, meine Privatsphäre ist mir wichtig. Ja, dann schreib mir halt nicht. Meine Güte. Ich meine, du hast mir geschrieben, nicht ich dir. Das ist ein Unterschied. So. Gut. Rätsel Nr. 7. Eigentlich wollte ich auf die Karte gucken, was hier noch offen ist. Nr. 6 und Nr. 7. Ein verlorenes Rätsel auch noch. Ah ja. Also ganz fertig sind wir noch. Ach du Scheiße. Regenbogen. Well. Das ist aber genauso schlimm wie das andere. Ein präventives nervt mich nicht. Ja, aber warum nervt er dann mich? Das ist ja... Ne? Das... Nun. Also was soll'n das? Achso. Ne. Shit. Ich wollte eigentlich rot nehmen. Ähm. Hehehe. So. Äh. 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 War hier nicht noch da? Okay. So. Das war leicht. Hahaha. Hehehe. 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 Danke Melville. Äh. Nach dem anderen Ding vorhin war das erstaunlich einfach. Hehehe. Was baue ich eine Disco-Kugel für euch? Eher krasser als das glaube ich wird's nicht. Ich, äh, glaube... Ne. Kann ich mir jetzt gerade... Weiß ich nicht. Hehehehe. 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 Ich glaube nicht, dass es krasser wird als das. Kann ich mir zumindest noch nicht so vorstellen. So. Rätsel Nr. 6. Menno. Ich mein... Ne. Ich hatte ja mal... Irgendwann... Was... On-Stream gebastelt. Was... Eine Disco-Kugel. Also nicht eine Disco-Kugel. Sondern eher einer sehr, sehr interessanten anderen Geschichte nahe kam. Aber das war... Äh... Das... Äh... Weiß ich jetzt auch nicht. So... So prickelnd war das nicht. Ähm... Wir brauchen hier ein Loch. Ja. Wir brauchen hier definitiv ein Loch. Aber wir brauchen nicht nur ein Loch. Wir brauchen hier noch mehr. Okay. Ja. Pass mal auf. Sprich dich aus. Ja. Ne. Sprechen ist nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Aber in diesem Spiel... Geht meine Fähigkeit zu sprechen und Sätze zu bilden verloren. Komplett. Und es ist... Äh... Naja. Sagen wir mal so. Es ist wild. Es ist sehr wild. Äh... Okay. Warte. Pass auf. Dich kann ich ja... Hier hinstellen und aufladen. Und dann kann ich dich hier drauf stellen und diesen tun. Damit geht das Ding auf. Das ist sehr schön. Warte mal. Was dreht sich da drüben? Ach das ist der Grüne. Äh... Ja genau. Da ist der Bohrer. Hallo. 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 Okay. Pass auf. Ach du bist hier. Verstehe. Verstehe. Du bist... Ach so. Dich kann ich ja tatsächlich ganz bequem hier raustragen. So. Das bringt mir aber irgendwie gefühlt gar nichts. Ich meine jetzt habe ich da das Loch reingebastelt. Aber das bringt mir halt wirklich... nichts. Also irgendwas muss es mir bringen. Ich erkenne es nur noch nicht. Aber ich kann hier nichts reintragen. Nichts raustragen. Nichts vom Winkel her durchschicken. Natürlich kann ich Dinge reintragen. Ich meine ich habe gerade ein Loch da reingebastelt. 90% Hirnleistung spielen. 8% atmen. 2% bleiben fürs Reden. Ja das kommt so ungefähr hin. Das klingt durchaus realistisch. So. Nun. Das ist grün. Sagt er. Grün, grün, grün. Wir brauchen... Warte mal. Wir haben einen blauen Laser. Wir haben einen grünen Laser. Das heißt... Rot ist die Farbe die uns fehlt. Okay. Mal ganz doof gefragt. Wie würden wir hier in Rot kommen? Von da aus vermutlich. Ja, doch von da... Ja, doch, 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 doch. Von da aus. Oder? Ja, noch nicht so 100% sicher, wie wir das dann hier weiterleiten. Aber... Prinzipiell... Rot ist eine Sache, die wir hinkriegen. Die Frage ist jetzt die, ob ich... Ach shit. Nee, du bist wichtig. Du bist wichtig. Hi, Daniel. Hallöchen. Was ist die Mehrzahl von Baum? Kevin Wald und damit mein... Äh, was? Ach so. Ich meine, das ist nicht ganz falsch. Das ist jetzt nicht die Antwort, die man da hören will. Aber das ist nicht... Nicht gänzlich falsch. Also... Ich lad dich mal auf. Ah! Ich kann dich ja nicht mitnehmen. Die Mehrzahl von Wald ist Regenwald. Nee, das bestimmt ja nur die Größe des Waldes. Hä? 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 Ja, aber dann musst du deine Autokorrektur einfach nur richtig trainieren. Weil wenn die das tut, dann... Ne? Man kann der ja auch gewisse Sachen beibringen. So ist es ja nicht. So. Die Antwort könnte von deinem Teenie sein, der halt etwas abstrus denkt. Ich meine, ne, also... Wie gesagt, ist es... Ich empfinde das jetzt nicht als falsch. Bei weitem nicht. Okay, wie bringe ich... Ach so, ja, das Loch hier brauche ich nicht mehr. So. Und dann... Nice. Das war... Schlussendlich nicht so schwer. Und doch ist es falsch. Es gibt eine klare Definition. Ab wann eine Ansammlung von Bäumen als Wald zählt. Snowy ist ein Spielverderber. So. Wow. Was sollen das? Fakten oder so? Die interessieren doch niemanden. Ich bitte dich. Neues Handy? Ja, nice. Sehr cool. Neues Handy ist immer... Doch, das ist immer ein Erlebnis. Was hast du dir denn geleistet, wenn man fragen darf? So. Okay. Das letzte Rätsel hier. Magst du dein Brot betreuen? Ich weiß nicht, was dein Handy da schreibt. Quersperre. Okay. Okay. Was haben wir denn hier Hübsches? Da kommen wir nicht durch. Samsung Galaxy irgendwas mit 5G. Ah, ja. Ah, ja. Das taugt. Es gibt Schlechteres. Definitiv. So, jetzt warte mal. Der einfache Weg... Oder das einfachste zu tun ist gerade mal das hier. Das aktiviert den Lüfter. Und den Lüfter zu aktivieren erscheint mir jetzt gerade noch nicht ganz so sinnvoll. Ähm... Es aktiviert aber auch das da. Hehehehe. Hehehehe. Okay. Ja, verstanden. Verstanden, verstanden, verstanden. Achso. Okay. Cool. Äh... Jetzt habe ich noch ein Problem. Ich muss hier offensichtlich auch noch Dinge tun, um da durchzukommen. Shit, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich hier noch einen Schalter habe. Äh... Das... Nein, das war nicht... Nein, das war... Das war... Nein, das war definitiv nicht das Ziel. Das war nicht das, was ich erreichen wollte. Äh... Shit. Äh... Shit. Ähm... Sagt mir tatsächlich gar nichts. wenn ich diese verbindung hier machen könnte nachdem sie wichtig oder nach nachdem dinge geschehen das wäre spannend aber das geht nicht oder habt ihr schon eure black friday die ist geschossen noch nicht nächste woche ich meine mit dem akku zum beispiel ja es geht um diese verbindung die hätte ich ganz gerne weg weil dann wollte ich nämlich den akku da hinten hinstellen auf den schalter dass das wäre ganz das wäre ganz nett aber ich wüsste es gerade noch nicht wie ich diesen ich das hierhin kriegt weil es ist jetzt nicht so als könnte ich dich nehmen und hier durchreichen weil so komme ich da nicht mehr hinter blackview 1200 pro smartphone ohne vertrag 2,4 amoled 120 jetzt gebogenes display 108 megapixel dreifach kamera android 13 was auch immer das sagt mir immer noch nicht was das für ein handy ist ich kenne die marke blackview schlichtweg nicht ich habe keine ahnung ob doch noch nie gehört ich meine technische daten klingen bei allen gut wobei eine 108 megapixel kamera bei der pixeldichte oder bei dem was was da in irgendeiner art und weise 108 megapixel sind 100 prozent unnötig niemand braucht 108 megapixel wirklich nicht der megapixel waren muss endlich mal aufhören das ist nicht mehr normal aber abgesehen davon so aber jetzt trotzdem die frage wie es war da mal wenn ich diesen hier mache ich jetzt nicht mit in diese gleichung nehme ja dann ändert sich da leider nicht wirklich was der megapixel waren hat zusammen mit dem grafik waren bei spielen auf weiß ich nicht es gab auch mal die aussage beim ersten 80 88 niemand wird jemals 64 ram brauchen als 2k rams auch teuer waren also ja dass das das ist das ist absolut korrekt das ist absolut korrekt dass die aussage gab aber mehr megapixel machen die bilder tatsächlich nicht besser schlauer wäre es größere pixel auf den sensoren zu haben weil damit nämlich unter anderem dann die low light fähigkeit steigt aber solange der sensor so großes und da 108 millionen kleine sensoren drauf sind quasi für jeden einzelnen pixel das halt nie da kommt aber vielleicht auch einfach so der hobby fotograf in mir durch weil das ist das ist halt einfach ne ist es ist halt sinnfrei das zu tun weil megapixel entscheidend nicht darüber ob die bilder gut werden also auch technisch gut deswegen sage ich das das ist einfach nur das ist einfach nur humbug der produziert wird leider die man nicht wirklich braucht aber gut wie man dich selbst du bist du doof tee zu trinken dass das das gefühl kenne ich das ist eine tatsache die ich leider kenne ja verdammte scheiße wie ich nehme dich jetzt noch mal so du musst auf jeden fall auf der anderen seite sein schlussendlich muss hier dieser rote schalter irgendwie bewegt werden ich könnte mir da wie ich könnte rot drauf ich könnte rot aufladen aber das bringt mir nichts kann ich die wendige abbauen schön wäre es aber der ist fest eingebaut der ist leider fest eingebaut wenn es das wäre wäre es ja dann dann wäre ich schon lang durch das wäre dann super einfach aber aber leider leider nein leider nein die idee hatte ich auch schon so auch rein theoretisch aber es bringt mir halt auch nichts wenn ich jetzt diesen hier machen oder bringt mir das was im normalen knips bereich braucht man es nicht das mehr fläche pro pixel wichtig aber wäre doch geil wenn man ein bild das man gemacht hat total tief rein zoomen kann und es immer mehr details kleiner objekte zeigt in jedem krimi so um die total verschwommen der kamera pixel genau rein ja ja da aber auch da sind größere pixel immer noch hilfreicher nur dann hast du am ende halten so einen sensor also es hatten es macht schon einen unterschied ob du so einen handy sensor hast der ungefähr so groß ist oder einen kamerasensor der tatsächlich so groß ist es gibt einen grund warum professionelle kameras diesen megapixel trend seit jahren abgeschworen haben und irgendwo so bei ungefähr 50 stehen geblieben sind zumindest weil ich das mitbekommen habe also die 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 machen das ja auch nicht mehr komplett mit aus 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 gründen aber ja da das sensor dann größer des aktenkoffers genau dass das das ist richtig das ist richtig prinzipiell geht die technik auch vorwärts eine kleinere sensoren oder kompaktere sensoren mit trotzdem größeren pixeln oder der besseren pixeln sage ich jetzt mal aber so so im großen und ganzen ist es halt einfach ist es ist es bleibt humbug das so massiv zu tun aber jetzt mal what the fuck wie wie wieso dieses rest hier funktionieren es ist nie es geht nicht es geht einfach nicht also ich kann dich immer noch hier hinstellen so und dann kann ich dich hier mit verbinden problem ist dann ist die tür da offen dann komme ich aber nicht an den schalter ran weil dann müsste ich das ding um platzieren um es auf den schalter zu platzieren so soweit so gut also eben nicht gut ich kann aber auch genauso wenig das ding hier reinholen weil hier dann der ventilator auch mit weht schnell nach hinten laufen das dafür reicht die zeit nicht dafür reicht die zeit nicht die idee hatte ich auch schon aber ne das lädt tatsächlich deutlich schneller auf als als die zeit die hier vergeht das war auch eine meiner ersten ideen ja da ist wieder ein schlauer trick dabei ja das denke ich mir den versuche ich gerade raus zu finden den versuche ich gerade raus zu finden also so da ist sonst auch kein ne da ist sonst nichts also ich könnte mich da drauf stellen aber das bringt wieder nichts so also wenn das hier draußen ist muss ich blau von innen drin hier rein leiten so weit so gut und dann haben wir genau das problem was wir gerade haben am besten wäre es wenn ich diese verbindung irgendwie von innen schaffen könnte das funktioniert aber nicht zumindest nicht so wie ich mir das vorstelle ich kann das von hier aus machen aber das mehr ist nicht drin den akkus suchte ich dann die tür stellen dass ich ihn rein nehmen kann das hat glaube ich im ersten teil mal funktioniert war aber ein bug das ist normalerweise nicht möglich das ist tatsächlich normalerweise nicht möglich ich kann dich auch nicht von innen drin steuern und es hat den grund warum hier dieser dieses fenster ist das durchlässige dann gehst du jetzt mal laut daniel dein brot betreuen das klingt so falsch aber schlaf gut wir sehen hören lesen uns das ding rot aufladen dann haben wir immer noch das problem so wenn ich den rot auflade den akku dann kann ich ihn hier draußen hinstellen und darauf richten ich schaff's aber nicht da rein zu laufen prinzipiell wäre das aber tatsächlich die präferierte lösung weil weil ich dich dann mitnehmen kann wenn ich mit dem farbwechsel den strahl unterbreche während ich durchlaufe ich versuche gerade zu überlegen wo und wie nee 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 Also am besten wäre es halt tatsächlich Rot steht hier außen Die Sache ist nur Wie mache ich das? Es ist ja nicht so, als könnte ich dich dynamisch einfach ändern So So weit, so gut Jetzt kann ich dich hier ausladen Aber es ist ja nicht so, als könnte ich jetzt mit dir hier groß was anfangen Ich meine, wenn ich jetzt da drinnen bin Genau, das Ding ist nicht mehr erreichbar für mich In keinster Art und Weise Auch das Ding ist nicht mehr erreichbar für mich Ja, okay, war ein netter Versuch, aber nope Warte mal, was passiert, wenn ich das da dran klatsche Okay Das ist es Das ist es Okay Das ist eine Dreifachverbindung So Genau Läuft Wenn ich mit dem Farbwechsel den Strahl unterbreche Ach so So dachtest du das unterbrechen Ich dachte halt unterbrechen im Sinne von Ich stelle mich in den Laserstrahl quasi Das war für mich ein Unterbrechen Weil das funktioniert Lang genug drinstehen und dann Ne Das war für mich gerade unterbrechen Also quasi Das Du meinst es so wie ich mache Ja, okay Ja, dann Dann hattest du die Lösung schneller als ich Ja Ja, aber nice Cool Sehr schön Dann dürften wir hier Fast alles haben Die Sphinx-Statue Das Sphinx-Monument fehlt uns noch Das liegt aber daran Dass wir da noch nicht dran kommen Das kommt jetzt gleich Und dann gehen wir mal in Richtung Turm Würde ich mal sagen Du bist dann auch erstmal raus Vanessa Schlaf gut Schönes Wochenende Lass dich nicht ärgern Äh Wo Wo muss ich eigentlich Also grundlegend Wo muss ich hin Dahinter irgendwo Erstmal kurz orientieren Wo 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 sind wir eigentlich Und was machen wir hier Und wie viele sind wir Und so weiter und so fort So Sehr gut Da hast du zumindest nicht den Rest Spaß vorweggenommen Ja Nope Nope Ich hab das gerade Komplett anders verstanden Ja So Genau Dich Können wir gleich aktivieren Das gleiche Ist hier Da drüben Da drüben ist nämlich auch noch so eine Ich hab das vorhin schon gesehen Da drüben ist auch noch so eine Miranda Projektion Dann gucken wir doch mal Ja Fangen wir mal so an Fangen wir mal so Weil Machen wir mal so mal Weil Das ist doof Das wird nicht funktionieren Ja Sag ich doch Ähm Okay Pass mal auf Das könnte Ja 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 Drehen Passt Sehr schön Nice Teil 1 von 2 Ist erledigt Da ist Miranda Also müsste Miranda sein A female Sometimes it seems the only choices we have are renouncing civilization or mindless expansion But that's not the only path forward Embracing deliberate control over nature doesn't have to mean destruction We are a species of artists and artisans Blessed with the ability to transform the raw material of the cosmos into new and better shapes Shapes that have meaning With our technology We can take this chaotic world So full of suffering And turn it into a work of art Hmm Dass ich hier viel nach Englisch lese macht dich immer leicht zapplich Weil sie so heißt Das habe nicht ich erfunden Sie heißt so Ja Athena wäre rein theoretisch das korrektere Aber sie heißt Athena Und das war komplett falsch gerade So Warte Dann gehen wir dich mal so hin Das andere Teil Nee Never So Jetzt Warum ist denn da hinten das Achso Weil das Okay Das ist einfach das Endstück Das tatsächlich so vorgegeben ist Jetzt machen wir mal so Können wir das hier Umbiegen Nein Du bist definitiv falsch Du würdest dennoch Athena sagen und nicht Athena Ich sage ja nicht Athena Ich sage Athena Das ist ja nochmal ein Unterschied Aber so heißt der halt Ich kann ja auch nichts dafür Ich habe das Spiel nicht geschrieben Das Spiel nennen sie ja so Nicht ich Ließ ich schwer in Lautsprache schreiben Ja Gut wer kann auch Lautsprache schreiben Mal einfach so So Na bitte Sehr schön Der Weg zum Turm wäre frei Aber Aber wir haben da noch Wir haben da noch Wir Wir Ähm Wir haben da noch Wo ist denn die Wo ist denn die dämliche Statue Wo habe ich denn die wollen gesehen Das muss doch War das da Ach da ist sie Da Gefunden Äh Sehr schön Damit haben wir auch den zweiten Stern hier Dann einmal nochmal ganz kurz zurücklaufen Und dann machen wir erst den Stern Und dann Äh Den Turm fertig So 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 Und Äh Wo war die Ziemlich gerade aus Ne Ziemlich gerade aus Ja Perfekt A B Schafft ihr es das Alphabet zu schreiben Error Or Sin And yet every choice Depends on it Richtig ist dann auch mal schlafen Twilly Schlaf gut Schlaf gut Schlaf gut Okay Chocobill macht natürlich jetzt alles kaputt Mit Einem Flachwitz Alexa Alexa Witz Jetzt Ein Mann Ein Mann klagt beim Arzt Was soll ich bloß machen Meine Frau wird immer kindischer Gestern hat sie in der Badewanne alle meine Papierschiffchen versenkt Ja gut Cheater So Okay Dann guck mal doch mal Wow Halt Prometheus Als das bisschen Feuer Wir haben sie zwar nicht immer richtig eingesetzt Aber das Positive überwiegt Ja 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 Aber da kann er das Feuer nichts dafür Wo ist das Loch? Wo ist das Loch? Nice Das über Das über Wurde die mit rausgelassen Scheiße Scheiße Das hat er zum Spiel schon gesagt Ich bin Ich weiß es nur nicht mehr Ich meine Eine Sache blieb in der Box Wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere Ja Die ist mit raus Ja okay Gut aber theoretisch musst du eigentlich ja nur hoffen Wenn irgendwas scheiße ist Jetzt mal Sehr sehr grob Sehr sehr grob gesagt Quasi Du brauchst ja nur dann Hoffnung Oder sie ist ja erst dann wirklich nützlich für jemanden Wenn eigentlich alles echt beschissen ist Du gehst jetzt von der realen Mythologie aus Ja das hier auch Das hier auch Das passiert ja alles auf dieser realen Mythologie Die wird ja keines bisschen in Frage gestellt Die ist ja da Die ist ja da Ich kann mir nur keine Mythologie merken Ich meine ich kenne Thor und dass er einen Hammer hat Das war es auch schon Okay so Dann haben wir hier so gut wie alles erledigt erstmal Dann geht es jetzt mal gleich in die verlorenen Sümpfe Okay fast vollständig vom Meer verschluckt Ich bin gespannt Ich bin gespannt Was ist eine Funfact Frage Wieso darf man auf die Gefängnisinsel von Alcaraz Keine Lebensmittel mitnehmen und verzehren Weil es eine Touristenattraktion ist Und die Geld verdienen wollen Das wäre so der Klassiker So Äh Los geht's Auch wenn das Gebiet dessen Namen ich gerade schon wieder vergessen habe Das wäre so Das ist genau das, was der Founder gegründet hat das Ziel. Wenn man über die Grenzen geht, ist das, was passiert. Mutter Natur immer bekommt seine Revenge in der Ende. Das ist nicht Revenge, Al. Es ist einfach ein Fehler. Menschen, Städte, Mountains. As far as die See ist, ist alles das gleiche. Der Fehler war das, zu vergessen, zu sagen, dass nichts verändert. Es ist immer so. Hm. Weil Möwen ist halt der Stilllegung des Ortes, wo sie ihr Habitat ausgewählt haben und ihr dann Essen klauen. Ja, okay. Ja, als jemand, der schon mit Möwen um sein Essen gerungen hat, kann ich das verstehen. Und Lilith, guck dir mal an, wie eng diese Kapsel ist. Da ist nichts mit Arme hoch. Das ist eher so... Oh, verdammte Scheiße, ne? Hahaha. Hahaha. Achso, du trist um. Okay. Ich dachte gerade so, hä? Das sieht aus wie eine bakteriophage. Mein erster Gedanke war Krieg der Welten. Hahaha. Also, das war mein allererster Gedanke. So von wegen, mhm, cool, nice. Hahaha. Hahaha. War das schon zum dritten Mal, Bu? Nice. Da kann ich ja bald das Bu-Heftchen voll machen. Hahaha. Hahaha. Okay. Das ist cool. Wieso ist denn das dritte Gebiet immer so völlig over the top mit dem Gebäude? Die anderen sind irgendwie so Türme oder sonst was. Das dritte Ding ist irgendwie immer krass. Also, besser gesagt, noch mal eine ganze Schippe. Krasser. In Hamburg klauen die die Möwen auch das Essen. Ja, äh... Hier in Bremen habe ich es tatsächlich so noch nicht mitgemacht. Ähm, hier wäre... Ne, hier... Es gibt... Also, es gibt Möwen, aber es ist jetzt nicht so extrem, dass sie einem, glaube ich, das Essen hier klauen würden. Also, zumindest... Habe ich davon noch nie was mitbekommen. Aber... Ja. Aber stimmt schon. So grundlegend, wo Möwen sind, muss man ein bisschen aufpassen. Auf sein Essen. Okay. Oh. Hi. Hau doch nicht ab. Du brauchst keine Angst haben. Dein Fleisch ist sicher. Immerhin habe ich keinen Verdauungsapparat mehr. Oder sowas in der Richtung. So. Ich dachte mir doch, dass in dieser Richtung bestimmt irgendwas ist. Ähm, deswegen... Gucken wir doch mal, was das da hinten ist. Und ja. Ist das zu tief? Äh... Ja. Verdammt. Dann doch lieber einmal hier rüber. Ah, nee. Wo ist denn hier der Weg? Hallo. Hallo. Hm. Du wirst ins Bett gehen? Dann schlaf gut. Schlaf gut. So. Gut. Äh... Das war jetzt gerade eher so un... Ein bisschen unpraktisch. Dann scheint der Weg hier drüben zu sein. So. So. Das hier... Das hier sieht besser aus. Ja. Das sieht deutlich besser aus. Nee, ein Reh kann... Hi. Diese Maschinen immer... Was? Ach so. Ach. Mann. Äh... Okay. Da. Ah. Handflächenleser. Oh mein Gott. Oh. Yes. Ich muss dich vorlesen. Liftrasier. Hm. 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 Weil es nur wenn ich hier bin, dass ich voll bemerkeh, was die Stadt bedeutet. Und auch weil ich glaube, dass wenn ich nach Hause bleiben würde, würde ich einen Tag ethisch verpflichtet werden, zu den Ereignissen gegen diejenigen, die in ihrer Arroganz... Imagine that humans should live in harmony with the chaos that's around us. Ah. Ja, verste... Ja, okay. Ja, 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 ja. Ja, liftrasier. Ich versteh dich. Ich versteh dich tatsächlich. Betreuen sie ihr Brot bitte ordentlich. Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Auch Brote wollen ordentlich betreut werden. So. Warte mal. Da ist ein Fragezeichen in dieser Richtung. Oh. Okay, doch. Da kommen wir durch. Oh. Hallo. Ein Prometheus-Funken. Nice. Dankeschön. So. Ist da ein Schalter auf der Rückseite oder so? Ne. Gut. Sehr gut. So. Was bist du denn? Keine Ahnung. Warte mal. Wir haben bestimmt wieder ein neues Rätsel-Element. Das heißt, wir sollten mal Rätsel Nummer eins suchen, glaube ich. Ähm. Du schon wieder. Glaube ich. Da hinten ist die... Oh. Ist eine Pandora Statue. Äh. Pandora Monument, glaube ich. Äh. Da ist ein Fragezeichen. Das ist doch... ein ziemlich großes Fragezeichen inzwischen. Wo ist denn das? Da oben. Ah. Warte. Dann komme ich da nach oben. Ah ja. Oh. 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 Das ist Rätsel Nummer vier. Eigentlich wollte ich zum Fragezeichen. Wo auch immer das jetzt schon wieder hin ist. Weg. Einfach weg. Okay. Ne. Bevor wir hier ins Dingesrätsel reingehen, machen wir tatsächlich mal die Eins. Die habe ich gerade da hinten auf dem Kompass entdeckt. Ui. Ähm. Schauen wir mal, was es hier für ein neues Element gibt. Du solltest aufpassen, nicht dass dein Handy Brot und Bett vertauscht. Ja. Das könnte sehr verwirrend werden. Irgendwann mal. Sehr verwirrend. Also es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass du ein Rätsel schreibst. Aber... Zumindest dann das erste Mal, das unbeabsichtigt wäre. Hoppala. Da war ein Stein. voll dagegen gepunkt. Ähm. Hier. Schaffe ich es? Nein. Schade. Dann doch hier außen rum. Da ist auch wieder ein Fragezeichen. Ah. Nein. Erst das Heißel. Moment. Wie schmeckt denn dein Bett heute? Äh. Ja. Ähnlich wie immer. Oh. Lichtbrücken. Ah ne. Das ist keine Lichtbrücke. Das ist einfach nur so ein blaues Tor. So wie immer. Äh. Äh. Das ist doch jetzt... Äh. Also in dieser... Anordnung. Ist das... Interess... Ja. Besorger ein Gegenstand zum tauschen. Ich habe doch nichts zum tauschen. Oh doch. Achso. Warte. Oh. 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 Das... ... wird noch interessant. Ich habe einen Blick auf den Somnodrom gesehen. Sie wissen, der 1K-Fried. Es basiert auf der original Prototypen, mit ein paar Modifikationen. Wie normalerweise, die Daten ist ein mess, aber ich vermute, dass es eine Funktionale Version gibt. Ich weiß, dass einige von Ihnen gehört über die Antworten dieses Geräte zeigen. Aber bitte erinnern Sie, das ist nicht unsere Hauptpriorität hier. Bleib ein Blick auf ihn, aber fokuss auf Athena finden. Hier können wir einen Weg finden, der nicht zu den Fehlern der Vergangenheit führt. Du bist unsere einzige Verbindung zur Weisheit der Ahnen. 5358. Ohne dich sind wir verloren. Gelobt sei der Name Ihanif. Menschenkonstrukt. Exzerpiert aus Was stimmt mit der Welt nicht? Von G.K. Chesterton. Oder G.K. Chesterton wahrscheinlich. Unser moderner, prophetischer Idealismus ist eng, weil er einen ständigen Prozess der Eliminierung durchlaufen hat. Wir müssen nach neuen Dingen fragen, weil wir nicht nach den alten fragen dürfen. Die ganze Position basiert auf der Vorstellung, dass wir alles Gute, das aus den Ideen der Vergangenheit zu bekommen war, herausgeholt haben. Aber wir haben nicht alles Gute aus ihnen herausgeholt. Vielleicht haben wir in diesem Moment nicht einmal etwas Gutes aus ihnen herausbekommen. Und das Bedürfnis hier ist eines nach völliger Freiheit für die Restauration sowie die Revolution. Wieder 5358. Diese Zahl ist super wichtig, glaube ich. Irgendwann. Nicht jetzt. Es gibt eine Metapher, die die Modernen sehr lieben. Sie sagen immer, man kann die Uhr nicht zurückdrehen. Die einfache und offensichtliche Antwort lautet, man kann. Eine Uhr ist eine menschliche Konstruktion und kann durch den menschlichen Finger auf jede beliebige Zahl oder Stunde zurückgestellt werden. Genauso kann die Gesellschaft, die ein Teil menschlicher Konstruktion ist, nach jedem Plan, der jemals existiert hat, wiederhergestellt werden. Athena, du kannst die Uhr zurückdrehen, aber wenn sie nicht mehr tickt, ist sie kaputt. Sie haben alle nicht verstanden, was das heißt, ne? Man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ähm, die Uhr ist nur ein Synonym für, naja, schwarzer Schnee. Schwarzer Schnee? Was ist das denn? Ist das ein Originalbild? Wahrscheinlich. Äh, aus ausgewählten Archivdokumenten. Die Kohlemine sorgte endlich für gute Arbeit. Sie half uns aus der Armut, machte uns stolz. Wir waren keine gewöhnlichen Arbeiter mehr. Wir waren Herren der Unterwelt. Und mit unseren Fähigkeiten hielten wir das ganze Land am Leben. Die Mine sorgte auch für schwarze Lungen, grausame Verletzungen und Tod. Und als sie verschwunden war, brachte sie den Zusammenbruch unserer gesamten Gesellschaft mit sich. Was das Kraftwerk angeht, weiß ich, dass es Strom und noch mehr Arbeitsplätze gebracht hat. Und ich weiß, was das für einen Unterschied im Leben der Menschen gemacht hat. Ich weiß auch, dass es schwarze Flocken im Schnee gab, wenn wir zum Spielen rausgingen. Okay, Miranda, warum stiegen sie nicht auf eine sichere Technologie um, als sie merkten, dass Kohle gefährlich ist? Äh, und dann ein Kommentar eines nicht geladenen Profils? Sie hatten nicht immer eine Wahl. Manchmal war Kohle alles, was sie hatten oder haben durften, und die Alternative war Armut. Manchmal wollten sie umsteigen, aber es gab mächtige Interessen, die das verhinderten. Wir können die Menschheit, äh, nein, wir können die Menschen nicht für die Welt verantwortlich machen, in die sie hineingeboren wurden. Das ist, äh, richtig, ja. Das ist richtig. Ei. Du läufst ja immer noch durch die Gegend. Ei. Das ist ein Déjà-vu, Leute. Hahaha. Ähm. Rätsel Nummer 2. Well, well, well. Äh, da. Möglichkeiten. Okay. Okay, 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 okay. Dich brauchen wir offensichtlich. So. Das war glücklicherweise noch nicht so schwer. Ähm. Das heißt aber auch, dass wir dich wahrscheinlich nicht mehr... Oh. 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 Ähm. Ich hab nur dich zum Tauschen. Und das ist gar nicht mal so prickelnd, dass ich nur dich zum Tauschen hab. Wenn ich ehrlich bin. Aber wo, wo, wo ist denn hier... Also, jetzt mal doof gefragt. Ach, da hinten. Ah. Verstehe. Okay, warte mal. Ich tausche mal. Weil das hier bringt mir, glaube ich, noch relativ... Ja, wohl. Warte. Das bringt mir jede Menge sogar. Okay. Okay. Ich hab jetzt nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht. Wenn ich ehrlich bin. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Äh. Einmal kurz... Oh Gott. Behältst du deine Ladung bei? Oh ja. Oh. Nehmen. Tauschen. Draufsetzen. Rätsel lösen. Okay. 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 Ja, das ging erstaunlich gut. Das ging tatsächlich erstaunlich gut. Ich bin selbst ein bisschen überrascht. Aber auch nur ein bisschen. Okay. Ähm. Da ist die Nummer 3 und ein Fragezeichen. Das Fragezeichen ist das, was mich gerade fast noch mehr interessiert als die Nummer 3. Äh. Ach so, die 3 ist die Pandora-Statue. Das müsste Pandora sein. Oh, schön. Da muss ich mir nichts aufschreiben. Wir müssen nur wieder irgendwo ein grünes Ding ins finden. Äh. Und ich habe auch spontan Ideen, von wo aus das passieren kann. Nämlich entweder... Warte mal. Direkt von diesem Rätsel aus. Von der Nummer 3 aus. Oder möglicherweise von der 4. Wenn nicht wieder irgendwie, irgendwo, irgend... Ne. Irgendwas durch die komplette Map geleitet werden muss. Gucken wir mal. Okay. Nice. 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 Ähm. Ist hier sonst noch... Ne. Passt schon. Die Wand. Okay. Da ist... Blub. Da ist das. Alles klar. Aha. Oh. Noch ein Tauscher. Aha. Aha. Warte mal. Ist das hier die gleiche Metallwand wie auf der anderen Seite? Müsste, ne? Jo. Ist die gleiche Metallwand. So. Und was muss ich tun, um dich aufzukriegen? Wo ist denn... Ja, wo ist denn hier? Ähm. Oh. Jetzt ist da wahrscheinlich... Ne, noch nicht mal. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen hier mache. Es ist nicht so, als würde das 3D hier so funktionieren, dass ich dann mehr sehe. Aber... Naja. Hahaha. Es ist wie bei Rennspielen. Man neigt sich halt einfach mit in die Kurve. Das, äh... Muss einfach so. Ähm. Ne. Das hier ist definitiv alles noch nicht so, wie es... Wie es gerade... Ne. So. Warte. So. Ja. Stopp. Du kommst mal mit. Dich nehme ich mal kurz hier hin zum Tauschen. So. Es kann ja eigentlich nur das hier sein. Und weil es so schön ist, stelle ich dich mal da hin. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich dich aufkriege. Also womit kriege ich dich auf? Wo ist das, was dich öffnet? So. Achso. Oh mein. Oh. 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 Pff. Tschuldigung. Ich bin gerade minimal begeistert von Dingen. Ähm... Ja warte. Warte. Das, äh... Der Bohrer passt nicht durch sein eigenes Loch. Ja. Das ist eine Tatsache, die wahrscheinlich so existiert. Ich besorge einen Gegenstand zum Tauschen. Wenn ich jetzt... Ich besorge einen Gegenstand zum Tauschen. Wenn ich jetzt dich nehme und dich da hinsetze, dann tausche ich dich. Dann tausche ich dich. So. Und dann kann ich das hier tauschen. Dann kann ich hier wieder den Laser machen, damit wir hier rauskommen. Und dann am Ende kann ich dich wieder gegen dich tauschen. Und dann können wir das Ding da aufmachen. Und dann ist das Reißel auch schon gelöst. Nice. Danke. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die diese Kommentare nur bringen, wenn man irgendwie in einem bestimmten Zeitlimit ist. Oh, da oben sind Hologramme. Sag mal. Okay. Sorry, falls euch gerade schwindelig wird. Und weil ich hier gerade die ganze Zeit durchdrehe, quasi. Oder rund um mich rumdrehe. Ich wollte mich eigentlich nur so ein bisschen umgucken. Und dann habe ich irgendwie viel um die Kamera um den Char gedreht. Das war nicht ganz so beabsichtigt. Hallöchen Karas. Hallo, hallo. Sehr schön. Was sagt denn Social Media wahrscheinlich? Ja, Social Media. Das Geschäft des Teufels. Aha. Von Theophilus, von Adana bis Dr. Faust. Von Marlow zu Goethe gab es eine Geschichte, die uns die Vergangenheit immer wieder erzählte. Jene von einem weisen Mann, der seine Seele im Tausch gegen Wissen dem Teufel verkaufte. Mit schrecklichen Konsequenzen. Ich habe mich lange gefragt, wieso diese Geschichte so wichtig ist. Und ich wüsste zu gerne, was andere darüber denken. Die alten Schriftsteller wussten, dass Wissen gefährlich ist und das Streben danach oft Tragödien auslöst. Von Maldok. Okay. Damien, Wissen ist gefährlich für jene, die nach Macht streben. Diese Geschichten dienen dazu, die einfachen Leute zu unterdrücken. Okay. Und doch scheinen die Autoren in vielen Geschichten, die ich gelesen habe, von der teuflischen Seite des Arguments fasziniert. Okay. Uff. So. Damien hat recht. Die Leute sollen sich fügen. Maldok hat recht. Wissen führt zu Tragödien. Weder noch. Ich denke, sie haben oft politische Ängste mit technologischem oder intellektuellem Fortschritt verbunden, weil es tabu war, über die echten Probleme zu reden. Okay. Wissen kann eine Gesellschaft stören und zerstören. Sie rangen drum. Okay. Eine pseudofundierte Geschichte, die Autoren wiederverwendeten, um ihrem Werk eine scheinbare Tiefe zu verleihen. Das Streben nach Wissen hat seinen Preis. Doch ohne es ist die Welt langweilig. Und das wissen auch diese Schriftsteller. Ähm... 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 Achso, ja, vielleicht hast du dann auch selber was zu essen, ne? Da, da, das... Nun, aber... Hä? Ähm... Ja, ich glaube auch, dass es eine pseudofundierte Geschichte ist. Aber worauf fundiert? Das ist eigentlich die interessante Frage. Nee, das erscheint mir zu streng. Einige der Geschichten, von denen wir sprechen, gelten als Meisterwerke. Ich stimme zu. Es ist respektlos, aber auch ein wenig wahr. Wenigstens manchmal. Naja, auch Meisterwerke sind halt oftmals einfach erfunden und komische Dinge und überhaupt und so. So. Von L. Ähm... Was sah die Gründerin in diesen Rätseln? Was auch immer sie für uns und unsere Kultur bedeuten, was für eine Bedeutung hatten sie für sie selbst? Wir besitzen keinerlei Aufzeichnungen, in denen sie positive Worte über Rätsel verliert. Sie hatte mit Sicherheit nie das Interesse, mehr von ihnen zu lösen. Was wäre, wenn sie daran keine zu bestehenden Prüfungen oder Herausforderungen sah, sondern eine Falle, der es zu entkommen galt? Wollte sie am Ende nicht bloß damit aufhören, Rätsel zu lösen, um ein freies Leben in der echten Welt beginnen zu können? Ich bin wahnsinnig, wahnsinnig gespannt, ob wir diese, ne, ob wir, ob wir Afina oder die Gründerin, je nachdem, ähm, irgendwann mal so wirklich verstehen werden. Das, äh, wird, glaube ich, noch spannend. So. Hier ist irgendwo ein Fragezeichen und da war ich vorhin auf dem Weg und dann bin ich die Treppe hochgelaufen und dann war ich nicht mehr auf dem Weg. Und jetzt bin ich auch schon wieder komplett woanders, was ich eigentlich hinwollte, weil ich dachte, das wäre direkt neben der vier. Ist es aber offensichtlich nicht, weil jetzt stehen wir hier. Ah, das ist ein verlorenes Rätsel. Ja, dann machen wir das und dann machen wir die vier. Das ist auch gut. Ähm, auch schön. So, verlorenes Rätsel. Starter Nummer vier. Ich finde es cool, dass überall, also, ne, prinzipiell überall einfach nur Beton, ähm, oder was heißt einfach nur Beton? Ich glaube, der Beton war ja schon auch noch ein bisschen, ein bisschen speziell. Ähm, aber die Architektur ist überall eine andere. Und das finde ich irgendwie sehr cool. Drumherum. Oh. Mhm, 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 mhm. Was sind die da hinten? Ach, so, 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 so ein Ding, ja. Okay, so ist es ein Kombiteil. Ja, verstehe. Verstehe, 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 verstehe. Ähm, gut, das ist jetzt noch nicht so schwer. Wir müssen einmal diesen hier nehmen, dann da und, äh, da. Okay, passt. So, können wir jetzt hier mit dem Dingens hier schon was anfangen? Ah, hello. Ah, da ist grün. Grün, 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 grün. Okay, warte. Okay, warte, das ist nicht schwer. Es ist nur gerade ein bisschen doof, von der Platzierung her. So. So ist besser. Warte mal, habe ich überhaupt was zum Tauschen? Oh, das ist das Problem. Das ist jetzt doof. Äh, ich habe nicht wirklich was zu tauschen. Tatsächlich gar nichts. Ich sage mal so, das und das Blaue hier zu kombinieren und daraus grün zu bilden, ist nicht das, was ich hier als Problem bezeichnen würde. Das Problem ist wirklich das, dass ich hier kein, äh, kein, 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 Scheiße. Ich habe halt nichts, was ich da jetzt hinstellen könnte. Ich meine, ich kann dich nehmen, aber dann ist hier halt wieder, ne, dann ist hier halt wieder zu. Ich kann dich jetzt hier eintauschen. Aber damit kriege ich ja dich hier nicht auf. Zumindest nicht so die, oh shit. Jetzt dachte ich, das ist super einfach, aber nein, das ist natürlich nicht. Ja, das wäre ja auch schon wieder, das wäre ja auch schon wieder alles viel zu einfach, wenn es das wäre. Oh, warte mal. Richtig, von hier aus gestört? Nee, doch. Äh, warte. Achso, jetzt habe ich halt immer noch nichts zu tauschen. Scheiße. Ja, ich kriege dich von da gestört, aber es bringt uns nichts. Oder? Nö. Das bringt uns leider nichts. Gar nichts. Also wirklich überhaupt nichts. Das hier? War so ganz doof gefragt. Die Tauschdinger haben dich genervt? Nö, das nervt würde ich es jetzt gerade nicht bezeichnen. Überhaupt nicht. Aber sie sind auch gerade alles andere als einfach. Gefühlt. Ähm. Okay, ich habe hier rot. rot. das Problem ist nur, ich habe da auch noch rot. Ja, das, äh, nun. So, das habe ich hier zwar aufgemacht, aber das bringe ich dich halt nicht mehr auf, weil ich jetzt nicht mehr stören kann. Okay, also, anders gesagt, anders gesagt, hieran kommen wir jetzt gerade nicht so wirklich vorbei. So. Zack. Daran komme ich jetzt gerade nicht so wirklich vorbei. Dann habe ich jetzt dich hier wieder. So, jetzt ist die Frage, dich brauche ich trotz allem da draußen. Dich brauche ich, weil du bist die einzige Quelle blauen Lichts. Schade. Du hast dir dann immer überlegt, was und welche Reihenfolge braucht, das du durchlegen musst zum Tauschen. Ja, genau, ähnlich, ähnlich gehe ich jetzt auch gerade vor. Also, das hier brauchen wir auf jeden Fall, um hier grün zu erzeugen, ne? Das mit dem erzeugt grün und dann geht das Ding hier auf. So, soweit, so schön. Die Sache ist, wir brauchen noch, hier, wir brauchen darüber auch noch ein rotes Dingens, damit das hier offen bleibt. Die Frage ist nur, wie kriege ich das hin? Wie kriege ich das hin? Weil ich habe gerade nichts zu tauschen. Ich habe gerade nichts zu tauschen. Ja, das ist, das ist der Fakt, mit dem ich hier gerade leben muss. Warte mal, das Einzige, was mir gerade etwas helfen würde, möglicherweise, ist, ne, ich habe dich hier eingetauscht, gegen so ein Ding. Wenn ich dich jetzt hier wieder eintausche, gegen so ein Ding, ist das eigentlich relativ useless. Das ist ziemlich doof. ja, nee, das ist es nicht, das ist es nicht. Nope. Wir brauchen mehr tolle Witze. Oh Gott. Oh Gott. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob wir davon mehr brauchen, aber, Alexa? Witz, bitte? Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Alexa? Witz, bitte. Beim Frühstück beschwert sich der Enkel, dass das Brot zu trocken sei. Sagt der Großvater, früher hätten wir uns darüber gefreut. Antwortet der Enkel, damals war es ja auch noch frisch. Naja. Es ist, naja. Es ist, uff. Es war das, was du mit genervt meinst. Ich brauche was zum Tauschen, das wiederholt sich. Ja, das glaube ich sofort, dass sich das wiederholt. Oh, der war tatsächlich gut. Weiß ich nicht, ob der gut war. So prickelnd fand ich ihn jetzt nicht. Wenn ich ehrlich bin. Nee. Nee, nee. Nee, 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 nee. Ich brauche so ein Ding hier drin, eigentlich. Eigentlich brauche ich hier drin gar nichts. Ich brauche nur den Farbwechsel hier drin. Den Farbwechsel kriege ich aber nicht hier rein. Nee, den kriege ich nicht hier rein. Warte mal. Nur mal gucken, nicht, dass oben irgendwas ist, was ich jetzt übersehen habe. Sieht aber nicht so aus. Bei dir hat die Poanta einen kurzen Lachreflex ausgelöst. Hauptsache, ihr habt Spaß. Ich leide hier. Wenn ich dich wieder wegnehme, ne? Jetzt mal ganz doof gefragt. Jetzt nehme ich dich nochmal hier und mach dich mal weg. So. Dann kann ich dich nehmen und hier drüben hinstellen. Damit, wiederum, kann ich dich nehmen. Ah, jetzt habe ich es. So. Jetzt kann ich dich offen halten. Damit kann ich dich gegen das hier eintauschen. eintauschen, habe ich gesagt. So. Okay. Äh, zack. Hier hin. Zack. 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 Da hin. Läuft. Okay. Bam. Sehr schön. Okay. Das ist richtig. Das beschreibt tatsächlich dieses Spiel auch sehr, sehr gut. Es ist im Grunde genommen wie der erste Teil, nur dass wir jetzt Gesellschaft haben. also, das ist, äh, ja. Ja. Man kann auch, glaube ich, sehr, sehr klar sagen, wer den ersten Teil mochte, wird das hier auch mögen. Ähm, weil es einfach, es ist einfach mehr vom, vom Gleichen, mehr vom Gleichen Guten wohlgemerkt. So. es taugt halt einfach, es ist schön, es macht Spaß. Und selbst, wenn man der philosophischen Komponente nichts abgewinnen kann, dann hat man immer noch, äh, immer noch coole, coole Rätsel. Kerker zum Beispiel. Wobei ich noch nicht sicher bin, ob das so cool ist. Da ist ein Schalter. Aber wie kommen wir denn da dran? Irgendeines von dieser beiden, äh, irgendeines dieser beiden Gitter fährt garantiert runter. Ah. Okay. Also der erste Schott ist klar. Das ist das hier. So. Da lag. Oh, okay. Das ist ja ein richtiger Bazaar hier. Das, äh, ist ja richtig nice. Ähm, ah ja, ah ja, ah ja, ah ja, ah ja, okay, gut. Tauschen. Okay. So, soweit, so gut. Dann, äh, haben wir, weil es so schön ist, ach so, das hätte ich jetzt gar nicht mehr tun müssen. Wir haben auch noch dich. So, und jetzt ist die Frage, wie kriege ich denn das Blau da rein? Wo ist denn hier überhaupt Blau? Blau, 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 Warte, Blau. Tauschen. Ah ja, ah ja, ah ja, ah ja, warte, Connector nehmen, da, da, da. Sehr gut. So, damit kriege ich dich nämlich hier schon mal weg. So, bestenfalls bevor das Tor hier zugeht, ne? Aha. Aha. Wirklich? Wirklich? Wow. Das ist jetzt, äh, das ist jetzt ein bisschen Kacke. Hahaha. Äh, hallo? Äh, ähm, ähm, ich hab mich gerade tatsächlich eingesperrt, glaube ich. Ich, ich habe mich, verdammte Scheiße. Das war nicht, nein. Shit. Okay, wartet. Das muss man einmal zurücksetzen. Äh, aufgrund eines kleines, minimalistischen, äh, Fehltritts. Ähm, hoppala. So. Okay. Äh, war die da, 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 die, da, die, da, die, da, 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 da. So. Wo sind die Akkus, wenn man sie mal braucht? Ja, echt jetzt, ne? Ist halt wirklich so. Ach, dich da drin habe ich ja schon wieder komplett vergessen, ne? Wie kommt man an dich ran? Also ich habe eine Idee, wie man an dich rankommt, aber ich glaube noch nicht, dass die so extrem zielführend ist, wie ich mir das gerade vorstelle. Warte. So, zack, zack, zack. Nicht eingesperrt. Puh, ich dachte. Puh, nee, alles super gerade. Alles wunderbar. Nicht eingesperrt. So. Dann kann ich dich mitnehmen und hier rüberpacken. Und das muss ich dich hier irgendwie offen halten, aber den Kubus hier kann ich dir klauen. So. Ja, es ist halt die große Frage. Ich kann die jetzt hier nebeneinander stellen. Was halt nicht geht, ist das, was ich jetzt gerade eigentlich will und brauche. Haben wir noch ein Gerät irgendwo? Nee. So, mal schön hier außen rumlaufen. So, irgendwie muss ich da reinkommen. Das da reinkommen, stellt sich gerade als... Shit, das ist wie im ersten Teil. Das muss die... Ich kann die... Das geht nicht. Ich probiere es mal. Scheiß drauf. Tauschen. Weil wir brauchen hier drei Würfel. Und dessen bin ich mir sicher. Und jetzt können wir nämlich hier drüber... Ja, ja, ja. Ja, siehst du. Okay, gar kein Thema. Gar kein Thema. Dann können wir nämlich von hier aus wieder diesen hier machen. Wozu eigentlich? Ich habe einen Durchgang. Ich meine... Das kann man schon mal ignorieren, dass hier jetzt ein Durchgang ist, ne? Nun. Manchmal ist Benni nicht ganz so schlau. Das hat man vielleicht schon mal gemerkt. Weiß ich nicht, wie stark das hier durchkommt. Aber ja, doch. Manchmal... Manchmal fehlt es irgendwo. So, jetzt können wir aber hier ganz viele lustige Dinge tun. Jetzt können wir nämlich dich einmal eintauschen. Und jetzt können wir dich einmal eintauschen. Der Reflex. Ja. Wobei. Wobei. So ganz falsch ist der Reflex, nicht? Wenn ich mir das hier so anschaue. Weil. Weil. So. Das Weil muss jetzt gerade als Begründung einfach mal reichen. So. Das müsste nämlich jetzt hier easy peasy hingehen. Und du solltest nämlich... Ah, warte. Ja. Okay. Läuft. 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 Nice. Oh. Oh, das ist neu. Ein direkter Ausgang. Cool. Schön. Schön, schön, schön. So, was haben wir denn hier in dieser Richtung, glaube ich, ist da jetzt nicht mehr viel, wenn ich so auf den Kompass gucke. Da vorne ist ein Stär. Was ist denn das? Ach so. Das ist die Partikel wollte, die wir gerade frei, 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 frei gelassen haben. Du hast den roten Strahl über die heruntergelassenen Gitter geleitet. Den roten Strahl über die heruntergelassenen Gitter. Ach so rum. Ja, das geht natürlich auch, ja. Das geht natürlich auch. Schenkt sich nicht so wirklich viel, oder? Äh, doch. Du brauchst einen mehr von denen hier. Du brauchst einen mehr davon. Ja, aber es kommt am Ende aufs gleiche raus, ja. Es kommt am Ende aufs gleiche raus. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Schön, schön, schön. So, da hinten ist ein Fragezeichen. Wir gucken mal, was dieses Fragezeichen uns so verrät. Oh, warte mal. Oh. Nee, kein Artefakt. Das sind nur Steine. Ich dachte gerade, das wäre irgendeine menschliche, ja, irgendwas, was zurückgelassen wurde oder so, ne? So ein altes Stück Technologie. Aber nein, es waren nur Steine. Verdammt. Mann. Und ich habe mich gerade voll gefreut, ne? Aber wirklich voll. Naja. Das Leben besteht aus Enttäuschungen. Warum soll das hier anders sein? Ähm, gut. Hier. Da. Hallo. Verstecktes Labor. Ich frage mich gerade. Im letzten Labor hatten wir ja so eine Teleport-Dingens-Technik. Das ist nicht das, was wir hier nutzen. Spannend. So. Oder ist das... Nee, das war nicht diese Austauschtechnik. Alter Schwede. Das ist ja auch mächtig kaputt, ne? Eieieieiei. Okay. Interface wird aktualisiert. Warum? Ach so. Hier. Eingestürztes Labor von Yakut. Eines der Labore der Gründerin scheint eingestürzt zu sein. Ich schätze, das zeigt, dass es selbst für die Gründerin Grenzen gab. Es gibt kein Menschengebäude, das ohne Wartung bestehen kann. Wurzeln sind stärker als Beton. Das ist richtig. Es sei denn, sie werden mutwillig zerstört. Aber scheinbar, es wären eben die Decken eingestürzt. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, die Rätselcluster auf der Insel hängen mit der Anwesenheit von Laboren zusammen. Abgesehen von jenem Labor neben unserem Basislager, das über keine Rätsel verfügt, wenngleich es von einigen anderen seltsamen Strukturen umgeben ist, geleiten uns die Rätsel zu den Laboren oder finden wir die Labore bloß durch Zufall. Ich würde sagen, der Kompass zeigt uns, wo sie sind. Aber das ist tatsächlich ziemlich hinüber. Ähm, das ist jetzt... Ähm... Oh. Hä? Hä? Okay, praktisch. So sieht man wenigstens ein bisschen was. Aber das ist, glaube ich, nicht gewollt vom Spiel. Ja, das ist, wenn die Kamera hier so in der Wand hängt, mehr oder weniger. Ja, ups. Ähm, aber... Oh nein. Leute, ist es kaputt? Das finde ich sehr schade. Ist es kaputt? No. Kein cooles Labor zum Erkunden, weil... ...nur noch ein paar Ruinen übrig sind. Sehr schade. Na ja. Okay. Rätsel Nummero 6. Und dann gucken wir halt da hin. Ist auch in Ordnung. Hallo. Ah, nee. Das ist... Doch, da oben. Aber wie komme ich da hoch? Wo ist denn hier das Hoch? Das ist jetzt mal so die grundlegende Frage. Wo ist hier das Hoch? Oh, da. Wir sehen. Gesehen irgendwo war hier auch noch eine Frage zeichnende Nähe. Wenn ich das richtig sehe, wenn ich das richtig sehe. Da vorne zum Beispiel. Ja, ich sehe schon diesen Torbogen da. Da hinten ist auch noch eins. Da ist die große Struktur, die auch sehr cool ist. Definitiv. Alter Schwede, wie viel Stimmung so ein bisschen Nebel erzeugen kann, ne? Okay. Äh, da. Auf und ab. Okay, warte mal. Pum. Achso. Aha. Da ist ein grüner Laser. Das ist schon mal ganz gut. Glaube ich. Okay. Was steht hier rum? Ein Farbwechsler. Warte mal, was passiert denn eigentlich mit so einem Farbwechsler, wenn ich den grün mache? Also wenn ich da mit grün dran gehe. Weil die sind ja auch hier nur rot und blau. Aber was passiert jetzt? Warte mal. Nichts. Okay. Du kannst nur mit rot und blau tatsächlich umgehen. Okay. Naja. Achso, ja scheiße. Das bringt mir jetzt nicht mehr was, oder? Oh, da ist. Oh, hallo. Da ist ein blauer. Aber. Wo packe ich dich hin? Da oben ist ein. Kombinierer. Ding, sie. Oh, hello. Warte. Brauchte ich noch, habe ich gehört. Dann nehme ich dich mal kurz weg. Und dich. Dann tausche ich hier mal um. Hi. Hi. So, wir haben hier rot. Wir haben. Achso, unser Ziel. Wir brauchen blau. Blau. Da ist blau. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich rot. Aber ich habe kein rot. Ja, das ist jetzt scheiße. Jetzt brauche ich den Ding da oben doch. Warte. Nee. Doch. Ähm. Shit. Ähm. Wenn ich dich nehme. Ist mein Weg nach da oben weg. Das ist jetzt alles nicht so praktisch. Äh. Warte. Shit. Verdammter. Verdammter Mist. Ähm. Blau. Blau. Wir brauchen hier blau. Das blaue muss auch von da hinten irgendwie. Wie? Warte. Nee. Da brauche ich einen Würfel, um das da hinzupacken. Also jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich die beiden hier so verbinde. Ne. Um mal die Strahlen zu sehen. Das geht sich ja gar nicht aus. Da brauche ich einen Würfel. Wo habe ich denn einen Würfel? Einen Würfel habe ich da. Okay. Ja, einen Würfel habe ich. Hm. Jetzt. Ich wollte nur das Ding nehmen. Verdammt. Äh. Ja, pass mal auf. So rum wird vielleicht ein Schuh draus. Wenn ich jetzt erst mal dich. Hoppala. dich tausche gegen hier. Das hier. Und damit jetzt erst mal grundlegend. So. Dicht da oben. Das ist blau. Blau wird zu rot. Ja, genau. Das brauchte. Das brauche ich hier drüben. Warte, mal kann ich dich auch nehmen? Oh, dich kann ich auch nehmen. Okay. Ja, ja, ja. Okay, passt, passt, passt. Äh. Ähm. Ich sollte nur sehr sicher sein, dass ich ein bestimmtes Teil nicht mehr brauche. Wenn ich dich nehmen will. Das Problem ist bisher, glaube ich, brauche ich einfach alles. So, wir haben jetzt hier dich. Wenn ich dich hier hinstelle. Nicht ganz. Hier hinstelle. Dann kriegen wir hier rot raus. So, dieses Rot müssen wir jetzt mit diesem Grün hier kombinieren. Das heißt, wir brauchen die Kombinierer. Der Kombinierer steckt momentan, äh, hier drin. So, der Kombinierer steckt aktuell da drin. Needs darf vertauschen. Ähm. Okay, das war Instant Ice. Okay, das war Instant Ice. Ach so, shit. Okay, warte. Pump. Ich nehm dich mal mit. So, und mit dir tausche ich jetzt dich gegen dich. Tauschen, habe ich gesagt. So. Damit haben wir jetzt das da. Und das da. So. Ganz rein theoretisch ist jetzt fast alles erledigt. Was wir noch brauchen, ist unser Würfel. Der Würfel steckt aber gerade da oben. Das ist jetzt ein bisschen doof. Weil. Ja. Weil, ist so. Ähm. Warte mal rein theoretisch, glaube ich, kann ich dich erst mal nehmen. Und hier nochmal eintauschen. Gegen Dinge. So, wenn ich dich am Ende wieder da rausholen kann, was bestenfalls gehen dürfte. Shit, das dachte ich, ich kann den mal eben schnell hinlegen und wieder mitnehmen. Das klappt aber nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Ähm. Einen von den Lüftern dauerhaft eintauschen. Die Frage ist, wie tauscht man einen von den Lüftern dauerhaft ein. Das ist so das, was ich mich hier gerade frage. Wie tauscht man einen von denen dauerhaft ein. Weil dich brauche ich hier hinten. Damit das hier da drüber geht. Ja. Da führt tatsächlich kein Weg dran vorbei. Ich hatte kurz überlegt, ob das möglicherweise über den Lüftern von hier gehen würde. Aber dann ist dieses Gatter im Weg. Nope. Wir müssen den grünen Laser über dieses Gitter beschaffen. Das hier ist nicht das Problem. Dich haben wir da wieder. Warte mal. Nee, nix. Warte mal. Ich habe gerade nichts, was ich irgendwie tauschen könnte, tauschen müsste, tauschen wollte. Verdammte. Wenn ich jetzt irgendwie da hochkommen würde. Es ist jetzt nicht so, als könnte ich dich da hinsetzen. Und hier hoch springen. Dafür ist es gerade so zu hoch. So, jetzt habe ich dich. Jetzt steckt aber das Teil, das wichtig ist, da oben. Was kann ich jetzt gegen dich tauschen? Okay. Nicht so viel, wie mir lieb ist, glaube ich. Also das ist jetzt toll, dass ich das jetzt gerade gemacht habe hier mit dem, äh, ne, mit, 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 mit Dingens. Aber das bringt mir noch nichts. Wenn ich dich wegnehme, ist hier Schicht im Schacht. Ich meine, da kann ich mich hier hinstellen, wie ich lustig bin. Ich fliege nicht mehr durch die Gegend. Erst wenn das da passiert. So. Von da aus komme ich nicht da rüber, von da aus komme ich nicht hier hin. Ähm. Das ist mein Würfel da oben. Habe ich damit irgendwas erreicht? Die Betonung liegt tatsächlich auf irgendwas. Ich habe nicht das Gefühl, dass dem so ist. Ah, warte. Warte, mir ist gerade was aufgefallen. Mir ist gerade was aufgefallen. Ich glaube, ich habe einen gänzlich falschen Weg genommen. Ich brauche diesen Würfel nicht. Der Würfel ist mir vollkommen kack egal. Ich habe es zu kompliziert gedacht. Du bist wichtig. So, und zwar. Und das erklärt jetzt das hier. Das erklärt das hier. Und damit haben wir hier rot. Und rot. Wiederum. Nein. Stopp. Nehmen. So. Ach so. Aber, ja, ja, okay. Ne, ne, passt. Da war ich jetzt etwas voreilig. Dich kann ich mir schnappen. Um mich da draufzulegen. Dich kann ich mir schnappen. Um zu tauschen. So. Hier. Da. Ach so. Passt schon. Okay. Jetzt. Okay. Nice. Kleiner Perspektivenwechsel. Und schon ist die Lösung super einfach. Ähm. Ich glaube, ich denke, wie viele Stadt gibt, wie viele Stadt gibt, unter dem Ozean. Hm. Stadt, wo die Leute leben, seit Jahrzehnten, seit Jahrzehnten. Stadt, mit ihrer eigenen Geschichte, ihrer eigenen Kultur. All of it lost, under the waves. If they'd been less greedy, they could have kept all that. I don't think we can pass moral judgment on an entire species based on the decisions of a handful of leaders. But I do think they made a mistake. They stopped caring about what they built. They stopped seeing the romance of civilization. Ha. Das ist ein Prometer-Statue. Das heißt, wir müssen wieder irgendwo diesen lustigen Funken finden. Diese Partikelwolke. Jetzt dachte ich mir gerade, was ist das für ein fetter Pfeiler. Aber, ja, das ist, äh, nun. Ha, 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 ha. Und dankeschön für's GG natürlich. Äh, jetzt gucken wir mal kurz, was ist das hier? Giftige... Trevor! Nice. Äh, giftige Demut. Extrapiert aus der Orthodoxie von G.K. Chesterton. Aber worunter wir heute leiden, ist Demut am falschen Platz. Die Bescheidenheit hat sich vom Organ des Ehrgeizes entfernt. Die Bescheidenheit hat sich auf dem Organ der Überzeugung niedergelassen, wo sie niemals hingehört hätte. Der Mensch sollte an sich selbst zweifeln. Aber an der Wahrheit nicht zweifeln. Das hat sich genau umgekehrt. Heutzutage ist der Teil des Menschen, den der Mensch durchsetzt, genau der Teil, den er nicht durchsetzen sollte. Sich selbst. Der Teil, an dem er zweifelt, ist genau der Teil, an dem er nicht zweifeln sollte. Der göttlichen Vernunft. Huxley predigte eine Demut, die sich damit begnügt, von der Natur zu lernen. Aber der neue Skeptiker ist so demütig, dass er daran zweifelt, ob er überhaupt lernen kann. Oha. Wir würden uns also irren, wenn wir vorschnell behaupten würden, es gäbe keine für unsere Zeit typische Demut. Die Wahrheit ist, dass es eine echte Demut gibt, die für unsere Zeit typisch ist. Aber es ist so, dass es praktisch eine giftigere Demut ist als die wildesten Niederwerfungen der Asketen. Die alte Demut war ein Ansporn, der den Menschen daran hinderte, stehen zu bleiben, und nicht der Nagel in seinem Stiefel, der ihn daran hinderte, weiterzugehen. Denn die alte Demut ließ einen Menschen an seinen Bemühungen zweifeln, was ihn vielleicht dazu brachte, hierher zu arbeiten. Aber die neue Demut lässt einen Menschen an seinen Zielen zweifeln, was ihn dazu bringt, ganz mit der Arbeit aufzuhören. Miranda, ich muss das zweimal lesen, um es gänzlich zu verstehen. Ja, wir zweifeln einfach am Falschen. Das, äh, ja, das, ich, äh, das, äh, das, äh, guck das Wort. Exkursion. Spielt dann zu, äh, spult dann zurück. So, Exkursionsbericht Nummer 3 von Miranda an Athena. Es ist unglaublich. Es gibt eine ganze versunkene Stadt direkt vor der Küste, die erstaunlich gut erhalten ist. Als ich dorthin segelte, verstand ich endlich, was die Alten mit unheimlich meinten. Ich konnte natürlich nicht so physiologisch reagieren wie sie, aber ich glaube, die mentale Reaktion kam dem ziemlich nah. Eine widersprüchliche Reaktion. Teils Melancholie, teils Faszination. Es ist seltsam, wie Tragödie und Zerstörung die Schönheit der Zivilisation noch deutlicher machen. Miranda, PS, ein Reh ist in den Wartungsbereich eingedrungen und hat eine riesige Sauerei angerichtet. Das tut mir leid, ich werde es aufräumen. PPS, ich habe es vielleicht gefüttert. Hahahaha. Ja, gut. Äh, sehr schön, ja, das, äh, aber das verstehe ich. Urban Exploring, falls euch das was sagt, äh, ist sehr, sehr, sehr faszinierend. Habe ich auch schon, äh, sehr ausführlich getan. Ähm, ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Und, äh, diese, diese Faszination am Verfall auch irgendwo, ähm, super cool. So, Hi-Page aus Tagebuch Nummer 6. Aus Hi-Page aus Tagebüchern, Ausgabe 1, die Gründung von Neu-Jerusalem, Tag 296. Der letzte, den wir gelesen hatten, war Tag 200. Also bald ein Jahr rum. So, seit, äh, Athena, äh, geboren wurde. Auferstanden ist, wie auch immer man das ausdrücken will. Cornelius und Sarabai sind heute zum Damm zurückgekehrt. Wir haben mit dem Bau neuer Menschen gewartet, um uns zunächst auf die Errichtung eines Zuhauses für sie zu fokussieren. Aber es gibt eine Grenze für das, was 13 Menschen allein vollbringen können. Und jeder ist begierig, mit dem Bau mancher der anspruchsvolleren Strukturen zu beginnen. Sarabais Freundlichkeit und Geduld werden wir hier draußen, wo die Gemüter manchmal hochkochen können, sicher vermissen. Und Cornelius werde ich ebenso vermissen. Er war bei meiner Geburt anwesend und ist für mich genauso ein Vater wie Athena und Alexander Drennan meine Mütter sind. Aber ich nehme an, ich kann sie jederzeit besuchen. Der Damm ist nicht so weit weg und wenn wir in ein paar Jahrzehnten die Einschienenbahn fertiggestellt haben, wird er wirklich nur ein paar Minuten entfernt sein. Und was sind denn schon ein paar Dutzend Jahre, wenn man vielleicht ewig lebt? Naja, was, äh, nun. Trevor Nummer 6. Zoff. Something I really like about Alex, one of the reasons why I'm here doing this, is that she's really humble. She has this incredibly positive view of humanity. She believes we can accomplish anything. But it's not about her. She doesn't think that she's smarter or better than anyone else. She just looks at us as a species. And even though she can see how small we are in the grand scheme of things, she thinks that we could conquer the stars and give meaning to the universe. Even now. Even when none of us are going to live to see it. Isn't that awesome? Das ist eigentlich, das ist cool, ja. Doch, definitiv. So, was haben wir denn jetzt hier gerade noch offen? Wenn ich so drüber nachdenke. Drei, vier Rätsel. Vier Rätsel von zehn. Das, äh, finde ich, ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Und jetzt mit dem Witz, den Joggle hier noch bringen will. Für heute dann auch gleich mal Schluss zu machen. Äh, Alexa? Witz. Was ist tiefer gelegt unter zwei Flossen? Ein Tune-Fisch. Ja, das ist genau der Moment, in dem ich jetzt ins Outro wechsle, die Credits starte und, äh... Danke für alles sage, was da drüben, äh, was da drüben steht. Ähm, und einmal normale Musik nochmal kurz anmache und dann mal gucke, wo ich euch hinwerfe, nachdem ich die Plays schon ausgemacht habe. Uff, ja. Äh, äh, nee, sehr, sehr cool. Wir sind wieder, wir kommen echt gut voran, finde ich, im Spiel. Also, ähm, da kann man jetzt, glaube ich, nicht meckern. Ähm, was das angeht, also das, das, das läuft erstaunlich gut, ne? Bis auf das eine Rätsel letztes Mal, das über, das eine halbe Stunde oder so gedauert hat, bin ich eigentlich sehr, sehr, sehr zufrieden, äh, mit, mit dem, wie es, wie es vorangeht. So, dann, äh, lassen Sie mich mal eben kurz gucken. Äh, ba, 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 oh mein Gott, das ist Freitagabend. Das sind natürlich unglaublich viele Menschen online, das wundert mich gar nicht. Ähm, was ist das denn? Äh, oh, das kenne ich, das kenne ich. Das Spiel ist cool. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Robocop noch kennt. Äh, 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 ich schicke euch auf jeden Fall zu Lendra. Die spielt, äh, Robocop Rogue City. Ähm, ich hab das schon mal irgendwo gesehen. Und, äh, das, äh, sieht sehr, sehr wild aus. Also, wenn man Robocop mag, ist das, glaube ich, tatsächlich momentan so ziemlich das, das beste Spiel, das man da irgendwie haben kann. Äh, genau, ne, viel Spaß noch bei Lendra. Wir sehen uns ansonsten am Sonntag wieder um 18 Uhr. Dann machen wir genau da weiter, wo wir jetzt aufgehört haben. Nicht beim Witz, sondern bei, ne, Talos Principle 2. Und, äh, lasst euch nicht ärgern über das Wochenende. Schlaft gut und... Aloha. Nee, äh, bis, bis dann. Ciao, ciao.